Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Base in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinander greifen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Also gut! Schaukeln wir das Ding! Bist du sicher, dass du mich, Rantaro Kiyama, zu einem Kampf herausfordern willst? Du traust dich was? Dein Vader werde ich zu Brei machen. Bereite dich auf einen Kampf, vor dem du nie vergessen wirst. Hey, mein Name ist Volt und Beyblade ist für mich das allerliebste auf der Welt. Oh, das wird super! Es ist so weit, Valtryek! Komm, jetzt zeigen wir allen mal, wie stark du bist! Roktavor, es ist Zeit für ein wenig Spaß! Leute, Rantaro ist viel zu stark. Ich weiß nicht, was Volt sich dabei denkt. Ja, sollen wir ihn aufhalten? Rantaro ist gut. Ich glaube nicht, dass euer Bruder eine Chance hat zu gewinnen. Komm schon, Volt! Du kannst es schaffen! Du musst dranbleiben, dann besiegst du ihn! Okay, der große Wettkampf zwischen Volt Aoi und Rantaro Kiyama beginnt jetzt! Wer zuerst zwei Punkte erreicht, gewinnt! Erster Battle! Also gut, Volt sieht ziemlich selbstbewusst aus. Aber kein Problem, ich krieg das hin! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Zwei! Eins! Zwei! 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 Drei, zwei, eins, let it rip! Roktavor hat die volle Ladung! Worauf wartest du? Greif an! Zeig ihm, wer der Chef ist bald, Juliet! Wie kann er so schnell sein? Endlich jemand, der eine Herausforderung für mich ist. Na, das wird ein guter Fight. Ich bin nicht sicher, ob seine Geschwindigkeit ihn rettet. Wieso nicht? Hol ihn dir! Wie ist das? Roktavor wirft Beltreak aus dem Ring. Ein Punkt geht an Rantaro, Kiyama. Das bedeutet, der Punktestand ist jetzt 1 zu 0. Oh, oh, oh! Es ist noch nicht vorbei. Ich fange gerade erst an. Aber wenn er wieder punktet, bist du erledigt. Hm? Keine Chance. Ich werde das Ruder rumreißen. Seht einfach zu! Da wäre ich mir nicht so sicher. Zweiter Battle. Auf die Plätze. Fertig. Es war nur ein Fehler. Das ist alles. Nichts, was ich nicht wieder hinkriegen könnte. Wir zeigen's Ihnen! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Ah! Nein, pass auf! Aus dem Weg! Ich muss da durch! Valtreak! Bist du okay? Du bist nicht verletzt, oder? Ja, das ist gut. Ich sehe aber gar nichts Gutes an dieser Situation. Oh! Rektor Shinoda? Sieh dir das Chaos an! Was genau findest du so lustig? Also, räum sofort alles wieder auf. So wie es war. Oh, Mann! Das war noch nicht mein Aufwärmtraining. Hier geblieben, Herr Kiyama. Als ein Mitstreiter sind Sie genauso für dieses Chaos verantwortlich. Sie werden Herrn Naoi beim Aufräumen helfen. Oh, Mann! Wieso mache ich das immer wieder? Ich habe nur versucht, dir zu zeigen, wie man richtig kämpft. Und mal im Ernst, das ist der Dank dafür? Ja, warte ab! Nächstes Mal mache ich dein Baby fertig! Das ist ein wenig undankbar, denkst du nicht? Wieso kann ich diesen Typen nicht besiegen? Ha! Ich sag dir mal wieso. Das liegt daran, dass ich Rantaro Kiyama der Größe bin. Man nennt mich den Oberhoncho. Ich bin beliebt! Oh Sunny the Hey, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Spitzname. Ich weiß. Ich würde nie gegen einen Blader mit so wenig Feingefühl verlieren. Warte, was meinst du damit? Ich stehe total auf Beyblade! Mehr als jeder, den du jemals kennenlernen wirst. Das kann schon sein, dass du Beyblade wirklich liebst. Wenn du das sagst. Aber hey, du hast überhaupt keine Grundlagen drauf! Du redest immer darüber, wie sehr du das Spiel magst. Aber es ist alles nur Bla-Bla! Diese Grundlagen, ich muss sie lernen und zwar sofort. Warte, was sind die Grundlagen? Ich meine, geht es bei Bay-Kämpfen nicht nur darum, so zu ziehen und es laufen zu lassen? Du hast so viel zu lernen. Hey, aufgepasst, es geht los. Seht euch das an. Wow, Shu kommt gleich im Fernsehen. Wie Bay-Blader bereits wissen, beginnen in Kürze im ganzen Land die Bezirksmeisterschaften. Und der heutige Gast, einer der Top-Anwärter für die Meisterschaft, Shu Kurenai, ist hier im Studio bei uns. Shu sieht im Fernsehen so super aus. Er ist total cool. Viele nennen ihn den talentiertesten Blader, der in über einem Jahrzehnt hervorgetreten ist. Ja, ja, na klar, wir verstehen schon. Shu ist der Größte. Ich bin's leid, das andauernd zu hören. Shu Kurenai's Bay ist Storm Spryzen. Drei, zwei, eins. Let it rip. Ring out finish. Storm Spryzens Power ist nicht aufzuhalten. Shu beweist, dass er das Bayblade-Wunderkind ist. Wow, habt ihr das gesehen? Mit einem einzigen Schuss. Wow, er ist der coolste. Im Gegensatz zu einigen von uns, hat er die Grundlagen drauf. Oh, ja? Natürlich, schon kapiert. In Ordnung. Warte. Wo gehst du hin? Es ist richtig, was sie gesagt hat. Tja, der Typ hat Hummeln im Hintern. Es sieht noch schlimmer aus als vorher. Wie bin ich bloß in diesem Chaos gelandet? Ich werde das auf jeden Fall schaffen. Oh, ja. Grundlagen. Grundlagen. Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Übung macht den Meister. Drei, zwei, eins. Let it rip. Drei, zwei, eins. Und let it rip. Die Grundlagen. Heimlich. Er denkt, dass es ihm bei den Grundlagen hilft, Muskeln zu haben? Sieht so aus. Let it rip. Das wird ein böser blauer Fleck. Was tust du da, Vault? Hä? Oh, Schuh! Hey! Hab dich im Fernsehen gesehen. Du warst unglaublich, also echt. Dein Gegner war ja mega stark. Du hast kurz einen Prozess mit ihm gemacht, als wäre nichts dabei. Das hatte klasse! Du hast gewonnen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Ich wünschte, ich könnte das auch. Also morgen, schon aufgeregt wegen der Meisterschaft? Aber klar doch. Super. Ich fang auch an, nervös zu werden. Wär mir gar nicht aufgefallen. Hey, Schuh! Ich will's auch zur Landesmeisterschaft schaffen. Ich würd dich sogar besiegen und den ersten Platz machen. Ja, mach das, Anfänger. Hä? Ich hab zuerst angefangen. Ich hab vor dir gekämpft. Ich rede nicht davon, wer zuerst damit angefangen hat. Dann sehen wir uns im Finale? Hm, definitiv. Wir sehen uns dort. Also gut, ich werde es schaffen! Was ab? Ich seh's jetzt schon vor mir. Ich werde definitiv gewinnen. Mit den Grundlagen. Das ist meine große Zeit. Äh, Walt? Du hast vergessen zu atmen. Oh, richtig. Ich bin fertig. Alles fertig. Wer ist hoch? Ich? Ich auch! Walt macht so komische Sachen. Er rennt rum und schreit Grundlagen und macht Handstand und sowas. Was stimmt mit ihm nicht? Die Meisterschaft beginnt. Kein Wunder. Euer großer Bruder ist ziemlich aufgeregt. Vielleicht ein bisschen zu aufgeregt. Das kannst du laut sagen. Hey, redet nicht so über euren Bruder. Oh. Wenn man bei einer Sache besser werden will, muss man alles geben. Harte Arbeit, richtig? Ja. Mach weiter so, Walt. Valtryak, zusammen können wir es schaffen. Das weiß ich. Seid gegrüßt, Blader. Die WBBA heißt euch zur Bezirksmeisterschaft willkommen. Was für eine großartige Beteiligung. Die, die sich bisher noch nicht registriert haben, eure Zeit ist fast abgelaufen. Also meldet euch an und setzt eure Spielerminen auf. Alles klar? Oh Mann. Alle sehen so stark aus. Aber ich bin bereit dafür. Sieh mal, Toco. Wollt sieht ein bisschen nervös aus, findest du nicht? Mhm. Hey, hier drüben! Grundlagen! Denk dran! Ja. Solange ich alles genauso mache, wie ich es geübt habe, werde ich dann... Au! Ich hab mir auf die Zunge gebissen. Okay allesamt, die Zeit ist gekommen für die Eröffnungszeremonie. Zuerst hören wir ein paar Worte des WBBA-Chefter-Präsidenten und Vorsitzenden des Turnierausschusses, Herrn Shin Komazaki! Herzlich willkommen, Blader. Ihr seid die Zukunft des Bayblade-Sports. Euer langer Weg auf die Weltbühne beginnt hier. Aber der Sieg kann nur denen gehören, deren Entschlossenheit unerschütterlich ist. Ich wünsche euch allen viel Glück. Mit diesen Worten starten wir den allerersten Wettkampf der allerersten Runde. Und der erste Blader, der auf die Kampfbühne gerufen wird, ist Volt Aoi! Alles Gute, du schaffst es! Viel Glück, Volt! Hey! Pass doch auf! Pass auf, wo du hinläufst! Oh! Oh! Hey, Honcho! Was geht ab? Was machst du denn hier? Ist das nicht offensichtlich? Gegen Volt kämpft einer der Anwärter auf den Meistertitel, Rantaro Kiyama! Beide Spieler sind bereit loszulegen. Das heißt Raging Roktavor vs. Victory Valtryek. Welcher von ihnen wird es in die nächste Runde schaffen? Pech gehabt, Volt. Wer hätte gedacht, dass ich dein erster Gegner bin? Du hast keine Chance, mein Freund. Nicht gegen mein Roktavor! Fokus. Der Wettkampf wird in Kürze beginnen. Das dürfte ein unvergesslicher Eröffnungskampf für die Bezirksmeisterschaft werden. Vor allem deswegen, weil der offizielle Punktrichter kein anderer ist als meine Wenigkeit, Shin Komazaki! Der erste Spieler, der zwei Punkte erreicht, gewinnt die Runde. Wer die Runde übersteht im Survivor Finish oder wer den anderen aus dem Ring schießt, bekommt einen Punkt. Ein Burst Finish mit einem Blade Crash ist zwei Punkte wert. Spieler, prüft den B eures Gegners. Ich zähle auf dich, Partner. Den zeigen wir, worum es beim Beybladen geht. Guter Junge, Volt. Hab Vertrauen. Erster Battle. Okay, denk einfach nur Grundlagen. Halt deinen Starterarm ruhig, geh tief runter zum Boden, positioniere die Füße und dann sammle all deine Kraft und let it rip. Er hat die Grundlagen drauf, aber das heißt nicht viel. Auf die Plätze, fertig. Drei, zwei, eins, let it rip! Ausgezeichnet, hervorragende Landung. Nichts wie ran, Valtryek! Rock the Wall beansprucht das Zentrum. Zeigt erstaunliche Ausdauer, aber Angriff ist Valtryek Spezialität. Er stürmt in die Mitte. Also hast du es diesmal geschafft, ihn ordentlich zu landen. War das erste Mal, oder nicht? Da ist er! Der erste Kontakt! Yeah! Dein Angriff hatte keine Wirkung. Selbst nach einem so harten Schlag von Valtryek behält Rock the Wall seine Geschwindigkeit. Seine Schwergewichtsscheibe und seine super scharfe Spitze erhalten die blitzschnelle Drehung. Das ist der Grund, wieso man diesen Bey einen Ausdauertyp nennt. In Ordnung, Rock the Wall. Und los geht's! Es ist ein Ring-Out-Finish! Valtryek ist aus dem Ring! Ein Punkt geht an Raging Rock the Wall! Rock the Wall hat einen mächtigen Gegenangriff gesetzt, um Valtryek aus der Arena zu werfen! Dieses gut getimte Ring-Out-Finish bringt Rantaro mit einem Punkt in Führung. Die Frage ist, kann er seine Führung im nächsten Kampf beibehalten? Rock the Walls Scheibe hat eine Gravitationsfunktion, die ihn immer weiter kreisen lässt. Und deshalb kannst du mich niemals besiegen. Aber sei nicht zu hart zu dir. Es kann mich auch niemand anderes besiegen. Oh Mann, du machst keinen Spaß. Das Teil ist echt heftig. Hä? Von so einem Battle hab ich geträumt, seit ich denken kann. Ein so schwieriger Kampf gegen so einen starken Gegner flasht mich richtig. Ich bin so motiviert. Das rockt! Und dieser Kampf fängt gerade erst an. Er sieht ziemlich begeistert aus für jemanden, der verliert. Typisch. So ist Walt. Vergesst nicht, in dieser ersten Runde gewinnt der Spieler, der zuerst zwei Punkte macht. Es ist keine Überraschung, dass Rantaro bisher die Oberhand hat. Geht er geradewegs auf den Sieg zu? Oder wird Walt ihn auf seinem Weg stoppen? Es ist, als wäre dieser Bay für ihn gemacht. Er ist unaufhaltbar. Was können wir tun, um zu gewinnen, Valtryek? Zweiter Battle! Mach dir das jetzt einfach! So cool! Was war das denn? Er hat seine Starterspitze gesenkt. Auf die Plätze! Fertig! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Victory Valtryek bewegt sich auf Rockdavor zu, um Rache zu nehmen. Na, Bizzy, jetzt kommen wir ins Gespräch! Wow! Was für eine Kollision! Valtryek kommt über die Außenbahn! Was in aller Welt geht hier vor? Valtryek setzt zu einem weiteren Angriff an! Unmöglich! Victory Valtryek greift immer und immer wieder an! So etwas habe ich noch nicht gesehen! Sieht gut aus, Valtryek! Das und das und das! Und jetzt ist es Zeit für einen Rush-Launch! Hey, Moment. Was hat er da gerade gesagt? Seht euch das an! Wow! Was für ein Move ist das denn? Valtryek's Rundum-Attacke lässt keine Lücke für einen Gegenschlag von Rockdavor! Natürlich! Die gesamte Schlagkraft! Valtryek ist der perfekte Bey für eine Hyper-Attacke. Er ist mit einem anderen Winkel reingegangen, was der Spitze eine bessere Haftung auf dem Boden der Arena gab. Das hat den Laufweg von Valtryek's Drehung verengt und seine Kraft gesteigert. Gar nicht mal schlecht. Wart mal eine Sekunde! Ich dachte, dieses Bürschchen wäre nur ein Amateur! Niemand wird über Nacht so gut! Er hat alles instinktiv herausgefunden. Er hat improvisiert. Valt ist vielleicht als Blader ein Naturtalent. Und jetzt ist es Zeit für einen Rush-Launch! Halt durch, Rockdavor! Wir können es immer noch schaffen! Valtryek! Ich weiß, du willst diesen Sieg! Ich kann fühlen, wie sehr du ihn willst! Gib's ihm! Ich bin Damn! Das darf nicht wahr sein. Ein Burst-Finish, K.O. durch Explosion. Zwei Punkte gehen an Victory Veltriac. Walt Aoi gewinnt mit einem Punktestand von 2 zu 1. Ja, so super! Ein Burst-Finish! Walt Aoi dreht den Spieß um und gewinnt! Er hat gewonnen, er hat gewonnen, er hat gewonnen! Hast du seinen Rush-Launch gesehen? Sein Burst-Finish war das Coolste! Schön! Und so wird das gemacht, Leute. Exzellenter erster Battle. Ich wusste, dass du es drauf hast, Wort. Wir haben's geschafft, Veltriac! Unser allererster Sieg! Lass uns so weitermachen, Partner! Du hast gewonnen, Anfänger! Es ist das erste Mal, dass ich mich trotz einer Niederlage irgendwie gut fühle. Im Ernst jetzt? Ja, aber pass auf! Eines Tages krieg ich ne Revanche und da werde ich dich besiegen. Und bis dahin lass dich von niemandem unterkriegen, okay? Alles klar! Wir zwei haben einen Deal! Veltriac, du und ich werden das allerbeste Beyblade-Team der ganzen Welt! BELL RINGS BELL RINGS Mein nächster Gegner ist Ken Midori mit seinem King Corbellius. Corbellius ist ein Abwehrtyp, also wird er schwer zu schlagen sein. Und ich habe meinen Rush-Launch noch immer nicht perfektioniert. Es bringt nichts, sich darüber Sorgen zu machen. Ich muss einfach mein Bestes geben. Nächstes Mal bei Beyblade First. Corbellius der Höllenhund. Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade. Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Mann, das ist einfach so cool! Let it rip! Es ist Zeit für einen Rush-Launch! Hey, Moment, was hat er da gerade gesagt? Das darf doch nicht wahr sein! Ja, das ist super! Wir haben's geschafft, Valtriek! Unser allererster Sieg! Lass uns so weitermachen, Partner! Let it rip! Unsere Bays zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das Perfekte Spiel Wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel Du gibst nicht nach Oh, du gibst nicht auf Oh, 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 oh Let it rip! Unsere Zeit Und unser Leben Beyblade Burst Weil wir da draußen unser Bestes geben Beyblade Burst Was geht ab, Blader? Ich bin Volt Aoi Gewinner des ersten Battles der Bezirksmeisterschaft Und das verdanke ich Valtriek's neuer unbesiegbarer Technik dem Rush-Launch Rush-Launch! 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 Wollt, was machst du da? Du wirst doch zu spät zur Schule kommen Und wie sieht es jetzt aus? Rush-Launch! Kommst du mit dem Start, hast du klar? Es ist Zeit, Schatten anzurichten! Hör sofort damit auf! Oh, Mom, worum geht's? Hör bloß auf mit diesem Oh, Mom Toco und Nika sind schon vor einer Ewigkeit zur Schule gegangen Was? Sie sind schon weg? Ich muss gehen, tschüss, Mom! Komm nicht zu spät! Also echt So ist der Junge jeden Morgen Komm schon, komm schon! Alle aus dem Weg! Und der ist doch rechtzeitig! Das war ziemlich knapp Ein bisschen früh am Tag, um sich zu blamieren Der Verkehr war furchtbar Ich dachte fast, dass ich es nicht schaffen würde Zu unserem Glück hast du's geschafft Man tut, was man kann Und gegen dich habe ich vor allen, die ich kenne, verloren Was für eine Schande! Das stimmt! Ich habe tatsächlich mit einem Burst-Finish gewonnen Ich habe deinen Rocktower in Stücke geschossen Es war eine ziemlich coole Art zu gewinnen, oder nicht? Ich meine, komm schon! Du musst zugeben, dass es perfekt war! Vorsicht! Es war eine einmalige Sache Und das gibt dir nicht das Recht anzugeben! Ich weiß nicht, wovon du redest Ich gebe nicht an Ich sage nur, wie es ist Rush-Lunch! Für so ein kleines Kind Machst du eine Menge Lärm! Hey, Walt! Wir haben gestern deinen Kampf gesehen Mit einem Burst-Finish gewonnen Sehr beeindruckend! Das war gar nichts, wirklich! Aber danke! Du musst uns dein Geheimnis verraten Wie hast du es genannt? Ein Rush-Lunch? Das war gar nichts! Wartet, bis ihr seht, was ich sonst noch drauf habe! Wäre es nicht an der Zeit, dass ihr in den Unterricht geht? Wir kommen, Sir! Vielleicht ein andermal, Leute! Okay! Ich denke an einen glücklichen Moment! Also, sobald wir die Ecken des Dreiecks verbinden Sehen wir, dass die Summe Sinn ergibt Ihr müsst einfach nur sicher gehen Dass alle Seiten diese Länge haben Dann habt ihr eure Antwort Wie ihr aus dem Diagramm entnehmen könnt Bleibt der Winkel an der Spitze gleich Rush-Lunch! Das ist der Sieg! Nächste Runde ein neuer Champion! Walt hat heute richtig gute Laune Gewinnen macht das mit einem Ihr habt ja keine Ahnung! Ich hab den Oberhandschuh besiegt! Das wird niemand jemals vergessen! Das Gerät außer Kontrolle! Hast du noch nie von einem bescheidenen Sieg gehört? Andere haben auch Gefühle! Ich bin wie eine Zwiebel! Ich hab viele Schichten! Leute, seid leise! Hä? Hey! Ruhe, bitte! Sorry! Let it rip! Ja! Beachtet mich nicht! Ich schwing mich nur rüber zu den Siegern! Iget! Was ist das denn? Wieso bist du so verschwitzt? Weil ich mit meinem Bay trainiere Das ist nicht einfach Wow, das ist echt hartes Training! Hä? Das ist ein harter Typ! Wirklich wahr! Ich hoffe, du hast trockene Kleidung mitgebracht Wie lange hast du trainiert? Weiß ich nicht Vielleicht zwei Stunden? Gibt's nicht! Zwei Stunden? Ich kann nicht mehr als ein paar Minuten trainieren! Wow, Mann! Ich muss mich konzentrieren! Ich sag ihm nicht, dass er nicht so lange durchhalten wird Mhm Ich werde es tun! Es wird ziemlich einfach! Ich habe schließlich alles, was man braucht, um an die Spitze zu kommen! Das bezweifle ich Hä? Was hast du da gesagt? Jemand, der nach nur einem Sieg so übertrieben selbstbewusst ist wie du, wird das nicht schaffen Bayblade ist sehr viel härter, als du denkst Es macht keinen Spaß mit ihm! Ist euch das auch aufgefallen? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, wieso du mich so unterschätzen musst! Du solltest auf meiner Seite sein! Wow, der Bursche hat ein lautes Organ Hey, ich werde ein Blader Champion! Du wirst schon sehen! Und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt Seid bereit, ihn zu sehen und zu bewundern Mein Superpower Rush Launch! Bereit? Drei Zwei Eins Bladet Ritten! Wow, Weltreakt schießt zurück in Richtung Zentrum Seht mal, er wechselt die Richtung Wow Er kommt wieder zurück Ich habe noch nie einen Bay gesehen, der sich so bewegt Es hat funktioniert! Faszinierend Beeindruckend! Ich weiß, oder? Jetzt kann ich jeden Bay zerstören, gegen den ich kämpfe Ich könnte sogar Schuhspreisen fertig machen, wenn ich wollte Ich habe jetzt langsam genug davon Hey, Walt! Ich fordere dich noch mal zum Wettkampf heraus Sicher, das machen wir Und ich werde jedes Mal gewinnen Wie bei diesem unglücklichen Zufall? Das war keiner und das weißt du auch Komm schon, Roncho, konzentriert Ich denke an einen glücklichen Moment Die Zahnfiltert Ich schreibe dir meine Großartigkeit schließe ich auch nicht unter die Nase Verstehst du den Wink? Vorsichtig, wir werden es dir nicht leicht machen Erster Battle Auf die Plätze Fertig Drei Zwei Eins Let it rip Bereit dafür? Rush launch! Los jetzt! Weltreakt, du weißt was zu tun ist Viel Glück damit! Was? Was geht hier vor? Irgendwas ist hier nicht richtig Er schlägt gegen die Bande Nein, nein, nein Valtteri, etwas ist los Roktavor Gegenangriff Mach ihn fertig Auweia Ich kann nicht zusehen Burst Finish Für Roktavor Honcho erhält zwei Punkte für den Sieg Ein Burst Finish fühlt sich immer so gut an Dein Rush Launch ist ein Witz Spierst du jetzt, dass das gestern nur ein Glückstreffer war? Ich fühle mich so viel besser Du dich auch? Ich glaub's nicht Dein schicker neuer Move ist viel zu unzuverlässig Und bringt nichts Jemand, der nach nur einem Sieg so übertrieben selbstbewusst ist wie du Wird es nicht schaffen Ich kann nicht glauben, dass wir verloren haben Ich hab Bolt noch nie so gesehen Wie könnten wir ihn denn wieder aufmuntern? Hey Toko, Nika Kann ich euch was fragen? Ja, was denn? Seid ehrlich War ich so schlecht? Äh Mhm Okay Was hab ich mir nur gedacht? Trainieren, trainieren Ich muss trainieren Worauf guckst du da? Siehst du das? Er sieht genau wie Bolt aus Drei Zwei Eins Let it rip Drei Zwei Und eins Let it rip Nimm das Und jetzt Lege stützen Grundlagen Ich schaffe das Ich bin der Champion Ich bin ein Meister Hey Bolt Wieso liegst du da auf dem Boden rum? Wir haben gerade ein Plakat von einer neuen Show und im Einkaufszentrum gesehen Und das Beste ist, die haben eine Puppe, die so aussieht wie du Und sie ist natürlich der Held Da ist ein Held, der aussieht wie ich? Ja Willst du es dir ansehen? Hä? Komm mit, wir gehen da hin Wartet mal kurz, ich sag dir wartet Stopp Es ist hier drüben Wir haben schon angefangen Hahaha Bereite dich darauf vor, durch meine Spezialtechnik besiegt zu werden Ich mach mir keine Sorgen Ich verliere nie gegen einen Ritter, der so von sich überzeugt ist Was? Klingt das bekannt? Der Drache gibt dem Ritter die gleiche Warnung, die Schuhe dir gegeben hat Hört doch auf, gebt ihm doch mal eine Chance Nö 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 Nein Dieser Typ hat nur gelabert Ist nach einem winzigen Schlag umgefallen Hey Duda, was machst du? Steh auf und wehr dich Dies wird dich fertig machen Nicht so lange wir hier sind Wir haben dich gewarnt Was? Oh gut, Verstärkung Ein Held sollte viel bescheidener sein Jetzt steh wieder auf und streng dich mal mehr an Du hast recht Was machst du da? Leiß dich zusammen Die sind so lustig Meint als wäre dieser Typ nicht für den Job gemacht Zeig mir ihm, wie man einen Drachen besiegt Schnapp ihn dir Du kannst es schaffen Du musst aufstehen, Zeit zu zeigen, wer der Boss ist Jetzt sollte der Held den Tag retten Gib niemals auf Wieder er selbst Das ging aber schnell Ja, gute Arbeit Das hättest du sehen sollen, Mom Das Puppenspiel war so cool Das ist schön, Liebling Diese Puppen waren das süßeste, was ich je gesehen habe Ich wünschte, Paps hätte sich das mit uns zusammen angesehen Sag mal, wo ist er eigentlich gerade? Er hat erzählt, dass er über den nördlichen Polarkreis fliegt Er sieht wahrscheinlich gerade Eisberge und Eisbären von oben Das ist so cool Piloten haben so ein Glück Was die alles zu sehen kriegen Jedenfalls, das Puppenspiel hatte einen Helden, der aus Savi wollte Und er hat den Kampf verloren Er war nicht wie ich Doch, war er Und er hat genauso schnell verloren Hört auf damit, er war nicht wie ich Ganz im Ernst, er war überhaupt nicht wie ich Ist Volt als nächstes mit dem Battle dran? Ja Seht mal, Schuh ist da Also du bist hier, um Volt anzufeuern, hm? So in der Art Auch wenn es nur Glück war Vergiss nicht, dass er mich, den einzig wahren Rantaro Kiyama besiegt hat Also lass die Schutzschilder oben, Kumpel Er fühlt sich auf, als hätte er den Kampf gewonnen Willkommen, verehrte Beyblade-Fans Es ist die zweite Runde der Bezirksmeisterschaft Seid ihr bereit für unsere Stars? Hier sind sie, die Blader! In unserem ersten Battle kämpft unser Geheimfavorit Der uns alle mit seinem Sieg gegen Rantaro Kiyama verblüfft hat Rot-Aoi, komm auf die Bühne Geheimfavorit? Was soll denn das heißen? Er weiß nicht, was Geheimfavorit bedeutet Moment, dann sind wir schon zwei Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass er gewinnt Es bedeutet, dass sie mit dir mitfiebern Wirklich? Los, halt, los, halt, los, halt, los, halt, los, halt, los, halt Sie lieben mich Alles klar! Seid ihr bereit für den Battle des Jahrhunderts? Seht euch den an Ich hab ja versucht, ihn zu warnen Wenn er so weitermacht, wird er eine Eintagsfliege Ist ja süß Du machst dir wirklich Sorgen um deinen Freund? Natürlich mach ich mir keine Sorgen Glaubst du wirklich, es interessiert mich, was mit Walt passiert? Du bist sein Kumpel, das ist niedlich Hey du, nenn mich nicht niedlich Und als Gegenspieler von Walter Roy tritt an Ken Midori Also meine Aufgabe ist es heute, diesen Walt mit dem Rush-Launch zu schlagen? Wenn du mich fragst, er sieht lustig aus Wirklich? Und das kommt von dir? Mir ist schon klar, dass wir beide das gleiche Gesicht haben, oder? Okay, das reicht Quatsch die Hand an! Cool Das sind doch die Puppen aus der Show Richtig, ich bin Kero Und ich bin Besu Du kannst mich nicht besiegen, aber das weißt du wahrscheinlich schon Er ist nicht nur ein hübscher Handschuh Seht euch das an! Die Puppen reden ja von ganz alleine Er weiß aber, dass Puppen nicht reden können, oder? Ich glaube, man nennt es Bauchredner Legen wir los! Sagt Hi zu King Kobayus Also Hi King Kobayus Seine Ebene sieht runder aus als die von meinem Rocktavor Er ist wahrscheinlich ein Abwehrtyp Extra stark Und er ist gut darin, sich zu schützen Ja Es ist egal, welche Art Bay er ist Er ist im Rush-Launch nicht gewachsen Ich mache ihn mit einem Move fertig Ist nicht sein Ernst! Wir müssen bei dem Jungen an der Vorstellungskraft arbeiten Ein Survivor-Finish, wenn ein Teilnehmer übrig bleibt, bringt einen Punkt Ein Ring-Out-Finish ist auch einen Punkt wert Ein Burst-Finish, wenn ein Bay gecrasht wird, bringt zwei Punkte Wer zuerst zwei Punkte erreicht, gewinnt Erster Battle Auf die Plätze Fertig Los geht's! Los geht's! Drei! Drei! Eins! Eins! Let it rip! Seht euch das an! Verdriak, kommt mit einem zu spitzen Winkel rein und streift die Arena Außenwand! Leute, das ist kein Rush-Launch-Start, sondern eher ein Fehl-Start! Ich hab versucht, ihn zu warnen! Das hat er davon, dass er nicht auf mich hört! Es ist alles vorbei! Er hätte nicht so eine riskante Technik wählen dürfen. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn sie richtig funktionieren soll. Die Neigung von Volts Starter war ganz einfach viel zu steil dafür. Ja, das wusste ich! Verdriak hat er nicht so viel zu tun! Verdriak hat er genug Geschwindigkeit, um sich zu erholen! Verdriak hat er genug Geschwindigkeit, um sich zu erholen! Verdriak hat es geschafft, sich aufzurichten und greift jetzt Kervaeus an! Komm schon! Verdriak greift weiter an, aber Kervaeus wehrt ihn jedes Mal ab! Wie ich es dir prophezeit habe! Dein Bey kann uns nichts anhaben! Huh? Denn Kervaeus' Super-Sicherheitsebene zeigt allen die wahre Bedeutung von Abwehr! Showtime! Der Geheimfavorit wurde auf der Spur geworfen! Kinko Bey ist überlebt! Ein Survivor-Finish! Ist nicht wahr! Ich... Ich kann's nicht glauben! Nun, der Kleine hat zwar eine große Klappe, aber nichts dahinter! Genau wie ein kleiner Chihuahua! Versenkt! Was hab ich getan? Wie konnte ich so einen wichtigen Battle verhauen? Oh nein! Ich hab dich enttäuscht! Es tut mir leid! Ich... Ich hab nur einmal trainiert und mir eingebildet, dass ich so toll bin! Nicht wie Shu! Er übt jeden Tag! Okidoki! Du musst wohl als nächstes gegen den Puppenspieler antreten! Er wird leider von deinem Doom-Sizer zermanscht werden! Kann sein, aber der Sieg kommt zu dem Blader, der ihn am meisten will! Seh ich auch so! Aber ernsthaft, dieser Neue ist ein totaler Amateur! Wenn du mich fragst, war sein Rush-Launch nichts weiter als ein Witz! Ich denke, er steckt immer noch Kampfgeist in ihm! Was soll das denn heißen? Ein Held gibt niemals auf! Ich fang gerade erst an! Dieser Battle ist doch nicht zu Ende! Leider so! Wow! Wie heiß kann das noch werden? Voltaol liegt mit einem Punkt zurück, also darf er nicht noch einmal verlieren! Was wird er in der zweiten Runde bringen? Noch einmal, Valtryek! Wir setzen alles auf den Rush-Launch! Oh Mann, habt ihr das gehört? Er hat gerade noch einen Rush-Launch angekündigt! Oh was? Er bringt ihn noch mal? Habt ihr denn aus dem ersten Mal nichts gelernt? Wie wird er damit klarkommen, wenn er verliert? Weiß ich nicht! Scheint, als hätte Vol diese Reaktion nicht erwartet! Und stopp! Diesmal mache ich es hundertprozentig richtig! Lebt euch zurück und seht zu! Okidoki, ja! Zeigt ihn bald! Ich wäre es nicht wert, Valtryeks Partner zu sein, wenn ich jetzt einfach aufgeben würde! Also weißt du was? Ich werde dich nicht enttäuschen! Gut, das ist das Wort! Fordere dich selbst heraus! Starte deinen BAME mit all deiner Kraft! Du musst mir vertrauen, Valtryek! Du solltest aus deinen Fehlern lernen! Ja! Oh, das wird ja eine Lehre sein! Wir wiederholen das nochmal, ja? Kinker Baeus ist ein Abwehrtyp! Er beherrscht die Abwehr! Also hat er einen Vorteil über deinen Angriffstyp! So sieht's aus! Zweiter Battle! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Zwei! Eins! Let it run! Ich glaub's nicht! Er hat den Winkel schon wieder vermasselt! Oh nein! Willst du mich veralbern? Valtryek! Und einfach so hat sich Valtryek erholt! Seht euch an, wie er die Seite der Arena mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit entlang rast! Er bereitet sich auf den Angriff vor! Ich kenne diese Drehung! Das ist der Rush-Launch! Das ist gut! Oh, krass! Du bist so super! Rush-Launch! Rush-Launch! Seht euch den Hot-Show an! Ich hab gewusst, dass er auf unserer Seite ist! Es geht los! Es wird Zeit, Kabayus aus der Arena zu werfen! Drei! Drei! Ah! Ah! Ich hab wirklich einen Lauf, Leute! Ich muss mich konzentrieren! Ich darf mir einen Sieg nicht zu Kopf steigen lassen! Aber hey! Wenn ich so weitermache, besiege ich Kamayas und jeden, gegen den ich kämpfe! Ich muss nur mehr trainieren! Nächstes Mal bei Beyblade Burst! Abflug! Rush Launch! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. In der zweiten Runde der WWBA-Beklirksmeisterschaft kämpfe ich gegen Ken, einen wirklich starken Blader. Es ist aus und vorbei! Der Geheimfavorit wurde aus der Spur geworfen! King Cavalier! Survival finish! Was habe ich getan? Wie konnte ich einen so wichtigen Kampf verhauen? Ein Held gibt niemals auf! Ich fang gerade erst an! Dieser Battle ist noch nicht zu Ende! Let it rip! Valtriac! Und einfach so hat sich Valtriac erholt! Es wird Zeit, Kobayus aus der Arena zu werfen! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das perfekte Spiel Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel Du gibst nicht nach Oh, du gibst nicht auf Let it rip! Somit unsere Zeit und unser Leben Bay, Blay, Burst! Weil wir da draußen unser Bestes geben Bay, Blay, Burst! Abflug, Rush-Launch Ich kenne diese Drehung, das ist der Rush-Launch Veltriaks Attacken scheinen nicht aufzuhören Jetzt wirf ihn schon aus der Arena Habt ihr gesehen, Volt hat den Rush-Launch hingekriegt Er hat es geschafft, er wird es gewinnen Eigentlich blockt Cabellus jeden seiner Moves ab Was geht hier vor? Scheint als würde King Cabellus alle Attacken abwehren Das liegt an seiner kettenförmigen Ebene Sie zerstreut Veltriaks Attacken und minimiert jeden Schaden am Bay Mach mal langsam, erklär es so, dass wir dir alle folgen können Cabellus Spitze hat eine gute Haftung auf der Oberfläche der Arena Er ist noch nicht von seiner Achse abgewichen Oh nein! Komm schon, Volt Sie ist ein Kleiner, du hast keine Ahnung, was gleich auf dich zukommt Du kannst schnaufen und keuchen, so viel du willst Cabellus wird nie umfallen Armer, naiver Volt Er hat keine Chance gegen einen Abwehrtypen wie Cabellus Von all den Bays da draußen ist einer am leichtesten zu besiegen Am leichtesten? Unglaublich! Gibt es denn keine Möglichkeit, diesen Bay umzuhauen? Das muss der Grund sein, wieso sie King Cabellus den Wachhund der Unterwelt nennen Hey, es ist nicht vorbei Wir sind zäher als du denkst Was für ein Kämpfer Veltriegs Attacken laufen immer weiter Wenn überhaupt, schlagen sie stärker ein Rush, 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 Rush Launch Sehe ich das falsch oder fängt Cabellus an zu wackeln? Könnten die Schäden sich langsam rächen? Cabellus! Seine Drehgeschwindigkeit wird langsamer Los jetzt! Veltrieg! Verteidigung ist der beste Angriff Cabellus hat das Zentrum zurückerobert, aber Verteidigung gibt nicht auf! Er greift ihn mit einem Hagel von Hammerschlägen an Das entwickelt sich zu einem Ausdauer-Battle Moment mal, es scheint als würden beide Bays langsamer werden Dieser Battle gehört dem Bay, der sich länger drehen kann Jede Sekunde zählt und der Druck ist hoch Veltrieg! Bitte halt durch! Wenn es darum geht, wer sich am längsten dreht Ist Kerbeius der Champion Es bleibt bis zur letzten Minute spannend Kerbeius vs. Veltrieg Wer wird sich ins Finish drehen? Umfassbar! Seht euch das an! Das war zu knapp, um zu entscheiden, wer das Survivor Finish gewonnen hat! Warte, was? Hey, was ist da gerade passiert? Sie sind gleichzeitig umgefallen, habe ich recht? Ichiro, was denkst du, wer gewonnen hat? Keine Ahnung, weiß nicht Du spielst bei uns doch immer den Schiedsrichter Du könntest es entscheiden, oder nicht? Genau, also wer gewinnt? Hm Hä? Hm Okay Nochmal Es ist ein gleichzeitiges Survivor Finish Das bedeutet keine Punkte Was jetzt? Was passiert, wenn es ein Unentschieden gibt, Shu? Wenn der zweite Battle unentschieden ausgeht, gibt es einen dritten Cool, also sind wir immer noch im Rennen Das ist doch vollkommen klar Jeder weiß, dass ein Battle weiterläuft, bis der Schiedsrichter einen Gewinner benennt Ja, richtig Bolt liegt aber leider immer noch einen Punkt zurück Komm schon, Bolt, du kriegst das hin! Du schaffst das! Veltrieg Du warst großartig Obwohl ich den Rush-Launch vermasselt hab, hast du so hart gekämpft Ich hab echt Glück, dich als Partner zu haben Dieses Mal schaff ich mit Sicherheit einen perfekten Rush-Launch Hä? Spoiler-Alarm! Ein weiteres Mal kündigt Bolt den Rush-Launch an! Anscheinend denkt er, dass aller guten Dinge drei sind Ich zeig's euch! Ich werd das nicht wieder vermasseln! Ich werde ihn perfekt stalken! Wer hat dieses Kind reingelassen? So ein Amateur! Wenn man weiß, dass der Gegner die gleiche Technik nochmal benutzt, kann man alle möglichen Gegenmaßnahmen einsetzen Ja, aber was, wenn seine Ankündigung nur ein Bluff ist? Jemand wie der ist nicht schlau genug, um sich so eine Strategie auszudenken Behalte dein Poker-Face auf! Du hättest das nicht laut sagen sollen! Du kannst deinem Gegner keine Insider-Tipps geben! Vor allem nicht, wenn du dabei bist zu verlieren! Komm schon, Bolt! Du kannst das viel besser! Es hat keinen Zweck! Hä? Er ist zu konzentriert, um zu hören, was ihr sagt Das Einzige, woran er denkt, ist sein Bay und der Battle, der vor ihm liegt Ich versprech's! Dieses Mal ganz sicher! Ich zieh das durch! Das ist schlecht! Hä? Was meinst du mit schlecht? Bolt macht es schon wieder Oh Mann! Wie immer verrennt sich der Typ viel zu sehr! Es ist genauso, wie es bei dem Kampf gegen mich war! Naja, wer könnte es ihm verübeln! Das darf mich nicht aufhalten! Eieieiei! Da steigert sich jemand voll hinein! Dieser ganze Hype um einen Battle wird ihn noch einholen? Noch mal ein Fehlstart! Also es scheint, dass der mit den Puppen die besseren Karten hat Au! Wieso verbocke ich es andauernd? Was machst du da? Reiß dich zusammen! Bolt! 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 Sei locker! Du schaffst das! Wir drücken dir die Daumen! Er wollte den ich kenne, würde diesen Baby klatsch machen! Ohne Probleme! Hey Kleiner! Tu so, als wüsstest du, wie es geht! Oh ja! Ich danke euch, Leute! Macht euch mal keine Sorgen! Wow! Bolt hat sich tatsächlich zusammengerissen! Er hat uns aus der Menge gehört! Na endlich! Er hat wohl seine Nerven in den Griff gekriegt! Dank meiner moralischen Unterstützung! Hm? Hm? Blader! Auf Position! Veltriek! Veltriek! Wir müssen jetzt nur genau das tun, was wir geübt haben, okay? Weiß nicht, ob du das Memo bekommen hast, aber du bist hierfür nicht geschaffen! Tja! Nicht dafür geschaffen! Unser Survivor-Feen ist schon gebongt! Hm? Hm? Dritter Battle! Keine Fehlstarts mehr! Du kannst auf mich zählen, Partner! Der dritte Battle startet in Kürze und Ken Midori ist mit einem Punkt in Führung! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Drei! Ein! Let it rip! Knappi, dear! Veltriek's Ebene rast nur ganz knapp an den Seitenwänden der Arena vorbei! Es sieht aus, als würde er kinden! Knappi, dear! 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 Er wird kippen! Wird er nicht. Sie werden's schaffen. Schwer zu glauben, aber Veltrier kann sich erholt! Dieser Startwinkel sah zu steil aus, aber in Wirklichkeit sorgte er für stärkere Bodenhaftung. Was soll das wieder heißen? Dass der Luftstrom, der durch die Drehung erzeugt wird, den Bay mit enormem Druck nach unten presst. Die Spitze hat einen festen Halt auf dem Arenaboden. Seine Geschwindigkeit nimmt wieder zu. Oh yeah! Mach weiter! Erster Kontakt! Veltrier schlägt heftig zu! Curveius hat das definitiv gespürt! Schachmatt! Du schaffst das, Veltrier! Sagenhaft! Es ist ein perfekter Rush-Launch! Veltriacks kraftvolle Attacken hageln auf seinen Gegner nieder! So, Eintreffer! Curveius steckt jetzt in Schwierigkeiten! Was für eine große Leistung wir sehen! Helden werden gekürt und Träume werden wahr! Durchhalten! Curveius! Besitzt das Zentrum und der Sieg gehört uns! Oh nein, das machst du nicht! Nicht jetzt! Dieses Match gehört uns! Oh, Manu! Veltriack! Unglaublich! Die Drehgeschwindigkeit von Curveius verlangsamt sich! Er wirft Veltriacks Attacken nicht mehr ab! Das ist es! Du musst dir die Bewegung deines Bases vorstellen! Drehen! Drehen! Verstehst du? Gute Taktik, Vault! Zeig ihm, wer der Boss ist! Die Geschwindigkeit des Rush-Launch hat ihn in Führung gebracht. Sehr gut gemacht, Vault! Hat Curveius Spitze was nötig ist, um den Stand zu halten? Ja! Curveius! Holy Deer! Veltriack! Curveius ist gebusten! Hä? Burst Finish! Vault Aoi erhält zwei Punkte und gewinnt mit 2 zu 1! Victory Veltriack hat gegen alle Wahrscheinlichkeit einen unglaublichen Endspurt hingelegt! Wie ist das denn passiert? Das ist mein großer Bruder! Ja, er hat gewonnen! Ich glaub's nicht, du hast ihn besiegt! Bin froh, dass dein Ego nicht im Weg stand! Er weiß, wie man sich konzentriert, wenn's drauf ankommt. Ich bin beeindruckt. Ich wusste es. Er hat wirklich eine spezielle Verbindung zu diesem Bay. Danke, Veltriack! Wir haben es geschafft! Veltriack! 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 Ich frag mich, was für ein Bay-Diner ist Daigo, der, der gewinnt, was sonst? Cooler Wettkampf! Schlag ein! Was? Hände schütteln? Wie kommst du darauf, dass wir deine Hand schütteln würden? Oh nein, wir werden deine Hand nie schütteln! Seid nicht so schüchtern! Oh, cool! Ich verstehe! So funktioniert diese Puppe! Häng er weg! Was bildest du dir ein? Gib mich so zurück! Komm schon! Was ist so schlimm daran? Hör auf damit! Wenn ich fertig bin! Ich werde! Das Teil ist klasse! Häng er weg! Gib ihn zurück! Komm schon! Fang mich! Also sag mal, was genau machen die beiden da? Sieht aus, als würden sie spielen. Ich glaub, das bedeutet, dass sie schon Freunde sind. Veltriack! Veltriack findet überall neue Freunde, ganz egal, wo er hingeht. Wir haben uns wirklich kurz Sorgen gemacht, Kleiner! Ich wollte so sehr, dass der Start cool aussieht, dass ich zu viel Kraft hineingesteckt habe. Gut gemacht, aber wir müssen einen coolen neuen Move für dich finden, damit's interessanter wird. Gut, ich kann helfen. Als Künstler habe ich ein gewisses Flair. Was versuchst du zu sagen, Honcho? Im Ernst? Nicht alle können es sich leisten, jeden Tag ein Cape in der Schule zu bringen? Das ist kein Cape, okay? Was ist das? Nein, es ist kein Cape! Wenn du alle mal genauer hinsehen würdest, dann würdest du das auch sehen. Hey, Shu, viel Glück bei deinem Nächsten weglaufen! Du bist nach dem Nächsten dran, oder, Shu? Du solltest besser nicht verlieren. Ja. Auf keinen Fall wird er verlieren. Ich meine, komm schon, er ist wie ein Superheld. Sag der Typ im Cape! Ich probiere eben mal was Neues! Okay, Blader, im Block A beginnt in Kürze der zweite Wettkampf der zweiten Runde. Die Blader in diesem Wettkampf sind Daigo Korogami und Melos Nikota. Okay, Dark Doom Sizer, machen wir's kurz und schmerzlos. Also Daigo Stark Doom Sizer ist ein Angriffstyp, und mein Bey ist ein Abwehrtyp. Offensichtlich hab ich einen klaren Vorteil. Was haben wir hier? Ein weiteres Duell zwischen einem Angriffs- und einem Abwehrtyp! Das erinnert uns natürlich an das erste Match! Wie kann die Weltwerk mit Doom Sizer vergleichen? Ich werde einfach zeigen müssen, wie viel stärker mein Bey ist. Oh, das ist ja super! Noch so ne Blader-Diva auf der Bühne! Ja, aber... er sieht auch sehr stark aus! Hä? Was?! Innerhalb von zehn Sekunden seiner ersten Runde hatte er einen Burst-Finish?! Ich brauche in dieser Runde nur fünf. Habt ihr das gehört?! Daigo sagt heute einen Sieg in fünf Sekunden voraus! Kann er das schaffen?! Niemals! Was?! Das ist unglaublich! Huh?! Fünf Sekunden spinnst du?! Willst du wirklich meine Fähigkeiten beleidigen?! Ich sag doch nur, wie es ist... Es steht viel auf dem Spiel und die Gemüter sind erhitzt! Der Battle heizt sich auf, bevor er überhaupt angefangen hat! Erster Battle! Auf die Plätze! Fertig! Drei! 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 EIN! Let it do it! Burst-Finish! Und mit nur einem Schlag! Dark Doom-Sizer! Burst-Finish! Mit zwei Punkten wird Daigo Kurugami zum Sieger erklärt! Unglaublich! Genau wie er vorhergesagt hat, hat er seinen Gegner in genau fünf Sekunden pulverisiert! Wir haben einen neuen Meisterschaftsrekord! Ich kann's kaum glauben! Dieser Typ ist der Hammer! Seht mal wie der angibt! So ein Verhalten ist total unnötig! Oh Mann! Ich hab mich noch nie so sehr auf meinen nächsten Deckel gefreut! Ha! Das war ein krasser Move! Naja, bald wirst du dasselbe Schicksal erleiden! Na das werden wir ja sehen! Mein Bay Wild Wyvern ist ein starker Gegner! Hä? Was ist da los? Hä? Und ein weiteres Burst-Finish innerhalb von fünf Sekunden! Er steht gleich auf mit Daigo Kurugami! Und der Sieger ist Shu Kurenai Storm Sprizen! Sprizen gilt klar als der Top-Favorit der Meisterschaft! Sowas nennt man überwältigende Power! Oh Shu! Du bist der Coolste! Total ummerklasse! Er weiß definitiv was er da oben macht! Und Volt hat seinen Wettkampf auch gewonnen! Unsere Schule hat viele Super Blader! Also ich denke Volt ist so weit gekommen wie er kommen konnte! Hm? Es gibt nur einen Blader den ich besiegen muss und das ist Shu Kurenai! Oh ich kann es kaum erwarten bis zum Finale! Hm? Shu! Haha! Du bist so mega stark! Ich schätze dein ganzes Training war wirklich keine Zeitverschwendung! Das war wirklich unglaublich! Im Ernst! Schätze schon! Also ich kann nicht sagen dass es mich sehr überrascht hat! Denn ich meine ehrlich! Du musst gut sein um mein Gegner zu sein! Denn wenn wir kämpfen ist es total so als würden wir uns ster... Uns ster... Gegenseitig stärker machen? Genau das ist es! Wir machen uns gegenseitig stärker richtig? Und dann sehen wir uns im Finale! Ich bin so geflasht! Gegner zu sein ist das allerbeste! Ich glaub du vergisst jemanden! Klare Sache! Du kannst doch auch mein Gegner sein Honcho! Aller erste Sahne! Ich glaub ich kann euch grad nicht folgen! Macht dir mal keine Gedanken! Ich hab das alles unter Kontrolle! Diese Beyblade Battles! Ich krieg einfach nicht genug von ihnen! Ich bin so geflasht! Ich bin so geflasht! Ich bin so geflasht! Ich habe die beste Idee aller Zeiten. Ich werde einen Weltclub in der Schule eröffnen. So können wir üben, wann immer wir wollen. Zuerst muss ich Leute finden, die mitmachen. Ich werde fünf Leute überzeugen, mitzumachen. Nein, zehn. Nein, hundert. Millionen Leute. Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Beyblade Club, wir legen los. Drei, zwei, eins. Let it rip. Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Ich bin bei den Bezirksmeisterschaften angetreten und habe gegen Rantaros Raging Rock Tabor in meinem ersten Battle gekämpft. Und ich habe gewonnen. Das darf doch nicht wahr sein. In meinem zweiten Battle habe ich Ken Midorys Kobayus die Stirn geboten. Das war echt hart. Zum Glück habe ich es geschafft, gegen ihn zu gewinnen. Mein zweiter Sieg! Jetzt bereite ich mich auf den Kampf gegen Daigo Kurogami vor. Er ist ein extrem starker Blader. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ich kann es kaum glauben, dieser Typ ist der Hammer. Oh, 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 oh! Let it rip! Unsere Bays Zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das Perfektes Spiel Wenn's dich erwischt Bleibt dran am Tier Du gibst nicht nach und du gibst nicht auf. Denn in mit unserer Zeit und unser Leben Beyblade Burst, weil wir da draußen unser Bestes geben. Beyblade Burst! Beyblade Club, wir legen los! Beyblade Burst! Turku, Nika, holt euren Bruder aus dem Bett. Okay. Er ist nicht da. Ist er vielleicht früh raus und gegangen? Wolke Wind wieder! Hatten wir uns denken können. Los geht's! Bereit und... Es klemmt! Es funktioniert nicht! Hör auf zu blockieren, okay? Alle werden uns auslachen. Hier ist er da runtergekommen. Wollt man auf! Also echt jeden Morgen! Du wirst zu spät kommen! Los launch! Ah! Ah! Bitte sag mir, dass heute schon Samstag ist. Nein! Ich sehe, dass du es heute geschafft hast, anzukommen, bevor dein Unterricht beginnt. Meistens komme ich genau in dem Moment, wenn es klingelt. Schafft er es in die Klasse? Ja! Er ist durch! Hm. Ich meine, tut mir leid, Sir. Ich gebe mir mehr Mühe. Es ist schön, dass du bei der Beyblade-Meisterschaft so gut abschneidest. Aber die Schule ist trotzdem wichtig. Ich weiß, Sir. Und das bringt mich auf eine Idee. Oh, wirklich? Ich hoffe, sie hat etwas mit deinem Wecker zu tun. Für die Schule aufzustehen wäre leichter, wenn wir hier einen Beyblade-Club hätten. Und wie wäre das hilfreich? Wie bei Fußball, Volleyball und Kunster-Ges. Es baut Begeisterung für die Schule auf. Ein Beyblade-Club würde uns sehr dabei helfen, neue Fokustechniken und Strategien zu lernen. Das könnte durchaus sein. Was sagen Sie? Bitte! Yeah! Los geht's! Leute! Wollt ihr beim Beyblade-Club mitmachen? Ich bin schon beim Baseball. Basketball. Total beschäftigt mit der Theatergruppe. Hey, tretet den Beyblade-Club bei. Okay, solange es noch freie Plätze gibt. Jetzt oder nie! Tut mir leid. Ich kann nicht. Was ist mit dir? Hab zu viel zu tun. Du? Ich passe. Also? Nein! Willigstens kann ich mich darauf verlassen, dass du dem Club beitrittst. Wovon redest du da? Du weißt doch, der Beyblade-Club, den ich aufmache. Du hast die Erlaubnis? Er weiß, dass ich mehr trainieren muss. Ich verbringe viel Zeit in seinem Büro. Wir sind dicke. Jetzt! Drei, zwei und eins! Let it rip! Drei, zwei und eins! Let it rip! Jetzt hab ich's! Das Beste am Club werden die coolen Battles sein. Die werden uns super auf die bevorstehende Meisterschaft vorbereiten. Ach, ist das so? Dir entgeht ja überhaupt nichts. Wenn genug Leute beitreten, könnte uns die Schule unseren eigenen Trainingsraum und alles geben. Wie bei den Profis. Aha. Aber um einen offiziellen Club zu gründen, brauchen wir mindestens fünf Leute. Und wie viele haben wir jetzt? Nur einen. Äh... Nein, vergiss das zwei! Mit dir! Ich glaub, wir brauchen vielleicht mehr. Jedes großartige Team fängt mit wenigen Spitzenspielern an. Also ich inspiriere ja Leute. Okay, ich bin dabei. Ich bin froh, dass das klar ist. Und jetzt zu den Trikots. Als Kapitän entscheide ich... Kein grelles Pink, das tut niemandem einen Gefallen. Mit großem Stil kommt große Verantwortung. Hey, mach mal halblang. Hast du ein Problem? Ich hab die Erlaubnis für den Club bekommen, also bin ich Kapitän. Genau das hab ich befürchtet. Außerdem erwarten die Leute einen Champion. Na gut. Wir klären das mit einem Battle. Ist mir recht. Es gibt nichts, das ich besser kann als gewinnen. Okay, Leute, wir machen ein Battle, um zu entscheiden, wer der Leiter des Beyblade Clubs wird. Vorausgesetzt, wir finden fünf Mitglieder. Ich werde dir zeigen, wie man deinen Moves etwas Flair hinzufügt. Wir fangen an. Erster Battle. Ich hab Rantaro beim ersten Kampf der Bezirksmeisterschaft geschlagen. Aber er hat mich besiegt, als wir das letzte Mal gekämpft haben. Ich hab mich von einem Gegenangriff erwischen lassen, nachdem ich meinen Rush Launch vermasselt hatte. Wir werden es nicht wieder so weit kommen lassen. Richtig, Valtryek? Ich muss zugeben, er ist jetzt viel besser als das erste Mal, als wir gekämpft haben. Aber hey, das bin ich auch. Wir zeigen's ihm, oder nicht, Rocktower? Ich kenne ihn. Er wird es mit seinem Rush Launch versuchen. Mann, ich weiß nicht, wie er einen Power-Abwehrtyp wie King Kabei es knappen konnte. Er hatte in seinem ersten Schlag eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit. Aber ich weiß, was er bringen wird. Und ich weiß, wie ich seinen Angriff aushebeln kann. Bereit? Auf die Plätze. Drei, zwei, eins. Let it rip! Valt beginnt mit seinem typischen Rush Launch. Überraschung! Den hab ich ja gar nicht erwartet! Rantaro bringt Rocktower über die Außenwande. Er ist jetzt fast am Rand. Schießt er normalerweise nicht runter ins Zentrum? Ja, tut er. Indem er außen kreist, kann Rocktower Valtryek's Attacken ausweichen. Hä? Ich glaub nicht, dass Valtryek's Angriffspower etwas bringt, wenn er mich nicht treffen kann. Es gibt dieses berühmte Sprichwort über den Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt, oder? Das bedeutet, wenn du so weitermachst, wirst du mich niemals kriegen. Valtryek kommt nicht nah genug ran, um Schaden anzurichten. Rantaro muss schlauer sein, als er aussieht. Du musst fair spielen, du kannst dich nicht nur verstecken. Du bist nur sauer, weil du nicht selbst draufgekommen bist. Valtryek, lass ihn nicht davon kommen! Du musst ihn kriegen! Viel Glück damit! Los! Hey, was? Jetzt haben wir ihn! Das ist ein Treffer! Rocktower wurde ins Zentrum gezwungen. Das hab ich nicht kommen sehen! Meine Zeit ist gekommen. Jetzt Rush-Launch! Lass dich nicht unter Druck setzen! Das ist eine Volle! Und? Schnapp ihn dir! Du kannst mich nicht bewegen! Und so wird das gemacht! Valtryek wurde auf einen One-Way-Flug geschickt. Und Rocktower ist sicher in der Arena. Wie bitte? Meine Damen und Herren, ich kann es nicht glauben! Es ist ein Burst-Finish! Also das kam unerwartet! Also dann, was passiert jetzt? Äh, also was da gerade passiert ist, das war irgendwie alles zur gleichen Zeit. Ist das jetzt ein Unentschieden? Wartet, Moment mal! Es war kein Unentschieden. Ich hab alles gesehen und Rocktower ist zuerst explodiert. Aber... Habt ihr überhaupt zugesehen? In der Sekunde, als Rocktower geborsten ist, war der Kampf vorbei. Egal wie man es sieht, Valtryek hat gewonnen. Meinst du das wirklich? Er ist auf unserer Seite? Es war allerdings superknapp. Es ist ein Burst-Finish für Volt! Mit zwei Punkten gewinnt Valtryek! Ja! Du bist ziemlich gut geworden! Ich finde, du solltest dich bei mir bedanken für meine ganze Hilfe und so. Aber sicher! Also ich bin froh zu sehen, dass du gelernt hast, zu gewinnen ohne peinlich zu werden. Oh Mann, danke! Das verdanke ich alles nur dir, Valtryek! Also heißt das, dass du jetzt der Club-Kapitän bist? Das ist so cool! Eigentlich glaube ich nicht, dass ich zum Kapitän geschaffen bin. Was? Hä? Hey Oberhorn-Show! Was hältst du davon, dass wir erst entscheiden, wer den Club leitet, wenn wir alle Mitglieder haben? Hey, klingt gut! Was immer dein Bail zum Drehen bringt, Kumpel! Danke für das Spiel! Ich gehe und besorge uns ein paar neue Mitglieder! Ich habe eine tolle Idee, wer dem Club als nächstes beitreten sollte! Wer soll das sein? Hä? Wer muss lernen, wie man einen Abgang macht, ohne eine Szene zu machen? Danke, dass du mich gerettet hast! Ich verspreche, ich werde dich nie vergessen! Und ich würde es wieder tun, egal wie stark der Gegner oder wie groß der Drache ist! Du bist mein Held! Oh, pass auf, der Drache! Hört auf zu knutschen und schaut hinter euch! Ist das wahr? Ich wusste nicht, dass Ken Freunde hat! Ich halte ihn für einen Freund! Ich sage es nur ungern, aber wir sind mit dem Puppentheater sehr viel auf Reisen! Deshalb ist es schwierig für Ken Freunde zu finden! Ich bin froh, dass er dich hat! Das wusste ich nicht! Es ist schön zu wissen, dass du dich um ihn kümmerst! Na klar, mache ich gerne! Mrs. Ken's Mom! Schön, dich kennenzulernen, Ken's Freund! Bist du traurig? Hey, hast du etwa was gegen traurig sein? Beruhige dich, Stinkstiefel! Ich sage ja nur, dass ich hier bin, um dir zuzuhören, wenn du reden willst! Hey Leute, was geht ab? Hä? Hä? Was ist das? Ein Überfall? Ich bin hier, um dich persönlich in den Beyblade Club einzuladen! Worauf willst du hinaus? Meinst du das ernst? Bisher sind Honcho und ich die einzigen Mitglieder, aber wenn du beitreten würdest, könnten wir bald ein echtes Team haben! Träum weiter, Junge! Es wäre so klasse! Na komm schon, was sagst du? Mach doch mit! Ich glaube, du vergisst was! Wir sind bittere Feinde! Oh, richtig, hatte ich vergessen! Wir sind keine Feinde, wir sind Gegner! Gegner? Ja, das heißt, dass wir auch Freunde sein können! Du willst mein Freund sein? Na klar, sind wir das nicht schon? Was denkst du? Na ja, irgendwie schon! Fantastisch! Aber nur unter einer Bedingung! Hä? Und das wäre? Wir treten nur bei, wenn wir gegen Shou kämpfen können! Was? Ja, ich meine, er ist dein Freund, oder nicht? Ja! Also, dann sollte es leicht für dich sein! Aber wieso willst du gegen Shou kämpfen, statt gegen mich? Na ja, weil gegen dich haben wir schon verloren, aber gegen ihn haben wir eine Chance! Bitte? Keine weiteren Fragen! Also, haben wir ein Deal? Äh... Sicher, haben wir! Shou, ich bitte dich! Kämpf gegen Ken, damit er den Club beitritt! Ich trainiere gerade! Ich verstehe, aber das könnte auch als Training gelten! Ken Skobelius ist ein wirklich zäher Bey! Und seine einzige Bedingung ist, dass er durch einen Kampf mit dir etwas lernt! Ich vermute sogar, dass er heimlich einen fiesen Plan hat, um deinen Bey für immer Platz zu machen! Ist das so? Ja, das hab ich gehört! Beweis ihm doch das Gegenteil, außer du glaubst, du verlierst! Komm schon, was sagst du? Okay, in Ordnung! Leg einen Zeitpunkt fest! Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann! Hey, Ken! Shou sagt, dass er gegen dich kämpfen wird! Oh, endlich treffen wir uns! Ganz schön schwierig, dich persönlich kennenzulernen! Ich kenne dich! Ich hab dich gegen Vault kämpfen sehen! Wow, du hast mich tatsächlich kämpfen sehen? Ja, der Puppentyp! Wie könnte ich dich vergessen? Pass auf! Wir haben hierfür sehr lange trainiert! Wie cool du bei den Meisterschaften bleibst, ist beeindruckend! Das weiß ich zu schätzen! In Ordnung! Lasst uns anfangen! Und der erste Battle! King Kerbeos ist ein Abwehrtyp! Seine Abwehrachse gehört zur schwersten Klasse! Storms Pryzen ist ein Balance-Typ! Er arbeitet mit der perfekten Balance zwischen offensiven und defensiven Mitteln! Wenn er mit seinem typischen Stil antritt, wird das ein langer, defensiver Battle! Wird er mit einem Angriff starten? Oder abwarten und verteidigen? Was von beidem? Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Also, er geht auf Nummer sicher! Du hast die Deckung aufgestellt, wie ich's erwartet hab! Falls du das hinaus zögern willst, Kerbeos kann warten! Ich hatte nie vor, mich zurückzuhalten! Jetzt! Spryzen! Spryzen greift zuerst an! Treff ihn dort, wo's wehtut gegen Kerbeos! Komm schon, Spryzen! Zeig, was du kannst! Kerbeos hat die Stellung! Schick ihm keinen Zentimeter! Zwei der unglaublichsten Beyblades! Kämpfen hier direkt vor mir! Okay, jetzt! Vernichte ihn jetzt! Sie sind auseinander! Ha! Wir lassen ihn einfach ein bisschen kreisen! Das macht Spaß! Ach, denkst du? Ha? Sieht so aus, als würde Kerbeos langsamer werden! Keine Chance! Spryzen weiß genau, wie man einen langen Kampf durchhält! Das ist der Vorteil eines Balance-Typs! Ein Survivor-Finish! Storm Spryzen holt den Sieg! Das ist ein Punkt für Shu! Du warst schon so nah dran! Nächstes Mal hältst du vielleicht ein bisschen länger durch und gewinnst! Wir brauchen dein Mitleid nicht, Kollege! Hä? Wir haben noch einen zweiten Battle, um aufzuholen! Ja, dann lasst uns gleich mit dem nächsten weitermachen! Wir sind aufgewärmt! Bereit für echte Puppen-Power? Du verschwendest sehr viel Energie, wenn du dich so ärgern lässt! Was? Hm... Zweiter Battle! Wird er wieder mit einem Angriff anfangen oder zur Verteidigung wechseln? Wofür entscheidet er sich? Ich hab nicht lange genug durchgehalten! Ich hab's ganz falsch angelegt! Scheint, als würde er an sich zweifeln! Das ist seine größte Schwäche! Das wirkt sich definitiv auf seine Konzentration aus! Ich muss das ausnutzen, bevor er es bemerkt! Bereit? Auf die Plätze! Eine, drei, zwei, eins! Let it rip! Da! Ich glaub, Kobayus wird zuerst angreifen! Diesmal haben wir ihn! Da liegst du richtig! Erhebe dich, King Kobayus! Alles klar! Storm Spreisen! Vorsicht! Shu hat die Drehrichtung umgekehrt! Jetzt lernst du die Geschicklichkeit und die Macht von Spryzen kennen. Sieh her! Counter-Break! Er ist gecrashed! Hm. Ha! Shu gewinnt mit einem klassischen Burst-Finish. Ein Counter-Break, hä? Ich sag's nur ungern, aber dieser Typ da ist echt cool! Gutes Spiel, Leute, guter Spiel. Hey, mach's dir bloß nicht zu gemütlich! Denn wir werden definitiv gegen dich gewinnen! Beim nächsten Mal! Vorausgesetzt, du kämpfst doch mal gegen uns, okay? Ach. Welche Puppenstimme bist eigentlich wirklich du? Hä? Alter, sie sind beide du, hab ich recht? Fang nicht damit an! Kero spricht nicht gerne über Gefühle. Hm. Hm? Hey, warte! Du trittst doch dem Club bei, richtig? Hä? Er hat gesagt, er würde beitreten, also wieso ist er weggerannt? Aber ich wette, dass du beitrittst, denn ich meine, niemand würde Nein zu einem Bayblade-Club sagen, oder? Ich bin kein Typ, der einem Club beitritt. Oh! Man sollte immer alleine trainieren. Höh! Ah! Das ist nicht wahr! Du kannst schließlich auch nicht gegen uns... Ein Counter-Break, hä? Hm. Ich frag mich, wie gut er im letzten Jahr geworden ist. Mein Battle gegen Shu wird legendär. Ich komme! Eine Minute bitte! Ja, hallo? Wer ist da? Hi! Hallöchen! Ah! Was ist los, Mom? Da ist etwas Gruseliges vor der Tür! Hä? Oh, das nehme ich zurück. Ein Freund von dir, Ward? Ja, das ist mein Freund Ken! Vergnügen, sie kennenzulernen! Schön, euch kennenzulernen. Darf ich euch was zu trinken anbieten? Ja, die Ironie! Macht ihr ein Puppenspiel? Oder seid ihr hier, weil ihr sauer seid, dass ihr gegen Schuh verloren habt? Nichts davon! Wir wollen dem Bayblade-Club beitreten! Also, es war nett! Hey, wartet mal kurz! Ich sagte, wartet! Lass mich los! Komm schon, wieso die Eile? Ehrlich, bleib doch noch ein bisschen! Ein Freund von Ward ist hier immer willkommen! Nein, nein, wir können nicht bleiben! Du bist doch gerade erst gekommen! Ich geh nach Hause! Jetzt reicht's! Du wirst dich hinsetzen und mit uns essen! Äh, ja, Ma'am! Wir werden ihn sehr verbunden! Gute Antwort! Meine Mom backt super lecker! Ja! Nur noch zwei Mitglieder! Dann ist der Club offiziell! Mein Gegner in der dritten Runde ist Daigokuro Gami! Ah, er macht mich so wütend! Wenn ich ihn besiegen will, muss ich ernsthaft trainieren! Ich werde meinen Rush Launch perfektionieren müssen! Das bedeutet Training, Training und noch mehr Training! Nächstes Mal bei Bayblade Burst! In die Dunkelheit! Dark Doom Sizer! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Bayblade! Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Willkommen zurück, Blader! Seid ihr bereit für den zweiten Tag voller Bayblade-Action? Unser nächster Wettkämpfer ist Wild Vibrant Blader, Wackia Murasaki! Er sieht sehr gechüt aus. Draußen auf der Straße redet man davon, dass er diese Meisterschaft schon in der Tasche hat! Zeit für den ersten Battle des Tages! Schnallt euch an, dass wird eine verrückte Fahrt! Auf die Plätze! Fertig! Drei, zwei, eins! Let it rip! Wild Vibrant zieht absolut schnell hinein! Die Tatsache, dass ein Gegner auch ein Abwehrtyp ist, macht ihn anscheinend nicht langsamer! So lahm. Ich hab auf eine interessantere Herausforderung gehofft. Ich würd sagen, du hast bestenfalls noch drei Sekunden. Bereit? Dann pass mal auf. Drei, zwei und eins. Es ist ein Morph-Finish! Wackia Murasaki gewinnt mit einem Punktgestand von zwei zu null! Ich hatte so eine Ahnung, dass er so weit kommen würde. Oh, 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 oh! Unsere Zeit und unser Leben! Bay Blade Burst! Komm schon! Weil wir da draußen unser Bestes geben! Bay Blade Burst! In die Dunkelheit! Dark Doom-Sizer! Bay Blade Burst! Hey, Leute! Ich hab mein Battle in der zweiten Runde der Bezirksmeisterschaft gewonnen. Ziemlich klasse, oder? Deshalb muss ich mich wieder aufladen für den nächsten Battle. Walt, würdest du endlich aufstehen? Okay, bereit, Nika? Hier! Eins, zwei, drei! Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Leute! Warte eine Sekunde, Walt! Späte Mahlzeiten können Sodbrennen oder Magendruck verursachen. Zum Glück gibt es Gabi's Con. Es wirkt spürbar schnell und bildet eine einzigartige Schutzbarriere gegen saures Aufstoßen, im Stehen und sogar im Liegen. Für eine langanhaltende Linderung bei Sodbrennen, vertrauen Sie jetzt Gabi's gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Paktik-Ballage und fragen Sie den Rats in der Apotheke. Und du bist zu spät! Jeder Mann! Wird präsentiert vom Honda Civic. So knapp, aber es fühlt sich so weit an. Warum stelle ich überhaupt einen Wecker? Was auch immer dein Bell kreisen lässt. Das war hart. Hm? Hey, du da. Ist dein Name nicht Voltaoi? Warte, ist das nicht? Sag's mir! Komm schon, Alter! Weißt du nicht mal, wer der nächste Gegner ist? Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen exzeptieren. Lass die Ernte beginnen! Hier ist was T-Rex auf. Far Cry 5. Jetzt erhältlich. Dieser Rushdown von dir ist krass. Du bist wirklich ziemlich gut. Der DFB-Pokal wird Ihnen präsentiert vom neuen T-Roc. Volkswagen. Offizieller Partner des DFB-Pokals. Ich bin genauso schockiert wie du, Kumpel, glaub mir. Ich habe mir das gerade schon angucken können am Spielfeldrand. Und das stößt bei mir auf sehr viel Unverständnis. Ich glaube, dass genau für solche Spiele der Videoschiedsrichter eingeführt wurde. Dass eben solche Spiele nicht durch eine Fehlentscheidung entschieden werden. Und ich verstehe einfach nicht, wieso er nicht noch eine Sekunde wartet, bis der Ball hinter der Linie ist. Und dann kann er sich auch nach Regelwerk die Szene nochmal an der selten Linie angucken. Der Tag hat blöd angefangen, aber er wird immer besser und besser. Lass uns anfangen. Daigo, bereit? Ja, es kann losgehen. Das wird so krass werden. Der Bay von Daigo heißt Dark Dune Sizer. Er ist auch ein Angriffstyp, so wie Vault. Zum Glück hat Vault ein paar Skills drauf. Daigo ist erledigt. Lasst uns anfangen. Der erste Battle. Hm. Auf die Plätze. Drei, zwei, eins. Let it run! Was? Das glaube ich aber nicht. Äh, das ist ein Survivor-Finish für Valtryek. Der erste Punkt geht an Vault, schätze ich. Verdammt! Letztes Mal hat Daigo aber anders gespielt. Vielleicht war es eine einmalige Sache. Daigo, was ist denn los? Bist du vielleicht nervös oder sowas? Hm, mach mal halblang. Hä? Natürlich habe ich das mit Absicht gemacht. Das verstehe ich nicht. Was meinst du? Was hast du davon, Absicht dich zu verlieren? So konnte ich mir dein Wash Lounge genauer ansehen. Den und alle deine kleinen Schwächen. Oh! Oh! Daigo! Warum hast du das getan? Worüber bist du so sauer? Ist das dein Ernst? Ups, hab ne Sauerei gemacht. Räumst du auf. Valtryek! Bleib sofort stehen! Geh aus dem Weg. Entschuldige dich! Sag, dass es dir leid tut! Nein, Vault! Komm schon, sei nicht so ein Baby. Daigo, das vergeb ich dir niemals! Alles okay? Hey, warte! Wo gehst du hin? Warte, Vince! Man hat mir gesagt, es geht ohne Kreislauf-Training! Das habe ich mir gedacht. Wenn er sich so aufregt, wird sein Wash Lounge total nutzlos sein. Let it rip! Let it rip! Let it rip! Nicht gut. Du hast die ganze Zeit keinen einzigen Wash Lounge geschafft. Ja, als ob ich das nicht gemerkt hätte. Denkst du, Daigo hat vielleicht was damit gemacht? Ihn irgendwie sabotiert? Mein Bay ist hier nicht das Problem. Ich muss einfach mehr trainieren. Es ist allein meine Schuld. Ich werde das tausendmal machen, so oft es sein muss. Nummer eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! 256! 257! Morgen, Sonnenscheinchen! Springt auf! Ich bring euch nach Hause! Was ist mit Volt? Der kommt schon klar! Kommt schon! Und obselat! Der did rip! Wir drei haben genug für heute, Kumpel. Mann! Echt jetzt! Es hat keinen Zweck! Was mache ich bloß falsch? Ups, hat eine Sauerei gemacht, Ronstowau. Das kann nicht sein! Keine Sorge, Valtryek! Ich werde nicht zulassen, dass dir sowas nochmal passiert! Alles klar! Zeit für den Wash Lounge! Hey, Valt? Hörst du mich? Valt! Reiß dich zusammen! Was ist passiert? Ich bin eingeschlafen. Du isst besser was. Das ist so eine gute Idee. Das ist super lecker! Mehr davon, bitte! Wie viele hast du schon weggeputzt? Oh, naja, bitteschön. Wow, 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 wow! Es ist wie ein Buffet, aber umsonst! Wie nennst du das denn? Es heißt Spaghetti Carbonara. Und bitte, sprich nicht mit vollem Mund. Das Beste aller Zeiten! Kaum zu glauben, dass ich dich das noch nie gefragt habe, aber wie hast du gelernt, so zu kochen? Ach, das ist was, bei dem ich schon immer sehr gut war. Mit verschiedenen Gewürzen zu experimentieren und sowas. Ja, bist du! Also, diese Carbo, was auch immer, ist gut, aber für die neapolitanische Soße geb' ich die Bestnote. Hm. Bis später! Tschüss! Auf Wiedersehen! Also, macht's dir was aus, mir zu erzählen, wieso du so hart trainierst? Es ist der Rush-Launch. Ich weiß nicht wieso, aber auf einmal krieg ich ihn nicht mehr hin. Hä? Nach der Schule bin ich heute gegen diesen Daigo Korogami angetreten. Deinen Wettkampfgegner. Seine Haare sind viel struppiger als meine. Und seine Moves sind immer so extrem cool. Es ist unfair, was er mit Valtteriak gemacht hat. Das sieht nicht gut aus. Hey, weißt du was? Dieser Puppentyp hat mich heute besucht. Es war die beste Show, die ich je gesehen hab. Und jetzt sind wir sogar Freunde geworden. Schön. Wir hatten so viel Spaß. Und weißt du noch was, Daigo? Daigo? Die Besuchszeit ist fast vorbei. Alles klar. Bis später, Bro. Du hast morgen wieder einen Bettel, richtig? Das ist super. Mach ihn fertig. In Ordnung, Ryota. Du brauchst aber auch ein wenig Ruhe vor dem großen Spiel morgen. Ja, schlaf ein wenig. Hast du deine Zähne geputzt? Aha. Keine Sorge, kleiner Bruder. Den Sieg hab ich in der Tasche. Das war's first! Das war's first! Hallo, Jungs und Mädchen. Wir sind bereit für die dritte Runde der Bayblade-Betsitzmeisterschaften. Wir stellen jetzt die Blader für unser erstes Match vor. Gegen alle Erwartungen ist unser erster Kandidat aus dem Nichts gekommen. Darf es vorstellen. Rot-Aoi! Und sein Gegner, einer der Favoriten auf den Sieg, ein geheimnisvoller Blader, Daigo Kurogami. Nicht vergessen. Kaboom. Komm und sag das doch mal! Krieg dich ein, du musst Klasse zeigen! Du weißt, dass er dich nicht hört, oder? So ist Volt eben. Er verliert die Fassung. Beruhig dich jetzt, Volt! Du hast gut trainiert. Du hast alles unter Kontrolle. Denk dran, immer ruhig bleiben. Aber hallo, ich kann diesen Typen nicht ausstehen! Der erste Battle! Mach dich auf ne Überraschung gefasst! Das funktioniert viel besser, als ich dachte. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it win! Das hatten wir schon mal! Seht euch das an! Vertriex Landung ist ziemlich wackelig! Vertriex! Daigo Kurogamis Start ist perfekt! Dieser Battle wird gleich vorbei sein! Hau ihn raus, du Sizer! Oh nein! Und Vertriex wurde aus der Arena geworfen! Doom Sizer bekommt einen Punkt für sein Bring-out-Finish! Kein Problem, Volt! Hm, ein Punkt noch und das war's. Ist das Glück nun doch aus diesem Bay-Blake-Märchen gewichen? Kann er ein weiteres Wunder vollbringen? Nicht die Zeit, nachdenklich zu sein! Er wird hier ausgespielt, aber sowas von. Hey Kleiner, ist alles okay bei dir? Du siehst ein wenig verunsichert aus. Ja, ich kann nicht so weitermachen. Aber was sind meine Optionen? Was muss ich tun, um diesen Typen zu besiegen? Komm schon, öffne deine Augen. Daigo ist nicht dein größter Gegner, das bist du selbst. Was soll ich tun? Im Gegensatz zu einigen von uns, hat er die Grundlagen drauf. Grundlagen? Okay. Der zweite Battle. Hey, seht euch deine Hände an! Er hält den Starter flach. So legt man keinen Rush-Launch hin. Nur einen Punkt vor dem Aus. Kann Boat-Aoi noch ein Combat starten? Ich muss mich an die Grundlagen erinnern. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Ein! Let it rip! Diesmal hat es geklappt! Er ist schneller als jemals zuvor! Vertrieg kommt hereingeschaffen und zielt direkt auf Doom-Sizer! Das ist es, Vertrieg! Tempo ist nichts. Los, Doom-Sizer! Welcher war der Erste? Ich weiß nicht. Hä? Das ist ein gleichzeitiges Burst-Finish. Keine Punkte vergeben. Ist das zu glauben? Ein Unentschieden! Wir machen weiter mit dem nächsten Battle! Du hattest einfach Glück. Hm. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Eins! Let it rip! Ich wusste es! Unmöglich, dass er den ersten Battle so leicht verliert. Es ist wieder passiert! Ein weiteres Burst-Finish! Wie lautet die Entscheidung diesmal, Schiedsrichter? Keine Punkte. Noch ein Unentschieden. Wie bitte? Das ist unglaublich! Dieser Battle ist weit mehr als episch! Vierter Battle. Let it rip! Unentschieden! Und wieder! Und wieder! Der sechste Battle wird mit derselben Entscheidung beendet. Ein Unentschieden! Und jeder Einzelne war ein gleichzeitiges Burst-Finish! Ein weiteres Unentschieden! Keine Punkte! Gut gemacht! Er schafft es! Das ist mein Freund! Ich kenne ihn! Das muss endlich aufhören. Alles klar! Okay, komm schon! Den Nächsten gewinnen wir! Ich kapier's nicht! Der achte Battle! Greif nach dem Sieg, Valtriek! Rein mit dir! Pass bitte auf! Vorsicht! In Ordnung! Gut erholt, Valtriek! Unentschieden! Nein, nicht schon wieder! Wird das jemals aufhören? Aber hey! Ich habe einen Lauf! Er lächelt immer noch! Das ist gut! Seht ihr das? Er nutzt seine Schwäche zu seinem eigenen Vorteil. Hä? Und da ist es! Das siebte Burst-Finish in Folge! Ich frage mich langsam, ob ich jemals eine Kaffeepause haben werde! Ihr wisst doch, wie Volt alles, was um ihn herum ist, vergisst, wenn er wütend oder konzentriert ist. Er verliert alles andere aus den Augen. Jetzt gerade ist nur ein Gedanke in seinem Kopf, wie viel Spaß er mit Valtriek hat. Er hat sogar seinen Frust vergessen. Nicht der höchste Buntstift in der Box! Hallo? Das sagt der Richtige! So einfach ist das nicht. Seht euch mal seine Beine an. Am Anfang hatte er sein linkes Bein vorne. Es ist andersrum! So wie er seinen Starter hält und die Richtung, in die er die Kette zieht, das ist ein total neuer Stil. Ich glaub nicht, dass ich selbst das so hinkriegen würde. Neuer Stil? Ich wusste, er hat tief drin Flair! Ja, und ohne es überhaupt zu wissen. Keine Sorge, Ryota. Das ist nur eine kleine Verzögerung. Ich werde das hier gewinnen. Egal, was es kostet. Hey, Daigo! Du hast ein paar krasses Geld drauf! Behalt's für dich. Mir ist egal, was du denkst. Ach, komm schon! Du musst zugeben, das passiert nicht so oft! Ich will fast nicht, dass der Battle aufhört! Hä? Daigo, noch einmal! Komm schon, bitte! Nur noch einmal! Ich will am liebsten für immer so weiterkämpfen! Ich will am liebsten für immer so weiterkämpfen! Können wir doch, oder? Wir können nicht immer tun, was du willst. Aber das ist wirklich das letzte Mal! Komm schon, bitte! Bitte, bitte noch mal! Na gut. Juhu! Schön! Bereit, wenn du es bist! Daigo, ich fühle mich, als könnte ich mit Leichtigkeit noch ein paar hundert Runden gegen dich weiterkämpfen! Der dreizehnte Battle! Er will wieder ein Urschlau und springen! Sag mal, Juhu! Ich weiß nicht, ob es an mir liegt und ich mir was einbilde! Was ist denn? Daigo sieht anders aus, findest du nicht? Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Du hast recht! Wir haben Spaß! Ja! Batsch, Riek! Los! Du sollst es ein Quätschieren! Ja! Der Sieg geht an Valtryak mit einem Burst-Finish! Volt Aoi gewinnt den Wettkampf mit einem Punktgestand von 2 zu 1! Ich kann mich kaum zurückhalten! Der Versuch ist eine sehr hässliche Emotion! Hm. Dieser lange, lange, lange Battle ist endlich vorbei! Er hat sich durch elf unentschieden gekämpft! Volt Aoi kommt weiter im Viertelfinale und ich komme zu meiner langersehnten Kaffeepause! Daigo! Was willst du? Das hat Spaß gemacht! In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so ein Battle! Ich hab mich gefragt, ob es wohl irgendwann eine Revanche gibt! Ich liebe es, mit dir zu kämpfen! Du bist der beste große Bruder aller Zeiten! Kann ich nur zurückgehen. Hallo Daigo! Ich hab die Neuigkeiten gehört. Das war ein ziemlich unglaublicher Battle gestern. Wer hat Ihnen das erzählt? Oh, deine Freunde, die gerade in Ryotas Zimmer sind. Verwandlung! Da ist er ja! Wo warst du? Sieh mal, ich bin jetzt größer als du! Was soll das denn hier bedeuten? Sie sind auf super geheimer Mission hier! Geheim! Sie sagen, dass du ein guter Blader bist und dass sie mit dir trainieren wollen, damit sie stärker werden. Weil du einfach super gut bist! Ist das ein Witz? Kein Witz! Ich will wieder gegen dich kämpfen! Was sagst du? Trittst du dem Bike Club bei? Ist das ein Ja? Hä? Auf keinen Fall! Was? Als ob ihr mit mir mithalten könntet. Träum weiter. Hey, komm schon! Du solltest uns eine Chance geben. Wir sind ziemlich gut! Hör zu. Hä? Tut mir leid, was ich getan hab. Mit Weltwerk. Was? So leicht kommst du mir nicht davon! Trennt den Bike Club bei! Komm schon, lach mit! Trennt den Bike Club bei! Bye, 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 weitreten! Hör auf damit! Kapituliere von meinem Willen, meld dich beim Bike Club an! Mach es, Talgo! Du weißt, dass du es willst! Du weißt, dass du es willst! Hey, ich reg mich immer so auf, wenn ich kämpfe! Ich darf nicht zulassen, dass mich das die Runde kostet! Vor allem, wenn ich sehe, wie hart Valtry erkämpft! Ich brauch die Unterstützung von allen, wenn ich besser werden will! Rockt das, oder was? Nächstes Mal bei Beyblade Burst! Bereit machen! Crashkurs! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade! Wo nicht nur die Base in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Okay, Schüler! Startklar für dein Beytraining? 100 Pro bin ich das! Es wird ziemlich intensiv werden! Hey, intensiv ist sowas wie mein zweiter Vorname! Ausgezeichnet! Die erste Übung ist Wischen, damit deine Arme stark genug sind für den Start! Kein Boden bleibt ungeschraubt! Nichts entgeht meiner Wischmopperfektion! Aha! Benutze deine Schultern richtig, Grazhüpfer! Du brauchst die Kraft der Schultern, wenn du deinen Bey startest! Bin dabei! Setz auch deine Armmuskeln ein, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe! Ja! Und vergiss nicht, eine starke Rumpfmuskulatur ist der Schlüssel zu ab! Rumpftraining? Verstanden! Fertig! Also, was soll ich als nächstes tun? Unterricht beendet, mein Schüler! Jetzt wasch dich und mach deine Hausaufgaben! Bald gibt's Abendessen! Okay! Das wird sich sowas von bezahlt machen! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht! Und sie sind nur für den Sieg gemacht! Wir wollen das perfekte Spiel! Wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel! Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Und ich lebe unsere Zeit und unser Leben. Bayblade Burst! Weil wir da draußen unser Bestes geben. Bayblade Burst! Bereit machen! Crashkurs! Bayblade Burst! Äh, wo ist er? Fettkampftag! Gute Arbeit, Kumpel. Du hast es heute rechtzeitig geschafft. Gut gemacht. Das ist unüblich für dich, aber ich weiß es zu schätzen. Wenn ich jetzt noch früh genug zur Schule käme... Das passiert nie. Das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Valtryek. Aber sicher, da hast du natürlich recht. Ich bin so aufgedreht. Ich kann die nächsten Battle kaum erwarten. Aber Schuh kämpft heute, nicht du. Wusstest du nicht. Du bist umsonst früh aufgestanden. Okay, Jungs und Mädchen. Willkommen zum zweiten Tag der dritten Runde hier bei der Bezirksmeisterschaft. Der erste Blader, der heute auf der Bühne stehen wird, ist kein anderer als der Top-Favorit dieser Meisterschaft. Schuh-Kurinai. Und er kämpft gegen das One-Hit-Wonder Atsudo Takagi. Schuh! Viel Glück! Und was auch immer du machst, bleib fokussiert. Lass dich von niemandem ablenken. Also achte nicht darauf, was dein Gegner anhat. Und auch nicht darauf, was der Ansager hat. Das reicht! Sieht aus, als wäre der Bay seines Gegners ein Angriffstyp. Hm. Und Schuh-Storms-Prizen ist ein Balance-Typ. Also, ich schätze, er hat keinen Vorteil. Stimmt! Ähm, er hat aber auch keinen Nachteil. Stimmt. Unter den vier Bay-Typen unterscheiden sich die Balance-Typen am meisten voneinander. Das wusste ich nicht. Na, seht doch hin, der Neue hat recht. Komplett unterschiedlich. Sprizen ist ein Bay, der keine großen Schwachstellen hat. Im Prinzip wurden die Mängel der anderen drei Typen in ihm optimiert. Wow, das ist so klasse! Aber das ist eben noch nicht alles. Seht euch an, wie ihr bei einem Vergleich in Sachen Stärke, Abwehr und Ausdauer abschneidet. Oh nein, er ist schwächer in allem. Mit einem Babys-Prizen ist es schon Vorurteil, dass Schuh ein paar krasse Skills drauf hat, um doch noch zu gewinnen. Ha! Weshalb man sagt, dass Bays ihre Blader wählen und nicht andersrum. Ich schätze, dieser Bay könnte nicht besser zu Schuh passen. Du sagst es, sie sind perfekte Partner in etwa so wie ich und mein Weltreact. Dieser Bay ist komplex. Ein echter Test für die Skills seines Bladers. Hoffen wir mal, dass Schuh hat was nötig ist, um diesen Kampf zu gewinnen. Okay, das war die Prüfung des gegnerischen Bays. Zeit anzufangen! Ist noch jemand so aufgeregt wie ich? Der erste Battle! Ich habe keine Ahnung, ob dieser Typ gut ist, aber ich riskiere nicht zu glauben, dass er es nicht ist. Alles ist möglich in einem Bay-Blick-Match. Bereit? Auf die Plätze! Drei, zwei, eins! Let it rip! Storm Spryzen dreht sich mit Höchstgeschwindigkeit in der Mitte der Arena. Aus meiner Sicht wird er gegen einen Angriffstyp auf einen Survivor-Finish setzen. Wow! So viel zu dieser Theorie! Sein Gegner geht in die Offensive! Er ist getroffen! Und das ist jetzt schon so intensiv! Und jetzt jagt er Spryzen! Geschafft! Pass auf! Jetzt! Das geht nicht! Wie konnte er so die Richtung wechseln? Ja! Spryzen beginnt seinen gnadenlosen Angriff! Wie kann er sich überhaupt so bewegen? Es kommt mir vor, als hätte er seinen eigenen Willen. Er verschwindet und haucht wieder auf, wie es ihm passt. Ein Burst-Finish! Zwei Punkte für Storm Spryzen! Was für ein hervorragender Sieg für Shu Kurenai! Ich wusste es ganz genau! Du bist wirklich unglaublich, Shu! Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, aber das war bei ihr rauschend. Ja, nicht zu schäbig für ein Gegenangriff. Ja, hatte ich auch Gänsehaut. Gänsehaut? Vielleicht, weil du so was wie eine Gans bist? Hä? Bin ich nicht, oder? Ich muss das schaffen! Das hat mich total heiß darauf gemacht, im Finale gegen Shu anzutreten! Hyper Horror Suit! Das sind zwei Punkte mit zwei Survivor Finishes hintereinander! Herzlichen Glückwunsch, Junge! Du bist in der vierten Runde! Hoji Konda also, mit seinem Horror Suit. Er sieht vielleicht auf den ersten Blick wie ein langweiliger Blader aus, aber der Schein trügt. Viel Glück! Okay, unser nächster Gegner ist Vakya Murasaki! Er hat bisher alle seine Gegner abgeschossen und jeden Kampf 2 zu 0 gewonnen! Hat er eine Nebelmaschine mitgebracht? Wer ist das? Ja, wer macht sowas? Mach's nicht so kompliziert! Ich hab ihn schon in der Schule gesehen! Ich wusste nicht, dass er ein Blader ist! Oh ja! Er ist sogar einer der Favoriten hier! Schön! Dann frag ich ihn später, ob er dem Bay Club beitritt! Spaß dir! Vertrau mir! Der Typ hat schon seine eigene Truppe! Hm! Noch besser! Dann kann sein ganzes Team beitreten! Denn hey, je mehr desto besser! Richtig? Hm! Viel Glück dabei! Vibrank! Mit diesem Survivor Finish hat er einen Punkt geholt! Oh ja! Er ist gut! Jetzt auf zum zweiten Battle! Ja! Los geht's! Die Attacken seines Gegners scheinen Vyvron nichts anzuhaben! Wow! So schickt man jemanden schnell nach Hause! Die Drehung des Gegners wird langsamer, Leute! Survivor Finish! Ein perfekter Sieg! Das nenne ich eine makellose Verteidigung! Rakiya Murasaki kommt in die nächste Runde! Gut gespielt, Junge! Glückwunsch! Leute! Das war unglaublich! Ja! Habt ihr das gerade gesehen? Er freut sich nicht mal über seinen Sieg! Aha! Komm schon! Hat er Angst, dass ein Lächeln seinem Gesicht schadet? Guter Spruch! Was wohl mit dem los ist? Was wohl mit dem los ist? Das wird aufregend! Was? Geht's dir gut, Honscho? Ja! Aber schon mal was von räumlicher Aufmerksamkeit gehört? Dann beachte doch, dass meine Aufmerksamkeit echt krass ist! Und was genau soll ich gerade fühlen? Die Leute sehen zu! Wirklich? Ich sitze in meiner Frisur! Das ist Volta Oil? Er sieht stark aus. Bist du besorgt? Ich meine, der Junge hat's drauf! Mir ist egal, wer er ist. Er ist kein Problem. Für mich ist er nichts weiter als eine Nervensäge. Wir sind zu Hause! Hey, Mom! Trainieren wir heute, oder was? Oh, hey, Stoppen, 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 stoppen! Stap, stop, 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 stop. So was bei der Gartenarbeit ist komisch. Ja, oder? Gartenarbeit ist das Beste, um seine Bay-Starter-Skills zu verbessern, Kinder. Gute Arbeit, mach weiter so. Mom, du hättest Toh-Holte sehen sollen. Er war fantastisch. Sie sind erst, Wab-Wab-Wing und dann Boom, Krach, Tchü, und dann Wab-Wab-Wang, Boom. Ernsthaft, niemand könnte ihn besiegen. Oh, genau. Ich versuche, einen Beyblade-Club in der Schule zu eröffnen, Mom. Bisher sind wir nur zu viert, aber sobald wir fünf Mitglieder haben, wird die Schule es offiziell machen. Vergisst du nicht etwas? Mein Training! Fertig. Meine Muskeln sind ein wenig steif, aber ich weiß einfach, dass mir das was bringen wird. Also, kann ja nicht so schwer sein, ein tolles Zeichen zu malen. Tada! Ist das nicht das Coolste aller Zeiten? An deiner Kalligrafie musst du noch arbeiten. Ich kann's kaum lesen. Im Ernst? Ich dachte eigentlich, es wäre ziemlich gut für meinen ersten Versuch. Setz niedrige Ziele, dann enttäuschst du dich nie selber. Man hat mir gesagt, meine Malkünste sind stark! Das, meine Freunde, ist der Beyblade-Club. Das ist genauso schlecht. Wir haben hier ein paar Van Goghs. Hörst du, Huncho, besser wir kündigen unsere Jobs nicht. Meins ist Kunst. Was ist dein Einfluss? Post-Budern-E-Mal-Unfähigkeit? Jetzt fangen die wieder so an. Manchmal kommt es mir vor, als würden wir sie babysitten. Nicht cool, wir sind älter als ihr! Das ist das Gruselige. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel trainieren? Denkt ihr wirklich, dass ihr gut genug seid, um rumzuhocken? Macht ihr um mich keine Sorgen, Keiru? Es ist egal, welcher Bey mir gegenübersteht. Ich hab Weltreak an meiner Seite. Du bist echt gut darin, bescheiden zu sein. Wie bitte? Gar nichts! Fangen wir an! Die Sache mit dem Rush-Launch ist, dass er eine Schwäche hat. Kaum! Er ist total perfekt! Versuchst du dich darüber lustig zu machen, oder was? Ich rede davon, dass du dich durcheinander bringen lässt. Er hat recht! Weißt du noch, beim Battle mit Daigo, da konntest du kaum den Starter ziehen! Da hast du die Nerve verloren! Das war witzig! Komm her und sag es! Der Rush-Launch ist super, aber er bringt dir nichts, wenn du nicht die Kontrolle behalten kannst, um ihn durchzuziehen. Andernfalls verlierst du. Oh Mann! Valtryak! Das schreit nach Training! Was meinst du? Hm. Um den ultimativen Konzentrationsmodus zu erreichen, musst du deine Angst ins Auge sehen. Ich hab'n Plan. Bereits? Da kannst du Gift drauf nehmen. Hier ist er! Denk an einen glücklichen Moment! Schmetterlinge, Hundenbabys und so'n Zeug! Exzellent! Schön! Das bedeutet, dass ich immer ruhig bleiben kann, egal was passiert! Genau das! Ich will nicht angeben, aber alles, was ich tun muss, ist, meine Augen zu schließen und BÄM! Ich bin dort! Ihr habt noch nie so viele Tragos gesehen! Ja! Bring mich dorthin! Ha! Also dann geht's los! Ich bin hinter dir! Krass, als wären sie Zwilling oder so. Mit Sicherheit. Bereit? Auf die Plätze! Drei, zwei, eins! Hey Kumpel, konzentrier dich auf deinen Kampf, okay? Ich versuch's ja! Let it rip! Du begreifst nicht, dass du dich nicht so gehen lassen darfst! Ein wenig konstruktive Kritik von euch wäre echt nett! Keine Sorge, wir drücken dir die Daumen, du bist unser großer Bruder! Von vorne! Okay, ich bin bereit! Darf ich sagen, dass du dieses Nervenbehalten-Dig super machst? Ich darf das nicht an mich ranlassen! Hör nicht auf ihn, beruhige dich! Und fürs große Finale, stopp! Ihr könnt mich mal reiß euch selbst zusammen! Guter Schusskumpel! So kann man's auch nennen! Streng dich an! Alle guten Dinge sind 20! Ich glaub nicht, dass man das so sagt! Ich hoffe, dass du's nicht wieder vermasselst! Sag es nicht! Deine Schuhe sind offen! Hör auf damit! Tut mir leid, Valtteri Eck, oh Mann! Oh, Vakia! Hey, Alter, ich hab dich nicht gesehen! Du bist sicher hier, um dem Bay-Club beizutreten, richtig? Großartig! Willkommen bei unserem Kleinen! Nein! Wieso sollte ich einem erbärmlichen Club wie eurem beitreten? Was denkst du, wer ich bin? Was ist sein Problem? Was hat der Kerl überhaupt hier verloren? Lass er sich verlaufen? Genau wie ich dachte, Valt Aoi. Du hast keine echten Skills. Es ist nur pures Glück, dass du es überhaupt so weit geschafft hast. Die einzige Person, die mir gefährlich werden könnte, ist Chu Kurenai. Niemand sonst. Hey Mann! Äh, Glückwunsch zum Turnier! Was gratuliert ihr mir? Es ist erst die dritte Runde. Abgesehen davon werde ich natürlich gewinnen. Haha, sehr schön! Willst du trainieren, Hoji? Ja, klar, immer! Ich werd dich stolz machen, Dad. Ich werd dir zeigen, wie stark ich geworden bin. Ich werde gewinnen. Definitiv! Es gibt keinen Bey auf der Welt, der Vyvron besiegen kann. Sasaki, Shindo, wollt ihr einen Balance-Typ Bey führen? Ja! Ich muss mich so gut wie möglich vorbereiten, bevor wir gegen Spryzen antreten. Fangen wir an! Und jetzt das! Ich kann keine Zeit verschwenden vor meinem Kampf gegen Shu! Kommt schon, hier kämpfen zwei gegen einen. Jetzt zeigt mir, was ihr drauf habt! Glück bringt euch mit Bey's nur ein kleines Stück weit. Und dann verlässt euch euer Glück. Kommt schon, Leute! Schon müde? Nein! Let it rip! Und dann seht ihr, wie er versagt! Wie sind wir verwandt? Das haben sie jetzt nicht gesagt! Hört auf damit! Er ist fast an der Kante! Das ist so unterhaltsam! Du wirst total versagen! Sie hat immer recht, das weißt du doch! Wie ist sie so schlau geworden? Du wirst zu schätzen, wirst du! Und noch ein mieser Start! Wir haben so lange gearbeitet und haben kein Ergebnis vorzuweisen. Entschuldige die Ablenkungen, nicht böse sein! Wir wollten dir nur dabei helfen, konzentriert zu bleiben! Leute, Weltwerk fängt an, sich schneller zu drehen! Hä? Was meinst du, er dreht sich schneller? Woran erkennst du das? So hat es jedenfalls für mich ausgesehen. Hm. Dann versuchen wir es nochmal! Alles klar! Diesmal ohne all die Theatralik, okay? Haltet euch zurück und gebt dem Jungen eine Chance! Davon rede ich doch dauernd! Bereit, auf die Plätze! Drei, zwei, eins! Let it! Red! Ich hab es schon wieder vermasselt! Nein! Er hat plötzlich eine komplett andere Flugbahn! Ich versteh nicht, was hier abgeht! Du hast dich vorbereitet wie für eine Rush-Launch! Ich hab noch nie so einen Move gesehen! Was geht hier ab?! Was für ein Start war das überhaupt? Hey, Shu! Hast du das gesehen? Ich hab den Start vermasselt, aber er hat sich wie verrückt gedreht! Ja! Aber diesmal war es nicht so, wie du es normalerweise vermasselst! Irgendwas war anders! Mach keine Witze, Sherlock! Aber was? Das war ein wenig unnötig! Ich bin schlau, aber nicht brillant! Bäh! Das kannst du laut sagen! Kein Grund, meine Gefühle zu verletzen! Chill mal! War ein Scherz! Na ja, ein halber Scherz! Alter, legst du dich mit mir an? Das war die Drehgeschwindigkeit! Häh? Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit! Seht mal! Wir waren alle viel zu sehr auf seine neuen Bewegungen fokussiert! Aber die Geschwindigkeit der Drehung war definitiv höher als normalerweise! Warte mal! Die Drehgeschwindigkeit eines Bays hat doch damit zu tun, wie schnell man die Starterkette zieht, oder? Korrekt! Wenn man die Kette schnell zieht, wird sich der Bay sehr viel schneller drehen! Man braucht sehr viel Kraft, um das zu schaffen! Nun, ich hab viel trainiert! Und man sieht es! Aber denkst du wirklich, du hast das wegen des Trainings hingekriegt? Klingt irgendwie so! Oh, es war das Spezialtraining! Haha! Aha! Ihr könnt mir später für das patentierte Superablenkungsprogramm danken! Ich sag's nur ungern, aber dein einziger Beitrag war leider nicht so effektiv! Wenn man genau darüber nachdenkt, hast du total versorgt! Mh! Das muss bedeuten, dass Mom's Training geholfen hat! Klingt so! Uuuuh! Wow! Welch mehr Cut ist geschafft! Wir haben heute einen neuen Move erfunden! Das geht in die Geschichte ein! Sieht aus, als hättet ihr fünf Club-Mitglieder, also wie ich versprochen habe! Rektor Shinoda! Sehr gut, ich wusste, ihr schafft es! Nun dann, ich möchte den Bayguma Academy Bayblade Club offiziell... Eine Sekunde! Shu ist eigentlich kein Mitglied, also haben wir nur vier... Hey! Halt den Mund! Er muss nicht wissen, dass Shu eigentlich kein Mitglied im Club ist! Ach, warum muss das sein? Eine Bay-Arena lügt nie! Ihr Kinder habt viel investiert, um diesen Traum wirklich werden zu lassen! Ich verstehe das! Ihr habt eine echte Verbindung zu euren Bays! Gut! Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt! Immerhin einer von uns! Der Bay-Club ist offiziell, obwohl wir nur vier Mitglieder haben! Hm? Ich bin bereit, euren Bay-Club anzuerkennen! Oh, ja! Hahaha! Hahaha! Ja! 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 Die Entscheidung ist nur vorübergehend! Er wird erst zu einem offiziellen Academy-Club, sobald ihr bestätigen könnt, dass ein fünftes Mitglied beigetreten ist! Ja! Ja! Was auch immer nötig ist, wir schaffen das! Wir finden ein fünftes Mitglied und der Bay-Club wird offiziell! Alles klar! Ja! 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 Das verändert die Schwung. Wow, also mein nächster Gegner ist Hoji. Aber er sagt, dass er aufgeben will. Ich hab mich wirklich auf diesen Kampf gefreut. Auf keinen Fall lass ich ihn so leicht davon kommen. Ich muss meinen neuen Move meistern. Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Der Flash-Launch. Irre schnell. Drei, zwei, eins. Let it rip. Willkommen in der Welt von Beyblade. Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgen. Und drei, zwei, eins. Let it rip. Huh? Run! Ich hab es schon wieder vermasselt. Nein! Er hat plötzlich eine komplett andere Flugbahn. Huh? Ich verstehe einfach nicht, was dir abgeht. Du hast dich vorbereitet wie für einen Rush-Launch. Ich hab noch nie so einen Move gesehen. Was geht hier ab? Wow! Bad Rack hat es geschafft. Wir haben heute einen neuen Move erfunden. Das geht in die Geschichte ein. Let it rip. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Let it rip. Unsere Base zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das. Perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach. Oh. Du gibst nicht auf! Unsere Zeit und unser Leben Bayblade First Weil wir da draußen unser Bestes geben Bayblade First Der Flash-Lounge! Irre schnell! Bayblade First Hey, wisst ihr was? Der Bayblade Club hat das Gütesiegel erhalten. Na ja, so in der Art Jetzt trainiere ich meine neue Spezialfähigkeit Versuch es! Behalt die Nerven, Honcho! Innerer Frieden! Denk an Sonnenschein und Tacos! Drei, zwei, eins, let it rip! Kein mit dir, Valtryek! Was ist passiert? Du siehst ein bisschen verloren aus, Junge! Das war ja eine totale Pleite! Es war nicht anders als ein gewöhnlicher Rush-Lounge So schaurig, so traurig, Walt! Danke nochmal, dass du mir das Rampenlicht überlässt! Er weicht dem Rush-Lounge mit Leichtigkeit aus! Beeindruckt? Ich bin total auf einer Wellenlänge mit meinem Bay! Das war's dann! Wenn Valtryek nicht früh angreifen kann, verliert er seine Power ziemlich schnell! Seht euch das an! Rockdavor hat kein Kratzer! Klasse! Valtryek steht! Wow, habt ihr das gesehen? Survivor-Finish für Rockdavor! In Ordnung! Gut gemacht, Kumpel! Ich wusste, dass du's drauf hast! Was soll die Aufregung? Du hast nur einen Punkt! Das hole ich wieder auf! Erinnerst du dich daran, dass ich eine Revanche wollte? Tja, das ist sie jetzt! Oh yeah! Das war nur Pech! Dieses Mal bring ich meinen neuen Move! Okay, Zeit für die nächste Runde! Bereit! Lass knacken! Enttäusch mich nicht, Valtryek! Bereit! Auf die Plätze! Tja! Also, wer steht als Erster in der Schlange für mein Autogramm? Ich begreif's nicht! Wieso krieg ich es nicht mehr hin? Wer weiß warum? Aber hey, ich beschwere mich nicht! Ha ha ha! Rakhia! Komm schon, warte mal, okay? Wieso die Eile? Sieh dir das an! Die beiden liegen schon weit zurück! Das kommt davon, wenn man nicht jeden Tag trainiert! Die nehmen Beyblade nicht ernst! Für die ist das nur ein Spiel! Komm schon, wir schalten einen Gang höher, Hoji! Alles klar! Hilf mir runter zu kommen! Ich muss meinen Schuh binden! Lauf weiter! Ich hol dich ein! Komm schon, Nika! Ich konnte die arme kleine Katze nicht einfach hier oben lassen! Soll ich jemanden zu Hilfe holen? Bleibt genau, wo ihr seid! Hä? Ich helf dir da runter! Aber halt dich gut fest, okay? Okay! Wir machen das schön langsam! Lass nicht los, bis wir unten sind! Werde ich nicht! Du bist der Beste! Ist schon okay, Mizi! Versuch das nächste Mal vorsichtiger zu sein! Okay, Großer? Verstanden! Bis später! Jetzt erinnere ich mich! Was? Was? Kennst du ihn? Nein, aber ich glaube, er ist Walls nächster Gegner! Oh! Ja! Ich bin ziemlich sicher, dass sein Name Hoshikonda ist! Oh, warte! Wir konnten uns nicht einmal bedanken, nachdem er dir runtergeholfen hat! Total vergessen! Komm schon, schnell! Halt durch! Hey Leute! Jetzt hab ich's! Mir ist was eingefallen! Was eingefallen? Bevor ich es geschafft hatte, wurde ich von hinten von diesem Basketball getroffen! Hm... Ich frag mich, ob... Sprich weiter! Yeah! Ich verstehe das überhaupt nicht! Ist egal, wir probieren es! Bist du bereit, Alter? Ja! Hey! Hast du den Verstand verloren, Honcho? Komm schon, du wolltest doch, dass ich den auf dich werfe, nicht ich! Ja, aber nicht so fest! Redet man so mit jemandem, der seine Zeit opfert, um einem zu helfen? Eine Superhilfe! Das weiß ich schon! Hast du eine Ahnung, wie weh sowas tut? Das kommt mir bekannt vor. So ziemlich! Es ist sein Handgelenk! Hä? Denk mal drüber nach! Erinnerst du dich, als der Ball dich getroffen hat? Das hat dich dazu gebracht, dich weiter vorzubeugen! Du hast unbewusst versucht, das zu kompensieren! Und hast dein Handgelenk gerade ausgestreckt! Hab ich? Du weißt es! Und dein Starter war auf einer geraden Ebene mit der Arena! Also ist mein Handgelenk der Schlüssel! Du musst es gerade halten! Probieren wir es aus! Ich kann nicht glauben, dass Shudas entdeckt hat! Jetzt beweise ich seine Theorie! Ich hätte dir sagen können, dass es nichts mit dem Ball zu tun hatte! Bin ich unsichtbar? Schon okay! Vergiss einfach den Armen, Alten! Mach ich! Ich positioniere mich genau wie beim Rush Launch! Dann stelle ich sicher, dass mein Handgelenk gerade ist! Das ist es! Komm schon! Runter damit! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let's run! Let's run! Woah! Es hat funktioniert! Ja! Diese Geschwindigkeit ist irre! Oh ja! Woah! Wie ein Champion! Ja! Wenn dein Gegner versucht, das Zentrum einzunehmen, kannst du deine Geschwindigkeit dazu benutzen, um ihn an den Rand zu stoßen! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Zeit für meinen Glückstanz! Keine Ahnung, was du da tust! Ich hab viele Talente! Wie sollen wir ihn nennen, Valtryak? Ja! Super Idee! Äh, Erde an Vault hier! Bitte sag mir, dass du nicht gerade mit deinem Bay geredet hast! Mach ich immer! Oh! Wieso? Redet nicht jeder von euch mit seinem Bay? Das ist doch normal, oder? Moment! Ihr meint, ihr redet alle mit eurem Bayes? Mhm! Ich fühl mich so einzeln! Also wieso hab ich diese Spezialfähigkeit nicht? Ihr müsst mich auf dem Laufenden halten bei diesen Dingen, okay? Wieso sollten wir das tun? Ich werde das einfach ignorieren! Jedenfalls, wie nennst du deinen neuen Move? Das ist es! Ich nenne ihn Flash Launch! Schön! Gefällt mir! Außer, dass es sehr nach Rush Launch klingt! Perzböser VW! Damit sind wir schon wieder am Ende unseres großen Ups-Hochzeit-Specials! Okay! Ich hoffe, Ihnen hat es genauso gut gefallen wie mir! Wenn ich nicht vergesse, wie ich ihn überhaupt zustande gebracht habe! Los geht's! Flash Launch! Bei uns! キern! Oh! Oh! Ach! Das war knapp! Alter! Was machst du da? Noch so ein grandioses Versagen. Start! 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 Was ist mit mir los? Du hast es nur bei einem von zehn Versuchen hingekriegt. Lausige Quote. Viel zu riskant, ihn bei einem richtigen Kampf einzusetzen. Seid euch nicht zu sicher. Ich habe ihn zwar nicht jedes Mal hingekriegt, aber mit mehr Training werde ich ihn beim Wettkampf schaffen. Das ist ein Versprechen, Partner. Geschafft! Hey, tut mir wirklich leid, dass ich spät bin. Hier, fang! Cool, danke. Das weiß ich zu schätzen. Also, Hoji, ich habe über deinen nächsten Kampf nachgedacht. Und? Mach dir keinen Stress damit, diesen Vent oder Wall zu schlagen, wie auch immer er heißt. Du willst, dass ich absichtlich verliere? Sieh mal, er hat es nur mit purem Glück soweit geschafft. Keine Sorge, ich werde im Halbfinale mit ihm den Boden wischen. Kommt, wir laufen noch eine Runde. Sicher. Ich verstehe es nicht, Toko. Was hat er denn dieses Mal vor? Wieso will er, dass Hoji verliert? Das macht keinen Sinn. Ja. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Drei, zwei, eins. Let it rip! Ja, genau so. Breite deine Flügel aus und dann los! Flieg! Hau es zu! Horace Suit! Mach dir keinen Stress damit, diesen Vent oder Wall zu schlagen, wie auch immer er heißt. Aber wieso? Ich begreif's nicht. Horace Suit, was soll ich tun? Sag's mir. Vielleicht lassen wir ihn besser in Ruhe? Ja. In Ordnung. Letztes Mal. Versprochen. Flashlawn! Dein Versprechen ist mir sowas von egal. Alles klar. Das sieht jetzt perfekt aus. Super! Verbeugt euch alle von meinem unbesiegbaren Weltreact. Komm runter, Mann. Es ist zu früh, um zu feiern. Nachhaltigkeit ist das Einzige, woran wir arbeiten müssen. Es ist noch zu riskant, ihn in einem echten Kampf einzusetzen. Versteh, was du meinst. Also, du hast einen neuen Move, hm? Hä? Hä? Hojikonda. Das ist richtig. Ich will ein Battle. Mit dir, Volt. Hä? Wieso? Was springt für ihn dabei raus? Außerdem solltest du nicht in der nächsten Runde gegen Volt antreten? Ja. Oh, ich verstehe. Du willst dem Beyblade-Club beitreten, richtig? Nein. Sorry. Oh, Mann. Hey, ich bin hier, um dich zum Kampf herauszufordern. Was sagst du? Machen wir das? Ich verstehe total, warum du das willst. Du kannst nicht erwarten, dass der Kampf anfängt, richtig? Okay, lass die Party steigen. Mach mal langsam, Teufelskerl. Hm? Du täuscht dich gewaltig, wenn du denkst, dass wir so naiv sind. Wir alle wissen, was du vorhast. Hm? Mit spezieller Ausnahme von Volt natürlich. Hey, was willst du damit sagen? Du weißt, was er sagt. Er ist hergekommen, um zu sehen, wie du spielst und um deine Schwächen auszuspionieren vor dem großen Battle. Ist das nicht so, Hojin? Gib's zu! Oder du bist da, um ihn durcheinander zu bringen und mental aus der Bahn zu werfen. Ja, so wie jemand anderes das vorher schon getan hat. Ja, das tut mir leid. Dann vergesst es einfach. Bleib stehen! Kommt wieder zurück! Wenn du ein Battle bist, kriegst du einen! Ich werde dein Gegner sein, nimm mich! Wen wirst du aussehen? Okay, dann tun wir's also. Was hat er, was ich nicht habe? Ich schätze, es ist, weil Rockdavor und Horoshoot beide Ausdauertypen sind. Das ist ein guter Punkt und Doomshizer ist ein Angriffstyp. Exakt, genauso wie Valtryek. Wenn er so nah wie möglich an einen richtigen Battle heran möchte, dann will er natürlich gegen den Vay mit dem gleichen Typ kämpfen. Hey, solange es nicht daran liegt, dass jemand denkt, dass Daigo besser ist als ich, ist alles gut. Das ist unsere Theorie. Ach, die nehm ich dann. Schwamm drüber, Kumpel. Hat jemand nach einem Schiedsrichter gerufen? Und erster Battle! Also das ist ein Langspuler? Wie ich gehört habe, braucht man eine große Menge Kraft, um den zu meistern. Ich platziere mich von deiner riesigen Bürde, damit ich besser sehen kann. Wenn ich meinen Kampf gewonnen hätte, wäre Hoji mein nächster Gegner geworden. Hey, wenigstens habe ich jetzt die Chance, gegen ihn zu kämpfen. Doom Sizers Power kann mit der von Valtryek gut mithalten. Er wird ein guter Gegner sein. Vought, du passt besser gut auf. Du solltest aus diesem Battle was mitnehmen, für deinen eigenen Kampf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Hm. Du denkst nicht mal daran, da was mitzunehmen. Typisch Wort. Egal. Ich werde diesen Battle gewinnen. Für mich. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Eins! Let it rip! Was geht hier vor? Wow! Ey, yo! Poliziarabauts ziel! Bright Justice muss erzielt! Hinterdosen! Wie ist er dieser Attacke ausgewichen? Ich fang gerade erst an. Los, Doom Sizer! Leak, Horror Suit! Er tut alles, was er kann, um Doom Sizer zu schwächen. Du musst durchhalten! Dieser Battle gehört mir! Bleib in der Offensive. Uns hält absolut niemand auf. Horror Suit fehlt! Horace Suit gewinnt die erste Runde. Mit einem Burst-Finish! Doom Sizer hat verloren! Gar nicht wahr! Du bist gut, muss ich sagen. Dein Doom Sizer auch. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Horace Suit Field ist ein krasser Move. Ja, nur jemand, der den Langspuler gemeistert hat, könnte einen solchen Move durchziehen. Wow! Beeindruckend! Jetzt bin ich noch mehr motiviert, gegen Hoji zu kämpfen. Das wird super werden! Leute! Warum stehen wir hier so rum? Wir müssen trainieren! Gold! Es gibt ein ganz riesiges Problem! Ernstliche Schwierigkeiten! Worum geht's? Es geht um Hoji! Ja, liebe Facebook-Freunde, liebe Chrissy Tuls, herzlichen Dank für die Nominierung. Vakia! Du kommst jetzt... Hä? Was hast du für ein Problem? Ich trainiere noch. Können wir später reden? Ich hab entschieden, dass ich auf meinen nächsten Kampf verzichte. Im Ernst? Keine Chance. Wieso? Lieber mach ich das, als mich zu blamieren. Ich hör einfach komplett mit den Bladen auf. Oh, bitte, sei nicht so pathetisch. Du kannst nicht aussteigen! Das wird auf keinen Fall passieren! Du und ich haben ein Battle! Hörst du, was ich sage, Vakia? Also tu uns beiden einen Gefallen und befiehl ihm nicht mehr, den Kampf hinzuschmeißen! Wovon redest du da? Oh, bitte, ich weiß, dass du ihm gesagt hast, dass er mich nicht besiegen soll. Deshalb ist der Ninn mich danach zu mir gekommen, weil er einen ehrlichen Kampf haben wollte. Stimmt das etwa nicht, Hoji? Sag was! Hm, also darum geht es hier. Komm schon, du hast mich völlig falsch verstanden. Ernsthaft? Du denkst, dass ich das verlange? Ihr beide habt das Schlimmste angenommen. Ich wär beleidigt, wenn das nicht so eine Lachnummer wäre. Der nächste Kampf, sagst du? Es ist offensichtlich, dass Hoji gewinnt. Aber das bedeutet, dass wir beide im Halbfinale sein werden. Willst du das wirklich? Wir kämpfen andauernd. Ich weiß, dass ich egoistisch war, aber ich wollte die Dinge interessant halten. Ich will gegen Volt kämpfen. Hä? Hoji, wir haben jetzt eine Weile trainiert. Es ist immer eine Herausforderung. Versteh mich nicht falsch, aber ich gewinne immer. Doch so lächerlich das klingt, du bist praktisch mein Bruder. Wow. Mach dir keine Gedanken deswegen. Sind wir hier fertig? Vakia, es tut mir so leid. Wie ich sagte, keine große Sache. Weißt du, Vakia, wenn ich morgen gewinne, mach dich auf den Battle deines Lebens gefasst. Du wirst alles, was du hast, aufbieten müssen. Keine Sorge. Ich werd dir alles zeigen, was ich drauf hab. Kann ich eine Übersetzung haben? Irgendwer? Hör zu, ich werde dich im nächsten Kampf besiegen müssen, Volt. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann, Hoji. Oh, das wird so gut werden. Ja. Training? Ich bin dabei. Was? Ich werd dich so fertig machen. Träum weiter, Junge. Nein, ich muss das schaffen. Ich trainiere. Verzieh dich, du Zwerg. Ich auch. Geh zur Seite. Du bedrängst mich. Und auf. Und Mom, du würdest das nicht glauben. Vakia ist so schnell. Wenn ich mich nicht irre, hast du bisher noch kein Rennen verloren, oder Volt? Nein, aber du hättest es sehen sollen. Er war fast so schnell wie ich. Ich versteh das nicht. Schnellrennen hat nichts mit Base zu tun, oder? Doch. Ich glaube, das hat es sehr wohl. Hä? Wieso? Denk darüber nach. Die Power, wenn du dein Base startest, kommt von der, ich glaube, es heißt Rumpfmuskulatur. Guter Punkt. Hey, ja, ich schätze, du hast recht. Kein Wunder, dass Vakia läuft. Er muss sich schließlich richtig gut vorbereiten. Er hat einen harten Kampf vor sich. Verstehe, also das hat er die ganze Zeit gemacht. Wo wäre er bloß ohne mich? Das ist es. Ich fang gleich morgen, nein, jetzt gleich an. Ich werde jeden Tag rennen und alles tun, was nötig ist, um sicher zu gehen, dass mein Flashlaunch jedes Mal perfekt ist. Oh nein, machst du nicht, es ist zu spät. Okay, dann renne ich eben im Haus. Auf keinen Fall, daraus wird nichts. Ich muss irgendwo trainieren, Mom. Hoji's Horror Suit ist so stark. Was rockt? Denn je stärker mein Gegner ist, desto aufregender wird der Kampf. Ich werde Valtryax neuen Spezial-Move definitiv perfektionieren. Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Ein mächtiger Gegner. Hyper Horror Suit. Drei, zwei, eins. Let it rip. Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Rantaro, Daigo, Ken, sie geben alles für den Beyblade Club. Nichtsdestotrotz ist er immer noch temporär, weil wir noch ein Mitglied zu wenig haben. In letzter Zeit haben wir viel trainiert. Und je mehr wir das tun, umso besser werden wir. Leute, hört zu. Angriffstypen neigen dazu, hier zu kreisen. Also müsst ihr daran denken, hier zu verteidigen. Langweile ich dich etwa? Nein, Sir. Alles klar, das ist es. Rein da. Los, los, los. Wir schaffen das Weltrujekt. Ja. Und die Bezirksmeisterschaft wird in Kürze in die vierte Runde gehen. Let it rip! Unsere Bays zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh. Du gibst nicht auf, oh. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben. Beyblade Burst! Wenn wir da draußen unser Bestes geben. Beyblade Burst! Ein mächtiger Gegner, Hyper Horror Suit Wir sind hier live dabei, wenn gleich die vierte Runde der Bezirksmeisterschaft beginnt Jaaa, ich werde alles umhauen Wie ich sehe, bist du schon aufgeregt Ja, ich werde's rocken Gut, ich auch Ich würde es nicht anders wollen Zehn Sekunden bis Showtime, Leute Bitte, ihr beiden, stellt euch jetzt hinten an die Bühnentür Okay Meine Damen und Herren, heißen Sie die ersten Wettkämpfer des heutigen Tages Herzlich willkommen, Hojikonda und Voltaoi Komm schon, Voltaoi, du kannst es schaffen Vermassle das Licht Leute, ich hab das im Griff, überlass das Blut Mir geht's gut Macht euch bereit, denn der Battle zwischen Veltriac und Horror Suit beginnt jetzt Ich hoffe, dass ich dich nicht enttäuschen werde Ein Ring-Out-Finish und ein Survivor-Finish sind je einen Punkt wert Ein Burst-Finish bringt zwei Punkte Wer zuerst zwei Punkte erreicht, ist der Sieger Es ist soweit, Zeit loszulegen Alles klar Zehen wir es jetzt durch Oh ja, aber sowas von Es gefällt mir, wie Voltaoi seine Schulter aufwärmt Ich schätze, dieser Junge meins ernst Und wenn Hojikonda's Langspuler so eng gewickelt ist wie sein Haar, dann aufgepasst Wartet, während ich meine Fliege lockere Das wird heftig, Freunde Erster Battle Er wird mit Sicherheit sein Horror Suit Field einsetzen So hat er Daigos Doomsizer bersten lassen Er ist wahnsinnig mächtig Aber das ist nicht genug, um mich zu stoppen Ich hab es im Gefühl Ich werde gewinnen Wieso lächelt dieser Typ bloß die ganze Zeit? Er ist ganz schön durch den Wind Darum ist er wohl auch auf der Bühne gestolpert So wahr Wenn ihr mich fragt, gewinnt Hoji 100 Pro Komisch Was könnte der Grund für sein Lächeln sein? Er sieht so glücklich aus Schade, dass ich dieses Grinsen aus seinem Gesicht vertreiben muss Ich glaub, Hoji hat gerade seinen Griff verändert Hä? Wieso sollte denn jemand sowas tun? Weil es ein Vorhandgriff ist, Klaro? Den Vorhandgriff benutzt man, wenn man Kontrolle braucht Er denkt zu viel nach Es gibt keinen Grund, so vorsichtig zu sein Wieso sollte man so viele Gedanken an ein Kind wie diesen Wort verschwenden? Bereit? Auf die Plätze! Drei Zwei Eins Let it rip! Power Suit! Zeit zu fliegen! Alle vier Krallen haben sich geöffnet Könnt ihr diesen unglaublichen Vogel fassen? Er fliegt hoch bis in die Sonne! Wartet! Jetzt drast er direkt ins Zentrum der Arena! Sieht gut aus! Bleib auf kurz! Veltrieg bringt einen Rush Launch! Das ist so gigantisch! Wir werden zu Legenden! Wurz Rush Launch! Das ist ein Geschenk, das immer wieder Freude macht! Ja! Mein Lieblingsgeschenk! Du machst das super! Ja! Krallen für den Kampf und Flügel für die Kraft! Aber was ist das? Das Horror Suit Field scheint ein höheres Level erreicht zu haben! Hä? Virtue, er wird abgewehrt! Er fängt an zu schwanken! Und, und, und? Er ist stehen geblieben! Horror Suit hat seine wahre Power gezeigt! Horror Suit gewinnt mit einem Survivor Finish! Hoji Konda bekommt einen Punkt! Ja! Mein armer Freund, der absolute Horror! Oh nein! Es tut weh, das mit anzusehen! Ist nicht lustig! Ich andererseits finde es witzig! Er hat diese Grifftechnik für bessere Kontrolle benutzt und dafür Kraft geopfert! Ein Kontrollgriff! Das bedeutet, er hat seine ganze Kraft noch nicht gezeigt! Watt steckt in Schwierigkeiten! Also, das war's dann! Ein Rush Launch ist nutzlos, wenn ihm der Dampf ausgeht! Hallo, Kyoji! Ich fühle mich geehrt, dass der große Schuh sich noch an meinen Namen erinnert! Ich erinnere mich an jeden meiner Gegner! Hab gehört, dass dieser Volt ein guter Freund von dir ist! Fällt grad schwer zu jubeln, oder? Überhaupt nicht! Komm schon, es ist offensichtlich, dass er verliert! Kümmere dich um deinen Kampf, bevor du dir Sorgen um den der anderen machst! Das gleiche gilt für dich? Hoji erteilt ihm ne Lektion! Er ist schon in Führung! Hoffentlich gewinnt er den nächsten und beendet das Flott! Wir wissen alle, dass er das Ding gewinnen wird! Mich interessiert eigentlich nur noch weh! Hey, Hoji, mach einfach kurzen Prozess! Es lohnt sich nicht lange, mit ihm rumzuspielen! So lächerlich das klingt, du bist praktisch mein Bruder! Ja, du sagst es! Der nächste Battle ist für dich, Vakia! Hoji! Hm? Dein Horizon Field ist spitze, Mann, wie du rockst! Valtryax Rush Launch hat kaum einen Kratzer hinterlassen! Ich muss mich heftig steigern! Was ist los mit diesem Kerl? Wieso ist der so glücklich, wenn er verliert? Aber es gibt immer noch ne Chance, dass ich den nächsten Punkt hole! Ich zeig euch, was ich meine! Auf die Plätze! Zweite Runde! Weißt du, ich kann wirklich nicht sagen, ob das nur Show ist oder nicht! Wie kann jemand denn so enthusiastisch sein? Oh Mann! Er braucht jetzt was Großes! Valt! Hör zu! Du gibst lieber alles, was du hast! Sonst kann ich mich nicht mehr mit dir sehen lassen! Ich bin dran, Honcho! Es ist Zeit, diesen Speziellen, du weißt schon was, einzusetzen! Er hat recht! Benutzt den Flash Launch! Ähm, gerade ist eine Tarnung geplatzt! Hast du irgendeine Ahnung, über was sie reden? Nein, aber Valt wird machen, was er am besten kann! Gewinn! Ja, Toco! Ich glaub, du hast recht! Der Flash Launch, hm? Du spielst mit dem Feuer! Was reden die da über einen neuen Move? Du hast also einen neuen Move, hm? Hm? Ist es der, den ich bei ihm gesehen habe? Hoji Kanda! Komm schon, wir machen das jetzt, Valtryak! Bereit für etwas Luft? Ich glaub, du wirst fliegen wie ein Profi! Bei diesem Move ist Valtryak mit unglaublicher Geschwindigkeit um die Arena gekreist! Volt könnte mich aus dem Zentrum schieben und dann den Angriff von dort aus weiterführen! Aber wenn ich weiß, welchen Move er benutzen wird und ich das gegen ihn verwenden kann? Zweiter Battle! Ich höre Gerüchte über einen neuen Move von Voltaoy! Ist es wahr? Oder nur Wunschdenken von seinen Fans? Hoji Kanda hat dieses Siegerfunkeln in den Augen! Beendet er diesen Kampf mit zwei klaren Siegen? Vergesst nicht zu atmen, Leute! Ich werde ihn mit der stärksten Attacke, die ich je gestartet habe, angreifen! Hoji hat seinen Griff wieder gewechselt. Er hat einen neuen Plan. Das ist ein Rückhandgriff! Er braucht in dieser Runde sehr viel mehr Geschwindigkeit! Bereit? Auf die Platze! Oh ja! Wir wurden bereit geboren! Drei! Drei! Eins! Let it rip! Hoji hat seine gesamte Kraft auf die Kette seines Langspulers übertragen! Und seht euch das an! Er hat seinen Bay in die Außenbahn der Arena abdriften lassen! Das habe ich nicht kommen sehen! Ich kann nicht glauben, was wir heute hier erleben! Leute! Voltaoy bringt uns noch mehr Action mit einem weiteren Rush-Launch! Was? Leute, was geht da ab? Seht euch das an! Horrorsuit sollte direkt in Veltrieks Spur sein, aber irgendwas ist schiefgelaufen! Hoji kommt aber vorbereitet! Und Veltriek hat seinen Gegner aus den Augen verloren! Du machst wohl Witze! Das Spiel ist gelaufen! Da wäre ich mir nicht so sicher! Sieh dir mal Hojis Gesicht an! Ich habe das total falsch interpretiert! Du entkommst mir nicht! Los geht's, Veltriek, los! Und nutzt die Steigung der Außenbahn, um Geschwindigkeit zu gewinnen! Und worauf steuert er zu? Ihr habt es erraten! Auf Horrorsuit! Und wir dachten, dass Horrorsuit den Sack schon zumachen könnte! Horrorsuit fehlt! Und wir dachten, dass Horrorsuit den Sack schon zumachen könnte! Und wir dachten, dass Horrorsuit den Sack schon zumachen könnte! Seine Flags first! Seine Flags first! Seine Flags first! Oh yeah! Horrorsuit wurde in die Luft geschleudert! Ist nicht wahr! Horrorsuit taumelt für einen Moment und kommt jetzt wieder runter! Das ist es, die Prüfung! Halte durch! Er sucht nach einer besseren Ausgangsposition für den Kampf! Oh nein, das machst du nicht! Veltriag schlägt Horosu zurück und versucht, die Mitte zu erreichen. Ja, Jack ihn weiter, gut gemacht! Horosu hat Probleme damit, bei all diesen Attacken die Balance in der Mitte zu halten. Veltriag hängt an ihm wie eine Klette und holt sich über die Schräge immer mehr Geschwindigkeit. Das hab ich ihm beigebracht, Leute! Oh ja! Veltriag wird schneller und schneller. Danke, dass du das offensichtlich erklärst! Horosu versucht, ins Zentrum zurückzufinden, aber Veltriag greift von oben an! Abgedrängt! Horosu verliert seinen Schwung, aber er ist noch nicht bereit aufzunehmen! Du musst ihn aus der Arena hauen! Rang und zerschmettern, Papa! Seht euch an, was wir hier haben! Worst Finish für Veltriag! Volt Aoi gewinnt mit einem Endstand von 2 zu 1! Ich war so knapp davor auszurasten! Das ist jetzt kein Witz! Für eine Sekunde habe ich gezweifelt, ob er es diesmal schafft. Ich nenne sowas gespielt für Theatralik! Unfassbar, was ich da gerade gesehen habe! Du hast Aoi erlebt. Und zwar mit einem ziemlich coolen Song. Das kann nicht sein! Er hatte nur Glück! Denkst du? Hä? Was? Hoji hat vermutet, dass Volt etwas Neues probiert. Also hat er Horosu auf die Außenbahn geschickt. Aber Volt wusste, dass er seinen neuen Move nicht enthüllen muss. Er wusste, dass sein Rush-Launch stark genug ist. Seht ihr, es gibt immer etwas, das man verbessern kann. Selbst an den besten Moves. Wie er schneller wurde, das war mega beeindruckend. Das verstehe ich total! Auch wenn man so ein Crack ist wie ich, muss man sich immer wieder testen. Das ist nicht genau das, was ich gemeint habe. Ich kann's nicht glauben. Sorry, Horosu. Gute Arbeit! Ich wusste, dass du es schaffst. Es ist offiziell! Der Gewinner des A-Blocks ist Vogue Aoi! Hey, was ist das Spiel? Oh, danke! Mary. Hopkins. Mary. Aber bitte sag mir nur eins. Wieso hast du deinen neuen Move nicht gegen mich eingesetzt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab eigentlich an überhaupt nichts gedacht. Die Wahrheit ist, ich hab einfach gefühlt, dass Valtryek wollte, dass ich den Rush-Launch einsetze. Also hast du mich besiegt, ohne zu denken? Seit langer Zeit hat mich nichts so sehr zum Lachen gebracht. Also danke. Ich nehme nicht an, dass du nochmal gegen mich kämpfen willst. Natürlich! Gegen dich jederzeit! Hm. So ist Valt eben. Unglaublich. Dieser Kindskopf gibt zu, dass er keine Strategie hatte. So was kann man sich nicht ausdenken. Ernsthaft. Du bist doch auch bald dran, oder nicht? Ja, ich weiß. Shukurenai! Hä? Du schaust dir lieber meinen nächsten Kampf an. Ganz genau. Okay. Wer ist bereit für einen B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B? Unser erster Teilnehmer, der es in die vierte Runde geschafft hat, ist Haruto Aota. Oh ja! Seht euch euren nächsten Bezirks-Champion gut an, Leute! Und der nächste Teilnehmer, ein ganz heißer Favorit. Es ist schwer nicht auf ihn neidisch zu sein, nachdem er es so weit gebracht hat, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Das Ergebnis steht sowieso fest. Aber es wäre nett, wenn du mich eine Weile an dir trainieren lässt. Was glaubst du, wer du bist? Ich werde Vyra mit meinem Bae völlig fertig machen. Lass dich nicht so auf. Nimm es als Lernerfahrung beim Meister-Kleiner. Mein Name ist nicht Kleiner! Eigentlich glaube ich, sein Name ist Haruto. Du willst es nicht anders! Seht euch den an! Der sieht aus wie Walt, wenn sein Gesicht rot wird. Ja, er stampft auch so. Das ist echt total verblüffend! Sein Bae ist ein Angriffstyp. Genau wie der von Walt! Wyvern ist ein Abwehrtyp, das allein gibt mir einen Vorteil. Oh, und keine Sorge, wenn dir das alles ein wenig zu Kopf steigt. Es ist schwierig, scharfsinnig zu bleiben, wenn man nie richtig herausgefordert wird. Was? Wie auch immer, diese Leute sind gekommen, um eine gute Show zu sehen. Schätze, ich hol mal meinen Bae raus und geb ihnen, was sie wollen. Okay, hier riecht's nach Amateur, also mach schnell. Erster Battle! Wie wird Walt Wyvern uns heute begeistern, frage ich mich. Blinzeln nicht erlaubt, das ist alles, was ich sage. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Walbron schlägt sein Lager in der Mitte der Arena auf, mit einem unglaublich präzifen Schuss. Ich erlaube mir, den Shield-Launch vorzustellen. Was für ein Move ist das? Er ist zum Stillstand gekommen, direkt im Zentrum! Ich glaub nicht, dass Walbron stillsteht. Er dreht sich nur so schnell, dass es von hier aus so aussieht. Das ist ein Move, den man nicht ohne extrem präzisen Start schafft. Alles klar dann. Versuch mich anzugreifen, egal von wo. Haruto Aota zögert, um die Situation zu prüfen. Kann er einen Weg nach innen finden? Ich sehe keine Öffnung, aber ich habe keine Wahl. Einfach los! Er beginnt mit seiner Attacke. Worauf läuft das hinaus? Nein, sie hat keinerlei Wirkung auf Walbron. Seine achtsackige Schildscheibe wehrt die Angriffe mit links ab, während seine Spitze immer wieder in Position zurückfedert. Kein Glück für Haruto! Unglaublich! Du bekommst eine kleine Kostprobe von Wyverns Stärke und ja, gern geschehen. Jetzt kannst du vor deinen Freunden angeben, dass du tatsächlich gegen mich angetreten bist. Shu, hörst du mich? Dein Spryzen wird das gleiche Schicksal erleiden. Hör auf damit! Oh wow! Habt ihr das gesehen, Leute? Wyvern dreht sich immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er gestartet ist. Rakia Murasaki gewinnt mit einem weiteren Burst-Finish im ersten Battle. Klorreich zieht er ins Halbfinale ein, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denn um ehrlich zu sein, ich war ein wenig gelangweilt. Rakia ist viel stärker geworden, als er es letztes Jahr war. Mann, der ist echt klasse! Hey, hab ein wenig Selbstrespekt und hör auf zu sabbern! Du weißt schon, dass du ihn als nächstes klar machen musst. Denkst du wirklich? Alles ist immer eine Neuigkeit für den da! Also kämpfe ich als nächstes gegen ihn. Das ist klasse! Denkst du wirklich, dass du gegen den Shield-Launch gewinnen kannst? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden! Das ist doch ein großer Bruder, Leute! Gegen jemanden, der so gut ist, kämpfen zu können, ist ein Traum, der wahr wird. Welch, Rieck! Unser neuer Gegner ist wahnsinnig stark! Das wird doch immer aufregender, oder nicht? Hm, das kannst du aber laut sagen! Rakia rockt, richtig? Es ist unmöglich, ihn zu schlagen. Mit Sicherheit! Ja, der außergewöhnlichste Blader, den ich je gesehen habe. So, so, Volt und Rakia. Diese beiden zusammen werden besondere Musik machen. Ich meine es total ernst, Mom! Dieser Rakia ist eine Mega-Legende! Er kann jede Attacke mit seinem Shield-Launch abwehren, als wäre es nichts! Ja, mein Lieber, das ist sehr aufregend. Und jetzt bewegt deine Hände weiter, das ist gut für dein Training. Oh, das stimmt, hab ich vergessen! Du hast mir jetzt die ganze Zeit sehr viel von diesem Rakia berichtet. Aber du hast mir noch gar nicht erzählt, wie dein Kampf gelaufen ist. Wie soll ich seinen Shield-Launch knacken? Es muss einen Weg geben! Volt? Hallo! Ich frag dich, wie heute dein Kampf gelaufen ist. Keine Sorge, Mom! Er hat wieder gewonnen! Er hat die vierte Runde geschafft! War eine ziemlich knappe Sache! Boah, das ist wirklich klasse! Ich weiß, ich krieg dich mit meinem Rush-Launch! Glückwunsch, Süßer! Ich muss nur... Let it rip! Rush-Launch! Das ist genug! Pass auf und knete den Teig! Sorry, Mom! Ich knete, ich knete! Ich knete, ich knete, ich knete, ich knete, ich knete! Wackias Haus ist so super! Es gibt einen Trainingsraum, in dem er jeden Tag Beyblade trainieren kann! Was? Hat Wackia gerade gesagt, dass er einen neuen Spezial-Move perfektioniert hat? Das ist aufregend! Kämpfen wir gegeneinander! Ich trete gegen deinen Spezial-Move an und lass mich nicht unterkriegen! Nächstes Mal bei Beyblade First! Five-Run im Weg! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben vollkriegen! Willkommen zu Runde 4! Der erste Battle ist zwischen Kyoji Aranami und Shu Kurenai! Und ihr dürft raten, wie dieser Kampf ausgehen wird! Shu Kurenai ist mit einem Punkt in Führung! Oh ja, mach ihn okay mit einem Schlag! Du meinst K.O. mit einem Schlag? Hör zu, Kumpel, genieße es, solange es dauert! Dein Glück hat dich grad verlassen! Zeig's ihm, Shu! Du schaffst es! Hä? Du hattest einmal Glück und plötzlich hast du einen Fanclub? Shu, wir lieben dich! Du bist hier nicht der Einzige mit Fans! Ich habe Dutzende! Online! Das ist die dämlichste Angeberei aller Zeiten! Sein Plan, Shu wütend zu machen und abzulenken, scheint nicht aufzugehen! Er könnte genauso gut einfach das Handtuch werfen und sich die Peinlichkeit ersparen! Und ich wette, dass ich bessere Freunde hab als du! Wie heißt dein Freund nochmal? Du weißt schon, der Typ, der viel zu viel Haargel benutzt! Haltet mich zurück! Das wird hässlich werden! Und er ist in der roten Zone! Also, hat's dir die Sprache verschlagen? Wie wär's mit weniger Gelaber und mehr Konzentration? Aha! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Und das ist er, der Start des zweiten Battles! Mal sehen, wer es in die Top 4 schafft! Kyoji Aranami. Der Klang seines Bates schwankt leicht. Hat er Angst, gegen Shu anzutreten? Shu Kurona ist breisen. Vornehm, vorsichtig und kraftvoll. Er wird es versuchen. Drei! Zwei! Eins! Es ist ein Wurst-Finish! Shu Kurona holt den Sieg mit einem beeindruckenden Funktestand von 3 zu 0! Kloser! Er ist so cool! Oh ja! Dieser Typ da unten ist mein Gegner! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das perfekte Spiel Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf Edding, edding, edding Unsere Zeit und unser Leben Bay, play, burn Weil wir da draußen unser Bestes geben. They play first! Vive Run im Weg! They play first! Es ist an der Zeit, unsere Top 4 der Bezirksmeisterschaft vorzustellen. Block A wird vertreten von Volt Aoi. Block B, Wakiya Murasaki. Block C, Orochi Gimba. Und Block D vertritt Shu Kurenai. Jungs und Mädchen, Applaus für diese großartigen Blader. Du hast es geschafft, Volt. Gut gemacht. All meine harte Arbeit hat sich endlich gelohnt. Du hast recht. Ich hab Shu mein Wort gegeben. Wir beide treffen uns im Finale. Hey, wo ist Shu hin? Hat gesagt, er muss trainieren. Ich bin ziemlich sicher, dass er nach Hause ist. Im Ernst? Das bringt mich auf eine gute Idee. Zurückbleiben! Ich wechsle in den Trainingsmodus. Warte mal, Volt. Nika ist noch nicht von der Toilette zurück. Denkst du, sie hat sich verlaufen? Sie geht nicht auf. Ist jemand da draußen? Ich bin eingeschlossen. Hey, Volt! Turku! Hilf mir! Hallo! Was ist los, Kleine? Wieso die Aufregung? Geh schon. Du wolltest raus, oder nicht? Nika! Nika! Wo warst du? Du bist hier! Ich hab mich verlaufen und war eingeschlossen und die Tür ging nicht auf. Aber ich bin rausgekommen. Das verdanke ich dem da. Du hast meiner Schwester geholfen? Danke, weiß ich zu schätzen. Hä? Mann, was hat denn der für ein Problem? Ich hab freundlichere Piranhas gesehen. Das ist Orochi Ginba. Er ist der Sohn eines weltbekannten Dirigenten. Die Leute nennen ihn den Jungen mit den perfekten Ohren. Bedeutet? Er hat das absolute Gehör, aber es ist noch mehr. Er kann ein Burst-Finish spüren, bevor es passiert. In der Hand! Wolt Aoi. Sein Bey klingt, als wäre er stark. Aber er ist schwach. Schwach und trotzdem irgendwie stark. Es ist seltsam. Ich muss ihn nochmal hören, um sicher zu sein. Er ist nicht mal richtig gut, aber dann ab und zu, bam. Oji, sag mal, was denkst du über Wortsleistung? Beeindruckend, er war gut. Aber etwas war seltsam. Was denn? Spuck's schon aus. Es fühlte sich an, als würde er auf einem ganz neuen Level spielen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, als wäre er mit seinem Bey synchronisiert. Ich weiß, wir kriegen das hin. Los geht's! Vielleicht sollte ich ihn nicht so schnell abschreiben, wie ich anfangs dachte. Der Kleine wächst mir langsam ans Herz. Perfekt. Gerade rechtzeitig, um einen neuen Move zu trainieren. Hey, Mom! Bin zu Hause! Was ist denn hier los? Steh nicht einfach rum, beeil dich und hilf mir. Ja, sicher. Aber Mom, was ist mit dem ganzen Brot? Ich hab einen riesengroßen Auftrag bekommen und Sie brauchen es sofort. Tja, der Punkt ist, Honjo und ich wollten eigentlich gerade trainieren gehen. Sehr schade. Davon abgesehen, schätze ich, dass du mein geheimes Supertraining auch ein andermal machen kannst. Training? Geheim? Was ist es? Wie super ist es? Willst du es wissen? Willst du Kraft? Entschiedenheit? Plus Explosivität? Und Flexibilität? Meine kleine Super-Spezial-Trainingsmethode fördert das alles. Bist du dabei? Aber immer! Du musst nur dabei helfen, die übrigen 130 Brotleibe zu backen und auszuliefern. Wir haben dafür genau drei Stunden. Du machst besser! Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt kann. Aber ich muss es probieren. Oh, 300 Leibe. Fertig. Mom, das war das härteste Training überhaupt. Wort. Wir müssen zum Murasaki-Haus. Hier, nimm die Karte. Du bist der Co-Pilot. Murasaki-Haus? Wieso kommt mir der Name bloß so bekannt vor? Hey, pass bitte auf. Wir sind hier schon hundertmal vorbeigefahren. Nimm die nächste rechts! Wir waren gerade da unten. Hey, du bist Orochi Ginba, oder? Danke, dass du vorhin meiner Schwester geholfen hast. Mein Name ist übrigens Walter Oi. Kannst du uns vielleicht dabei helfen, ein Haus zu finden? Weißt du, wo diese Adresse ist? Ja, sicher. Ich kenne sie. Oh, das ist super! Jackpot! Also, was sagst du? Könntest du uns zeigen, wie man dahin kommt? Was für eine riesige Hilfe! Spring rein, los geht's! Warte! Das wird eng werden! Ich sitze vorne! Bin froh, dass ihr es geschafft habt, Volt. Äh, Moment mal. Du wohnst hier, Hoji? Es ist cool! Nein. Orochi! Ich bin mir ziemlich sicher, dass Vakia hier wohnt, richtig, Hoji? Na dann los, gehen wir rein. Wartet mal! Ihr beiden kennt euch? Hallo! Vakia wartet auf uns. Das dürfte interessant werden. Ich gehe voraus, Volt. Kommt schon. Neun, wart eine Sekunde. Wir müssen das ganze Brot tragen. Also, hier wohnt dein Freund, richtig? Geh schon vor. Ich habe hier alles ganz gut unter Kontrolle. Danke für deine Hilfe. Kein Problem, Mom. Bis später! Er hat ein unterirdisches Versteck. So cool! Was hat er vor? Ich dachte, der einzige Gegner, den er ernst nimmt, ist Chu. Etwas sagt mir, dass ich heute was Interessantes zu hören bekomme. Äh, wir sind da! Wow! Eine Arena! Volt, du hast hergefunden. Hey, was geht? Orochi, wer hat dich denn eingeladen? Bin nur mitgekommen. Seh bloß zu, keine Sorge. Also, Volt. Bereit, gegen mich anzutreten? Lass es uns gleich hier tun. Gleich jetzt. Betrachte es als kleines Training vor unserem echten Kampf. Diese Chance kriegst du nicht jeden Tag. Wenn du wirklich so dringend kämpfen willst, wieso trittst du da nicht unserem Club in der Schule bei? Danke, aber nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche, hier. Du verstehst es nicht, oder? Wir trainieren nicht, weil es Spaß macht. Wir trainieren, weil es wichtig ist. Hey, was ist los mit dir? Wir trainieren mindestens so hart wie alle anderen. Vielleicht sogar härter. Du bist so witzig. Hat dir das jemals jemand gesagt? Du bist echt zum Schießen. Das reicht! Ich nehme deine Herausforderung an! Okay, erster Battle. Seine Emotionen machen ihn so berechenbar. Schwer zu glauben, dass er Hoji besiegt hat. Diese Handhaltung, das wird ein Rush-Launch. Wieder einer mit nur einem einzigen Trick. Vakias Vyvern ist ein Abwehrtyp. Und Valtrier kein Angriffstyp. Das ist definitiv ein Nachteil. Also, wie wirst du es angehen, Wort? Sie lieben ihre Brille. Aber in einem aktiven Leben gibt es dafür eine sinnvolle Ergänzung. Kontaktlinsen. Praktisch, solange sie immer frische Linsen und Pflegemittel im Haus haben. Und wenn nicht? Schnell los- und Nachschub besorgen? Das bedeutet Stau, Zeitnot, Stress. Oder sie tragen ihre alten Kontaktlinsen einfach länger. Das heißt, Stress für ihre Augen. Geht das nicht bequemer? Aber bitte mit der Beratung von Optica Schnurrbusch. Augenblick. Das geht. Mit CoolDirect kommen Linsen und Reiniger in passgenauen Päckchen direkt in ihren Briefkasten. Und so einfach. Optica Schnurrbusch berät, passt an und gibt Tipps zur Pflege. Ihr CoolDirect-Paket bekommen sie danach alle drei Monate. Versandkostenfrei. Top-aktuelle Linsenmodelle vom Markenhersteller und der passende Reiniger. Alles ist drin. Immer im Blick. Ihre Augengesundheit. Mit der Nachricht aufs Handy verpassen sie keinen Kontrolltermin. Dazu ein klasse Preis. Gerade mal so viel wie ein Schokoriegel am Tag. So günstig ist CoolDirect. Und einen attraktiven Brillengutschein gibt's auch noch obendrauf. Modisch und schick. Cool und aktiv. Behalten Sie den Durchblick. Wild Wyverns Wirkungsbereich ist ziemlich heftig. Das liegt an dieser Kugel an seiner Spitze. Sie erlaubt ihm eigenständig zu rotieren, wodurch er die Kraft seines Gegners reduziert. Es läuft nicht wie es sollte. Was passiert hier? Es ist alles vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Und das dürfte nicht mehr lange dauern. In der Musik nennt man das Ritadando. Valtryek! Und dann folgen die letzten Töne. Das gibt's nicht! Survivor Finish für Viveron. Vakia erhält einen Punkt. Na gut, es gibt ein goldenes Sternchen fürs Antreten. Du weißt nicht, was wir drauf haben! Valtryek ist viel besser als das! Sicher, wenn du das sagst. Irgendwie seltsam. Das ist nicht der Klang, den ich hören wollte. Ich bin der, mit dem ihr euch anlegen wollt. Wer von euch ist der Erste? Hilfe nach! Du bist in Sicherheit wohl! Warte, was? Was geht hier ab? Nur ein altmodischer Battle. Ist mir schon aufgefallen. Honcho! Leute! Ihr seid hier! Freunde aus deinem kleinen Schulclub. Wie niedlich alle sind besorgt. Sieh mal einer an. Ein Publikum. Das wird immer besser. Also, was sagst du? Starten wir einen zweiten Battle? Nicht gut. Wort liegt schon einen Punkt zurück? Angriffstypen haben einen Nachteil gegenüber Abwehrtippen. Dazu kommt, das ist Vakia. Wenn er nur eine Strategie hätte. Hey, ja! Gute Idee! Zeit für Rock'n'Roll! Bring deinen neuen Move! Hä? Welchen neuen Move? Gibt's was Neues? Schön, schön. Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit. Ich hab den Flashlaunch noch nicht perfektioniert. Aber wer weiß, es könnte funktionieren. Okay, ich mach es. Ich hab nichts zu verlieren. Los geht's! Zweiter Battle! Sieht nach der gleichen Haltung aus wie beim Rushlaunch. Außer, dass seine Handgelenke gerade sind und sein Starter parallel zur Arena ist. Na dann. Okay. Zeit, deinen Worten Taten folgen zu lassen. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Eins! Let it win! Das ist zu stressig. Ich kann nicht hinsehen. Sein Welt dreht sich unkontrolliert. Ich hab's vermasselt. Und das ist es, Leute. Vyron gewinnt mit einem Ring-Out-Finish. Vakia gewinnt mit einem Punktgestand von 2 zu 0. Das ist nicht gut. Vyron... Sitz nicht einfach nur rum. Mach dich fertig für eine Revanche. Hä? Ich tu dir einen großen Gefallen. Sagen wir einfach, das hat nicht gezählt. Außerdem kennst du meinen neuen Move noch nicht. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Deinen neuen Move? Ja? Willst du ihn nicht sehen? Mhm. Hör zu! Das ist dein letzter Versuch. Gib dein Bestes! Kommt mir irgendwie seltsam vor! Hier drin sind zu viele Angeber-Blader. Wer will denn sonst noch einen Versuch, nur um einen neuen Move zu zeigen? Nur Vakia, zum Glück gibt es den nur einmal. Der Rush-Launch hat bei ihm nicht funktioniert und der Flash-Launch ist total nach hinten losgegangen. Was soll ich tun? Bereit? Auf die Feste! Drei! Zwei! Ein! Riskiert ihr den Flash-Launch nochmal? Nein! Let it rip! Hat in letzter Sekunde was verändert. War das eine Finte? Nicht wirklich beeindruckend. Der, da ist bisher der Schnellste! Schön, er hat in letzter Sekunde einen guten Schuss hingekriegt. Ich hab's geschafft! Das ist es, Virtuell! Oh ja! Ich hab angetäuscht, Freundchen! Hier kommt der Rush-Launch! Zeig's ihm, Partner! Alles klar! Ist das das Beste, das du drauf hast? Du musst noch viel lernen, Kleiner. Der Klang des Rush-Launch ist definitiv beeindruckend. Aber der Shield-Launch ist so schnell, präzise und kraftvoll, dass nicht einmal der Rush-Launch eine Chance hat. Es funktioniert nicht! Überrascht das irgendjemand? In Ordnung. Zeit für die Demonstration! Das kann nicht sein! Was passiert da? Vyvron benutzt Valtryaks Schwung zu seinem eigenen Vorteil. Die Kugel an der Spitze macht nicht nur die Attacke des Gegners zunichte. Sie kann auch einen Gegenangriff starten und benutzt dabei dasselbe physikalische Prinzip wie ein Pendel. Je härter Valtryak aufschlägt, desto stärker wird Vyvron. Was haltet ihr von meinem neuen Spezial-Move? Ich nenne ihn Shield-Crash. Valtryak hat keine Chance! Haltet euch, Valtryak! Du musst durchhalten! Vyvron, ich glaube, es ist Zeit, dass wir dem Kleinen die Augen öffnen. Jetzt das Finale. Drei, zwei, eins. Igitt! Stinkt das nach Versagen. Riecht ihr das? Aber hey, ich schätze, ich sollte dir eine Eins für deine Bemühungen geben. Wenigstens konnte ich ein bisschen mit meinem Shield-Crash rumspielen. Rumspielen? Hm. Nicht cool. Du hast Valtryak zum Experimentieren benutzt? Lass mich zu ihm! Beruhige dich, Gelassenheit! Finde dein Yin! Nein! Man muss auch etwas Yang haben! Hey Kleiner, denk mal drüber nach, dir einen anderen Bait zu holen. Deiner scheint eine echte Krücke zu sein. Was sagst du da? Nur ein kleiner Tipp. Traurig aber wahr, nicht jeder ist dafür geschaffen, ein großer Blader zu sein. Sagst du da? Dass ich kein... Geht's dir gut? Kommt schon! Wir gehen nach Hause. Du hast es gut gemacht, lass uns ein Eis essen. Nichts was ein Sieg nicht wieder repariert! Keine Sorge! Komm schon, Bro! Das war meine Schuld. Ich hab es vermasselt. Ich hab nicht daran geglaubt, dass wir es schaffen können! Naja, das war Zeit, die ich nie wieder zurückbekomme. Definitiv nicht der Klang, nachdem ich gesucht habe. War der Sound, den ich vorher gehört hatte, nur eine Fantasie? Hey, cool dich hier zu treffen. Oh, was? Wie unhöflich. Fällst du irgendwas? Wieso die kalte Schulter? Schon gehört, wie ich deinen Kumpel beim Battle heute Nachmittag vernichtet hab. Worüber redest du? Ich habe Volt Aoi besiegt. Er war so schwach, nicht mal der Mühe wert. Also, Shu, du gewinnst deinen nächsten Kampf lieber. Denn dann kann ich dich besiegen. Ich zähl die Tage! Oh? Hi, Volt! Wir backen Brötchen. Willst du helfen? Du bist später dran als sonst. Hast du wieder mit deinen Bae-Freunden gespielt? Mom! Hä? Was ist denn los? Stimmt was nicht? Einfach alles! Ich brauche deine Hilfe! Ich werde alles tun! Hilf mir! Du musst mir all deine Geheimtrainingstipps geben! Der Rush-Launch hat nicht funktioniert! Und mein Flash-Launch war lausig! Ich kann nicht einschaffen! Nicht-Sivakia und diesen blöden Battle immer wieder und wieder in meinem Kopf! Gah! Und das ist das Schlimmste! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Schlimmste! Da ist aus. Ich muss beschaister mal zu. Wo ich auch hinsehe, sehe ich Vakia. Ich werde ihn auf jeden Fall besiegen. Koste es, was es wolle. Was? Shu hat seine Haltung geändert? Hat er einen neuen Move? Komm schon, ich flehe dich an. Du musst mir einfach helfen. Nächstes Mal bei Baby Egg Burst. Komm drüber weg. Vertraue, Valtryek. Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Bayblade. Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Wir wissen alle, dass du aufgebracht bist. Ich bin sicher, dass du heute eine Lösung findest. Aber bitte lass es nicht an deinem Frühstück aus. Aber Mom, ich sehe Vatjas Gesicht in allem, was ich anschaue. Ich kann wirklich nichts dagegen tun. Das klingt normal. Ist sowas sehr schlimm? Valt, manieren. Aber ernsthaft, Mom. Die Brötchen. Hi, Valt. Die Cornflakes. Hallo. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Jetzt hier und dort. Überall, wo ich ihn sehe, sehe ich sein großes Gesicht. Hey, Valt. Hey, Valt. Das ist seltsam. Du hast gestern viel trainiert, was dich normalerweise müde macht, richtig? Ja, hab ich. Bis ich geträumt habe. Beruhig dich, Junge. Das ist alles nur in deinem Kopf, aber du hast keine Chance gegen meinen Shield-Launch. Du bist zu schwach. Das war's für dich. Er macht mich verrückt. Sonst träumt er immer, dass er Meisterschaften gewinnt. Ich hab das Gefühl, das wird nicht gut enden. Isst einfach dein Frühstück, okay? Deiner scheint eine echte Krücke zu sein. Nur ein kleiner Tipp. Traurig, aber wahr. Nicht jeder ist dafür geschaffen, ein großer Blader zu sein. Ich zeig dir traurig, aber wahr. Beruhige dich. Rede nicht mit vollem Mund. Ja, das ist irgendwie eklig. Wundere dich nicht, wenn du Schluck abkriegst. Um, 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 um. Oh, 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 oh. Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf, oh, oh, oh. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben. Bay Blade Burst! Weil wir da draußen unser Bestes geben. Bay Blade Burst! Komm drüber weg! Vertraue Weltreakt! Bay Blade Burst! Ich werd ihn kriegen! Schrei mich am Morgen nicht so an! Verstehst du mich? Und putz dir die Zähne! Du dir auch! Das mit Vaka geht dir ziemlich nah, hm? Ich glaube nicht, dass er jemals überhaupt ernsthaft mit mir kämpfen wollte. Er nannte es ein Experiment. Das ist eine totale Beleidigung, wisst ihr? Du wurdest belehrt! Ich zeig dir gleich belehrt! Lass keine Sicherung durchbrennen, Junge! Und vergiss lieber nicht, Blading macht Spaß! Ja, aber ich muss ihn überraschen und zeigen, wie stark Valtryak wirklich ist. Was für ein Glück! Er ist der nächste Gegner bei der Meisterschaft! Auf eine Art ist es gut, dass er dir seinen neuen Move gezeigt hat. Das heißt nur, dass er sicher ist zu gewinnen. Aber er wollte, dass du überdreckt bist und dass das funktioniert. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn so an mich ranlasse! Was geht ab? Sogar Honcho sieht aus wie er! Was geht ab? Hört auf damit! Ich werde nichts davon persönlich nehmen. Aber wir sollten einen Weg finden, deine Bay-Angst zu behandeln. Das ist eine gute Idee. Ich sollte trainieren. Der beste Weg, Bay-Angste zu besiegen, ist mit Bays. Außerdem muss ich den Flash-Launch perfektionieren. Leute, wer will zuerst gegen mich kämpfen? Ich muss mit maximaler Konzentration trainieren. Denn sonst werde ich Valkia nicht schlagen können. Ich sehe dich an, Honcho. Ich weiß, dass du es willst. Walt? Ja, was? Dir ist klar, dass ich ein Leben habe, oder? Oh? Ist der Bay-Club nur dazu da, dir beim Trainieren zu helfen? Das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Mir gefällt, wo er damit hinzieht. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ihr versteht es einfach nicht! Valkia hat uns nie ernst genommen. Denk doch mal drüber nach. Er ist immer gemein und angeberisch. Valtryek, du hilfst mir, ihn fertig zu machen, richtig? Wir müssen ihn aufhalten. Der wird noch sehen, was er davon hat. Fangen wir gleich an. Hm. Honcho? Ich bin raus. Wenn ich nicht genug Zeit für mich habe, verliere ich das besondere Etwas. Leute, wollt ihr trainieren? Wenn ich zu spät zum Mathe komme, muss ich nachsitzen. Ich habe eine Präsentation! Bis später, Blader! Schön, verstehe. So viel zur Club-Loyalität. Und... Flash launch! Los! Ich sagte... Flash launch! Es ist hoffnungslos. Ich kriege das nicht hin! Also, was für eine Haltung brauche ich, um einen guten Flash launch hinzukriegen? So ungefähr? Oder vielleicht mehr Handgelenk? So etwa? Oder tiefer? So was? Besessen von Valkia, hm? Ja, ich glaube, diese Geschichte ist ihm zu Kopf gestiegen. Er ist so überdreht. Wie war es denn damals, als er gegen Daigo Kurugami gekämpft hat? Da war er doch auch überdreht. Ja, da hast du wohl recht. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich's erklären soll, aber er ist nicht mehr so überenthusiastisch, dass mir schlecht wird. Ich weiß nicht, was es ist. Hier ist der Punkt. Er nimmt ernst, was du ihm sagst. Kannst du ihn fragen, was aus dem Wort geworden ist, den wir kennen? Wow, du bist ein feiner Kerl. Wer hätte das gedacht? Oh Mann, bitte erzähl das niemandem. Ich meine, wage es nicht, es jemandem zu sagen. Jemand muss den Beyblade Club cool machen. Ich opfere mich fürs Team! Ich verstehe das vollkommen. Gut, ich bin froh, dass das geklärt ist. Also, Shu, wirst du mit ihm reden? Er sieht zu dir auf. Ich bin mir da nicht so sicher. Er ist ziemlich fixiert auf Vakia. Hä? Wenn es ums Bladen geht, dann macht Volt keine Fehler. Warte mal, wenn du einfach klein bei gibst, dann... Wer hat gesagt, ich geb klein bei? Hey, warte doch! Ich red grad noch mit dir! Okay, dann will ich dich jetzt mal was fragen. Ja, was? Wenn du sagst, den Volt, den wir kennen, was meinst du damit? Überdreht! Auf ne gute Art. Hm. Ich hab darüber nachgedacht, was du heute Morgen gesagt hast. Und wir stimmen in dieser Sache alle überein! Der Punkt ist, wir mögen deine Leidenschaft, Junge! Das stimmt, aber wenn du dich zu sehr aufregst, dann siehst du die Dinge falsch! Also haben wir eine Idee, damit du besser runterkommst! Was könnte zum Entspannen besser sein, als das zu tun, was man liebt? Du hast es erraten! Ab zu Bay Arena! Cool! Also helft ihr mir trainieren? Okay, fangen wir gleich mit ein paar Flash-Launch-Übungen an. Klingt das gut? Wenn du es so machen willst, dann sind wir raus! Du musst dich immer daran erinnern, wieso du Beyblade so sehr liebst. Leidenschaft deshalb! Vergiss nicht, dass es ein Spiel ist! Na komm schon, was hältst du von einem Freundschaftskampf? Ihr habt so recht! Manchmal nehme ich die Dinge zu ernst, aber jetzt bin ich bereit, Spaß zu haben. Also der erste Battle! Valtryek verschwendet wirklich meine Zeit. Ich will natürlich nach ganz oben. Was bedeutet, dass mein Wyvern Schuh Spryzen besiegen muss? Hör auf, Vakia! Konzentrier dich aufs Spiel! Er ist nicht hier! Ist ja gut, ist ja gut! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Komm schon, verheibelst du uns etwa? Ich nehme das ernst, ich schwör's euch! Dieses Mal! Let it rip! Super, es hat funktioniert! Valtryek, rush launch! Schnapp ihn, jetzt! Jetzt wird dein Angriff schon ab! Ja, für mei es! Ken gewinnt mit einem Burst Finish. Oh Mann, wieso verliere ich immer wieder? Es hat keinen Zweck. Ich schätze, der Flash Launch ist meine einzige Chance. Ich muss zugeben, alles wird ziemlich schlampig. Vor allem deine Körperhaltung. Wo ist dein gewisses Etwas? Hey, seid nicht so hart zu ihm! Du bist immer noch zu sehr abgelenkt. Wieso kämpfst du nicht als nächstes gegen mich? Nein, danke. Ich hab was im Auge! Was jetzt? Was ist denn sein Problem? Was für ein Baby! Das Baby des Beyblades. Seht mal, wer jetzt Wortspielchen macht! Schuh ist da drüben! Schuh ist da drüben! Komm schon, du musst vorsichtiger sein! Hey, alles okay? Ja, alles okay! Tut uns leid, dass wir dich gestört haben! Macht euch deshalb keinen Stress! Wie läuft's denn so? Und wie geht's eurem großen Bruder? Er ist mit den anderen trainieren gegangen. Das ist gut! Könnt ihr ihn etwas für mich fragen? Mhm, was denn? Fragt ihn, wie es Valtryak geht. Okay? Sorry, Valtryak. Was muss ich tun, um zu gewinnen? Es muss doch einen Weg geben. Oh Mann, ich werde nie so gut sein wie Schuh. Hi Akir! Hier entlang, komm! Wow, cool! Ich wusste nicht, dass ihr eine Bay Arena habt. Ja, sie sieht ihr an. Aber man kann sie nicht für echte Kämpfe benutzen. Sie ist so klein. Deshalb benutzt unser Bruder sie auch nicht mehr. Valtryak hat jeden seiner Kämpfe bei der Bezirksmeisterschaft gewonnen. Er ist so mega super! Okay, Leute, kämpfen wir! Ja, ich mach mit, ich bin dabei! Na also gut, der erste Battle. Klingt gut! Dann legen wir los! Ja! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Ein! Let it rip! Hol ihn dir! Gut gemacht! Habt ihr das gesehen? Das war super! In Ordnung! Komm, 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 komm schon! Hau ihn raus! Das werden wir verhindern! Turku gewinnt mit einem Becht-Fennel! Oh, gar nicht fair! Danke, du warst großartig! Hä? Du redest mit deinem Bey? Klar, Volt macht das immer so, also ja! Weil sie Partner sind, weißt du? Hä? Du solltest es auch mal versuchen! Okay, ich probier's mal aus! Hi, du! Ich bin Akio! Fühlt sich irgendwie komisch an! Aber nur, wenn du es zulässt! Okay, noch ne Runde? Schön, die übernehme aber jetzt ich! Sicher, klingt gut! Pass auf! Sie hat's echt drauf! Als ob ich gegen sie verlieren würde! Ach, wirklich? Das werden wir gleich sehen, oder? Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Haltet euch! Das ist es! Die sind eigentlich gar nicht schlecht. Schätze, das liegt in der Familie. Du bist so nah dran! Mach weiter! Nur noch ein bisschen! Komm schon, los! Jetzt verstehe ich! Also darum geht es! Ja! Akio bekommt einen Punkt für dieses Survivor-Finish! Hey, sorry! Du hast trotzdem super gespielt! Nika, alles ist gut! Du musst nur immer weiter trainieren! Ich weiß! Und ich werde mit dir trainieren! Okay! Also, wer hat Lust auf noch eine Runde? Ich! Und diesmal werde ich gewinnen! Oh ja, versuch's doch mal! Dann mach dich mal... Ob sie gewinnen oder verlieren... ...schwesterchen! ...sie lächeln trotzdem! Keine Scham! Unsicher hab ich eine! Hast du nicht! Nimm das! Ich hab dir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt! Was hab ich da bloß getan? Oh, hi, Volt! Was machst du zu Hause? Hey, was dagegen, wenn ich mitspiele? Wirklich? Oh nein, du hast vergessen, deine Schuhe anzuziehen! Hm, es wird mindestens einen Monat dauern, bis das verhält ist. Einen ganzen Monat, um zu heilen? Meinen Sie das ernst? Es sieht aus, als würdest du deine Schulter extrem belasten. Sag mir, Sohn, welche Art Sport treibst du? Bayblade. Ah, verstehe, du bist also ein Blader? Ja. Nun, im Moment musst du dich erstmal auf deine Genesung konzentrieren. Du musst für einen Monat damit aufhören. Verstanden? Er war im Krankenhaus? Ich frag mich, ob irgendwas bei Schuhe verstimmt ist. Was ist denn? Du warst heute Morgen so angespannt. Es sieht jetzt aus, als hättest du dich beruhigt. Ja, ich weiß. Was? Endlich hab ich etwas begriffen. Oh, und was denn? Vakia verdient meine Aufmerksamkeit nicht. Mein Bay aber schon. Ich kann nicht so tun, als wüsste ich, wovon du redest. Das ist okay, Mom. Solange ich das tue... Nun, da bin ich froh. Aber die Hauptsache ist, dass du dich besser fühlst. Oh, wir haben eine Nachricht für dich. Oh, das stimmt. Wir haben Schuhe getroffen. Wirklich? Wo war er? Er hat gerade im Park trainiert. Und ich bin sozusagen in ihn reingerannt. Er hat gefragt, wie es Valtteriak geht. Gefragt, wie es Valtteriak geht, hm? Hm. Er redet gar nicht mehr. Ich glaube, er ist kaputt. Schu! Ich hab dich bisher noch nie rechtzeitig erlebt. Hey, ich hab gehört, dass du gestern die Zwillinge gesehen hast. Aha. Valtteriak geht es super. Gut. Ja, ich weiß. Ich will dir zeigen, wie super es ihm geht. Komm zum Bay-Club nach dem Unterricht. Denn wir müssen kämpfen. Nein, das sollte ich nicht tun. Es wird Spaß machen, weißt du? Als ich gegen Vagia verloren habe, war ich so frustriert. Ich hab sein Gesicht gesehen, egal wo ich hingeschaut habe. Und deshalb hab ich Valtteriak keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber so bin ich nicht, oder? Nein, sicher nicht. Hä? Du denkst tatsächlich nach. Was soll das heißen? Hm. Oh, vergiss es. Ich seh dich nach dem Unterricht. Alles klar! Schön, da ist wohl jemand richtig glücklich. Hast du gute Neuigkeiten? Hab ich. Schu hat gesagt, dass er zum Bay-Club kommt nach der Schule. Wirklich? Das hat er gesagt? Er hat sogar versprochen, gegen mich zu kämpfen. Ich bin so aufgeregt. Was ist los mit euch beiden? Schu ist auf dem Weg hierher. Und wir wollten deinen Battle mit ihm nicht verpassen? Hi, hier sind wir Schu. Das ist so cool. Und was jetzt? Holst du dir ein Autogramm von ihm? Also was hat das Vagia-Fieber denn nun gestoppt? Ich werd einfach Spaß haben. Darum geht es beim Bay-Blade, hab ich recht? Das sagen mir die Leute dauernd. Ich hätte Weltreak auf keinen Fall vergessen dürfen. Und das schätzt zu werden, macht mich so wütend. Aber ich kann nicht alleine bladen. Ich brauch meinen Partner. Wir kombinieren unsere Stärken und erfinden die besten Moves. Genau wie der Bay-Club. Ich hab die besten Freunde auf der Welt. Im Universum! Oh nein! Das ist schlecht! Er kommt nicht mit so vielen Gedanken klar! Das ist kalter Schweiß, fächelt ihm Luft zu! Okay, man sollte ihm Wasser brennen. Sein Gehirn ist es nicht gewohnt, so stark nachzudenken. Der erste Battle! Du und ich, Partner! Ich muss mit einem Start gewinnen. Wegen meiner Schulter. Schuh! Seine Starthaltung ist anders als sonst. Mann, oh Mann! Bringt er einen neuen Move? Schuh ist noch besser geworden! Das ist es nicht. Ich probiere nur was Neues aus. Das ist alles. Das ist so cool! Du bist klasse! Trotzdem, ich werde dir zeigen, dass Valtry Egg und ich super leidenschaftlich sein können, wenn wir ein Team sind. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Eins! Let it! Rip! Rip! Tolle Arbeit, Valt. Du bewegst dich viel besser als gestern und Valtry Egg ist auch wieder normal. Spryzen hat aber auch keine Geschwindigkeit verloren! Hier ist der Rush-Lunch! Valtry Egg! Er hat's geschafft! Das ist unser großer Bruder! Seine Attacken? Sie treffen nicht nur Spryzen. Sogar ich kann sie fühlen. Valtry Egg! Du bist so viel besser geworden. Aber mein Spryzen wird definitiv nicht verlieren! Alles klar! Los geht's! Er hat mich weggestoßen! Komm schon, mit uns den Counter-Brace! Es ist vorbei! Shu gewinnt mit einem Burst-Finish! Hm. Unglaublich! Du hast so mega krasse Skills! Das war so fantastisch! So cool! Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll! Oh Mann! Ich werde es noch viel härter versuchen! Und ich werde besser! Also sehe ich dich definitiv im Finale! Darauf freue ich mich! Was? Du gehst schon? Kannst du nicht für einen weiteren Battle bleiben? Ich hab nur einen versprochen. Weißt du noch? Das stimmt! Aufhören, wenn's am schönsten ist! Aber wir anderen wollten auch gegen ihn kämpfen. Tut mir leid, Leute. Ich schätze, wir müssen jetzt gegeneinander antreten! An die Arbeit, Saitryak! Wir haben gerade erst angefangen! Leg los, Volt! Halte durch, Poppenhahn! Sein Name ist Ken! Wenn du das sagst, Tanchu! Komm her, holt aber die Fote an! Du kannst es schaffen, Volt. Ja, wie ist es? Nein, vielen Dank! Schuh ist verletzt? Du machst wohl Witze. So was kann ihm unmöglich passieren. Es wird dir gut gehen, richtig Schuh? Wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Das Halbfinale fängt bald an. Magia, was denkst du dir dabei? Hör auf, mich so anzusehen. Ich gehöre hierher. Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Spryzins Verzweiflung. Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier, jetzt hier, und dort. Gegen Valkia zu verlieren war so brutal. Ich wollte unbedingt gewinnen. Außerdem muss ich den Flash-Launch perfektionieren. Ich muss mit maximaler Konzentration trainieren, denn sonst werde ich Valkia nicht schlagen können. Ich seh' dich an, Honcho. Walt? Ja, was? Dir ist klar, dass ich ein Leben habe, oder? Hm? Mann, wieso verliere ich immer wieder? Du bist immer noch zu abgelenkt. Wieso kämpfst du nicht als nächstes gegen mich? Nein, danke. Ich hab was im Auge! Was jetzt? Ob sie gewinnen oder verlieren, sie lächeln trotzdem. Was hab ich da bloß getan? Er hat mich weggestoßen. Ich bin wieder da! Und ich bin bereit, ein bisschen Spaß zu haben. Darum geht's doch eigentlich bei den Bays. Die Zeit ist gekommen, mich Valkia zu stellen. Let it rip! Unsere Bays zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben. Bay Blade Burst! Komm schon! Weil wir da draußen unser Bestes geben. Bay Blade Burst! Sprizens Verzweiflung! Bay Blade Burst! Also, was hat sich verändert? Ich sehe hier, dass die Entzündung schlimmer geworden ist, seit du das letzte Mal bei mir warst. Du hast trainiert. Du brauchst Ruhe. Ich weiß. Ich weiß, dass es hart ist. Aber du musst deinem Körper genug Zeit geben, um zu heilen. Ruhe ist genauso wichtig wie Training. Aber Doktor, die Meisterschaft, ich... Um zu genesen, brauchst du Ruhe. Wenn du nicht aufhörst, braucht dein Körper länger, um zu heilen. Und dann wird es noch länger dauern, bis du wieder kämpfen kannst. Willst du das? Nein! Es wird andere Meisterschaften geben. Im Moment musst du dich auf deine Gesundheit konzentrieren. Er erwartet wirklich, dass ich die Meisterschaft einfach so aufgebe? Hey, Shu! Hier drüben! Hier drüben! Hey, Volt! Heute habe ich Shu gesehen. Ich habe seinen Namen gerufen, aber er hat mich nicht bemerkt. Ich frage mich, ob er krank ist oder sowas. Wovon redest du, Nika? Shu ist nie krank. Wieso kam er dann aus so einer Arztpraxis raus? Ist er erkältet? Unwahrscheinlich. Hat nicht gehustet. Okay, dann hat er sich vielleicht verletzt? Vielleicht. Hä? Shu ist da drüben! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hey, Togo! Denkst du, was ich denke? Was ist, was passiert? Mhm. Vor ein paar Tagen bin ich gestolpert und direkt auf Shu gefallen. Genau in dem Moment, in dem er seinen Bae starten wollte. An welchem Tag war das nochmal? Ähm... Ich glaube, es war einen Tag, bevor ihr gegeneinander gekämpft habt. Denkst du wirklich, ich habe ihn verletzt? Ich überprüfe das! Wohin gehst du? Oh! Und dann wird es noch länger dauern, bis du wieder kämpfen kannst. Willst du das? Da ist er! Es wird andere Meisterschaften geben. Im Moment musst du dich auf deine Gesundheit konzentrieren. Das ist momentan keine Option. Let it rip! Hast du dir die Schulter verletzt? Woher weißt du... Bist du verletzt? Sag's mir! Hey, was ist los? Bist du zum Trainieren hier? Ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Es ist wahr, oder nicht? Hör auf, ich muss los. Sag's mir einfach! Lass es Wort. Ich weiß, was mit Nika war. Sie hat mir alles erzählt. Sie hat dich beim Arzt gesehen. Das geht dich wirklich nichts an. Doch, tut es! Pass auf, es ist nicht Nikas Schuld. Lass gut sein. Du bist verletzt! Denkst du, dass ich das einfach vergesse? Schätze nicht. Geht es dir gut? Also, wie schlimm ist es? Es ist nichts Schlimmes, wirklich. Etwas Eis sollte alles wieder in Ordnung bringen. Hey, äh... Was ist das denn? Hat hier irgendjemand Eis bestellt? Wo willst du es hinhaben? Oh, das war eiskalt. Was glaubst du denn, wie viel Eis ich für meine Schulter brauche? He? Eiscocktail, klasse Idee! Alter, du solltest wirklich mal bei uns zu Hause vorbeikommen. Du musst mal das Brot aus der Bäckerei meiner Mom probieren. Du musst trainieren, vielleicht später. Wie wäre es dann, wenn du dem Bay Club beitrittst? Ken, Dalgo und Honcho sind auch schon dabei. Wieso alleine trainieren, wenn du stattdessen mit uns allen abhängen kannst? Ich bin jemand, der lieber allein trainiert. Das ist schade. Aber hör zu. Hm? Ich glaube, der Bay Club funktioniert für dich, denn du verbesserst dich enorm. Es ist unglaublich, wie sich deine Skills entwickelt haben, seit du mit Honcho und den anderen zusammen bist. Hey, danke! Meinst du das ernst? Ich bin beeindruckt, mein Freund. Du bist weit gekommen. Die Sache ist die, ich will dich wirklich besiegen. Es ist mein Ziel und ich bin ziemlich sicher, dass ich eine gute Chance habe, das zu schaffen. Aber weißt du, ich will sicher gehen, dass es anständig und ehrlich abläuft. Dann schaff's ins Finale. Du wirst sehen. Ich werde dort auf dich warten. Ja. Keine Sorge, ich werde da sein. Und wenn es zum Kampf zwischen uns kommt, werde ich mich nicht zurückhalten. Versprochen. Wenn ich vermuten würde, dass du das tust, könnte ich dir nie wieder Eis bringen. Hirnfrost. Gibt's wirklich. Ja, und dann hast du gesagt. Nicht witzig. Hör auf, es ist ziemlich witzig von meinem Standpunkt aus. Ich will nicht bereuen, dass ich dich reingelassen habe. Als wäre das überhaupt möglich. Hör auf, es ist ziemlich witzig von meinem Standpunkt aus. Nicht hoch! Hier. Hey! Wie wär's, wenn ich die für dich nach Hause trage? Gib sie mir zurück. Dann also zum Arzt. Ich sagte, gib sie zurück. Hey, wenn du noch woanders hin musst, bin ich gern dabei. Ich sag dir, du sollst das lassen, Walt. Was geht hier vor? Theaterproben? Oh, Backe! Schuh und Walt streiten sich. Mein Essensgeld setze ich auf Schuh. Bin sofort gekommen, als ich es gehört habe. Was ist los, Handschuhe? Die Details, bitte. Yo! Wende? Was genau geht denn hier vor, Leute? Kurzversion, bitte. Es ist nichts. Oh, bitte hört einfach nicht auf ihn. Leute, Schuh ist verletzt. Wir sind alle verletzt. Mir geht es schon wieder besser. Walt macht eine große Sache daraus. Was du nicht sagst. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Aber bist du doppelt sicher? Mach mal halblang. Ich will nur sicher gehen, dass du vierfach sicher bist. Komm mit mir. Gut, das ist perfekt. Daigo. Wie wär's mit einer Runde gegen mich? Hm, klingt gut. Ich warte schon eine ganze Weile darauf, gegen dich anzutreten. Dann ist das jetzt deine Chance. Sieh selbst, ob es mir besser geht. Die Schwellung ist weniger geworden, aber es tut noch weh. Ich mach mir zwar Sorgen, aber solange ich diese Haltung benutze... Um zu genesen, brauchst du Ruhe. Wenn du nicht aufhörst, brauch dein Körper länger, um zu heilen. Und dann wird es noch länger dauern, bis du wieder kämpfen kannst. Willst du das? Das einzige Problem daran ist, dass ich kämpfen will. Und zwar jetzt! Er hat eine unglaubliche Konzentration und hält seine Gegner immer auf Trab. Wenn sich dieser Battle in die Länge zieht, wird das zu anstrengend für meine Schulter. Ich muss ein Burst-Finish schaffen. Gleich hier. Gleich jetzt. Erster Battle! Es wird schwierig, einen starken Start hinzukriegen, aber ich muss einen Weg finden. Bereit? Auf die Plätze! Ich schätze, du planst im Zentrum auf Doom Sizer zu warten, hm? Er ist schneller als je zuvor! Na und? Er ist nicht schneller als mein Bay! Los! Quick launch! Jetzt! Quake launch! Doomsizer hat sich durchgesetzt! Ich schaff das! Das kann nicht sein! Spryzen hat... Spryzen gewinnt mit einem Burst-Finish! Wow! Das ist krass! Schuh gewinnt mit einem Punktestand von 2 zu 0! Das war ein richtig toller Battle. Du bist echt gut. Wirklich, Mann. Kann ich nur zurückgeben. Hast du diesen Start gesehen? Sah für mich nicht aus, als wäre er verletzt! Er ist stärker als davor! Du lagst total daneben! Was hab ich gesagt? Siehst du, Vault? Schön. Schuh, ich kann es nicht glauben! Ja! Du hast wirklich verrückt krasse Heilkräfte! Ich schätze, ich muss mich fürs Finale vorbereiten. Denn dort werde ich gegen dich antreten! Sicher. Das war weniger dramatisch, als ich gehofft hatte. Was meinst du? Doom Sizer war so nah dran! Es war bis zur letzten Minute spannend! Ha! Du warst offenbar noch nie bei einer Off-Broadway-Show! Wovon laberst du da? Egal, ich hab keine Zeit dafür! Ich kann nicht nur rumstehen! Ich muss trainieren! Wer will kämpfen? In Ordnung! Ich bin jetzt nächster dran! Nein, ich bin dran! Du bist dann noch viel zu eingebildet! Willkommen zurück zur Bayblade-Bezirksmeisterschaft! Endlich sind wir im Halbfinale angekommen! Bevor wir anfangen, meine Blader-Freunde, lasst mich unsere vier Wettkämpfer vorstellen! Hier ist unser erster Blader, Vault Eye! Nachdem er das Publikum mit Siegen über mächtige Gegner überraschte, hat sich dieser Außenseiter bis zu den Top 4 vorgekämpft! Wir drücken dir alle die Daumen! Das stimmt! Ja! Mach mich stolz! Ja! Verlasst euch drauf! Und unser zweiter Wettkämpfer ist Wakiya Murasaki! Dieser Blader hat noch keinen einzigen Punkt abgegeben! Was für eine fantastische Show vom Zweitplatzierten des letzten Jahres! Es ist Zeit, Ihnen zu zeigen, was du drauf hast! Zeig Ihnen, wie unglaublich stark Y-1 ist! Unser dritter Wettkämpfer ist Orochi Ginba! Die Sinfonie des Base dieses Wettkämpfers hat gerade erst begonnen! Und unser letzter Wettkämpfer ist Shu Kurenai! Der Gewinner der letztjährigen Meisterschaft hat bisher keine Stufe auf dem Weg an die Spitze ausgelassen! Wir jubeln für dich, Shu! Wurde es ihm wehtun, ein kleines Lächeln zu zeigen? Das macht ihn doch so cool! Kannst du doch, Kleine, von all seinen tollen Eigenschaften, willst du die? Wer von ihnen wird es ins Finale schaffen? Nur zwei können gewinnen und weiterkommen! Bist du bereit, Waltriac? Morgen! Diesmal geht die Meisterschaft an mich! Alter! Na, sehen wir aus diesen Schreckentömen meines Sinfonieses! Meinem Ziel wieder einen Schritt näher! Okay, seid ihr bereit, Jungs und Mädchen? Seid ihr so aufgeregt wie ich? Ich kann euch nicht hören! Ich geb's ja zu! Baut keinen Mist und verliere nicht gegen Orochi! Na und? Vergiss nicht, du bist mein Gegner im Finale! Du tust dir selbst keinen Gefallen, wenn du Walt unterschätzt! Was war das? Du denkst doch nicht ernsthaft, dass er nie eine Chance gegen mich hat, oder? Lass dich überraschen! Ich bin total gefährdet! Okay! Die Show möge beginnen! Den ersten Kampf im Halbfinale bestreiten! Diese beiden Mitkämpfer! Guck mal nach, ob ich kann nur ein Meistertür haben! Wakya Murasaki! Und Rot auf! Oh, ne Diedelmaus! Oh, Scheiße! Hey, Alter, Alter! Ich hab was gegen eurem Torb aufgenommen! Ich glaub an dich, großer Bruder! Wack ihm wer der Papa ist! Genesen! Ich mein, das hab ich gehört! Komm schon, Walt! Schaff es ins Finale! Das wird ein Spaziergang verwirklicher! Scheiße! Survivor-Finishes und Ring-Out-Finishes sind beide einen Punkt wert! Ein Burst-Finish ist zwei Punkte wert! Der erste, der zwei Punkte erreicht, gewinnt den Battle! Walt kann krimpsen, so viel er will, aber gegen meinen Shield-Launch hat er keinen Schatz! Ich bring das schnell hinter mich, damit ich mich aufs Finale konzentrieren kann! Ey, Alter! Daniel-Gradleons Power ist unglaublich! Nein, WAP! Meinen Schwung total plaut! Unser anderer Move! Wenn ein Rush-Lounge einsetzt, bekontet er mit seinem Shield-Crash. Wälde ich mir das ein, oder wird Walt anders? Er denkt über irgendwas nach! Dieses Operation ist komplex! Oh, hoffentlich explodiert sein Kopf nicht wieder! Wir haben unseren Flash-Lounge immer noch nicht perfektioniert! Wenn ich ihn verpfusche, verschenke ich Punkte an Wakya! W康! Sieht's gut? Ich kann es einfach nicht riskieren! Aber hat mein Rush-Lounge-Körper? Was? Ja, aber auf jeden Fall hast du gesagt, ich flüsse wie ein Wasserfall. Ich! Was musst du denn weiter machen? Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich muss nach Hause. Wie? Wir können auch zum Housebot gehen. Lass mich in Ruhe, Honcho! Wir müssen nicht zu dir nach Hause. Dann geht's auch? Naja, ich glaube, ich schaff den Weg auch alleine nach Hause. Seid du Honcho und die anderen Kälte, haben sich deine Skills so sehr verbessert. Du hast gesagt, es ist total schön hier mit mir und alles vorher. Wir haben so hart trainiert. Ich bin nicht mehr derselbe, der ich war, als ich das letzte Mal gegen Valkya gekämpft habe. Und Valtryak ist auch stärker. Alles klar, das ist es. Rein da! Vielleicht hat mein Rush-Launch doch eine Chance. Und jetzt ist es Zeit, dass das Halbfinale beginnt. Wird Meisterschaftsvorrieg Valkya Murasaki die Oberhand haben? Oder wird uns Voltaoi möglicherweise nochmal überraschen? Was denkst du, Valtryak? Welchen soll ich machen? Du hast recht! Er lächelt schon wieder. Also echt, Leute, wer hat diesen Clown bestellt? Der erste Battle! Ich schaffe einen Burst-Finish mit meinem Shield-Launch. Und damit ist das Ding durch. Okay, Valtryak. Vertrau mir! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Eins! Let it run! Wild Vyvron ist auf dem Weg ins Zentrum und gleitet butterweich durch die Arena. Er hat sofort den Shield-Launch gestartet! Wird er wieder in die Defensive gehen? Victory Valshwerk nimmt den kürzesten Weg auf seinen Gegner zu! Seht euch diesen Move an! Was ist das für ein Klang? Und Vyvron wird weggeschossen! Nicht zu vergleichen mit vorher. Wow, wow, wow! Ist das der Rush-Launch oder was? Denkt ihr, das war sein neuer Move? Ja, aber der ist so unzuverlässig. Fokus, Valt, du kannst das. Wir müssen einander vertrauen! Komm schon, Partner! Ich hab doch recht! Valt ist unerbittlich! Er gibt Vyvron keine Chance, sich zu retten! Daumen drücken funktioniert also doch! Er hat's hingekriegt. Ja! Los, Valtryak! Zeit für den Flash-Launch! Unglaublich! Ich hab so was noch nie gesehen! Vyvron ist für seine Abwehr bekannt, aber hier sieht es aus, als hätte er seinen Meister gefunden! Was war das? Oh, bitte nicht! Jetzt klingt er wieder so wie damals. Valkia bekommt eine gnadenlose Abreibung! Alles liegt am Tempo des Flash-Launchs. Valtryak gelingt es immer wieder, Vyvron zu treffen, bevor er richtig in Position kommen kann. Und jedes Mal, wenn Vyvron getroffen wird, lässt er sich weiter nach außen drängen, um den Schaden zu begrenzen. Mit jedem Schlag bewegt er sich weiter weg. Und bevor er es merkt... Häng dich rein! Wir sind noch nicht fertig! Oh! Und Vyvron wurde hinausgeschleudert! Aber meine Güte! Valtryak sieht so aus, als würde er stoppen! Oh nein! Träum weiter! Valtryak übernimmt die Führung! Das ist ein Punkt für das Ring-Out-Finish! Wir haben's geschafft! Unglaublich! Valt hat diese beeindruckende Abwehr durchbrochen! Was war das eben für ein Start? Valkia gibt zum ersten Mal einen Punkt ab, nachdem es ihm bisher gelungen ist, immer zu Null zu gewinnen! Geschafft! Oh ja! Jetzt mach weiter so und schnapp ihm den zweiten Battle auch noch weg! Stark, aber schwach. Schwach, aber stark. Meine Ohren haben es doch richtig gehört. Das wird sehr interessant. Ich glaub's nicht! Wir haben's geschafft, Valtryak! Dieser Flash-Launch war unglaublich! Wir haben's gerockt! Du warst klasse, Partner! Du hast es so gewollt! Jetzt werde ich dir zeigen, wie mächtig ich wirklich bin! Das gibt's nicht! Oh nein! Er hat den Bären geweckt! Das kann nichts Gutes bedeuten! Hey, komm schon, Valt! Alles nur Gelaber! Ich bin mir nicht sicher, ob er dafür bereit ist. Oh nein! Wenn er sich bisher zurückgehalten hat, was kommt als nächstes? Ohne Rücksicht auf Verluste. Also gut. Die Spielchen sind vorbei! Wild Wyvern ist der stärkste Bay im Universum! WDR mediagroup GmbH im Universum! Was hat das gemacht? Was ist eine große Herausforderung? Es gibt eine große Herausforderung! Ich habe das, was ich mich über die Handel mitge толft. WDR los? Was ist das? Was ist das? Was ist die 52? Der Flash-Launch greift nicht. Was soll ich tun? Ich habe das Gefühl, dass Vakia mir mit noch mehr Power entgegentreten wird. Orochi hat Shu mit dem Rücken an die Wand gedrängt. Niemals! Als ob Shu das zulassen würde. Nein! Nächstes Mal bei Beyblade Burst! Risiko-Shield-Crash! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Also gut! Schaukeln wir das Ding! Bist du sicher, dass du mich, Rantaro Kiyama, zu einem Kampf herausfordern willst? Du traust dich was? Dein Bader werde ich zu Brei machen. Bereite dich auf einen Kampf, vor dem du nie vergessen wirst! Hey! Mein Name ist Valt! Und Beyblade ist für mich das allerliebste auf der Welt! Oh! Das wird Spaß! Es ist soweit, Valtryek! Komm, jetzt zeigen wir allen mal, wie stark du bist! Roktavor, es ist Zeit für ein wenig Spaß! Leute, Rantaro ist viel zu stark! Ich weiß nicht, was Valt sich dabei denkt! Ja, sollen wir ihn aufhalten? Rantaro ist gut! Ich glaube nicht, dass euer Bruder eine Chance hat zu gewinnen! Komm schon, Valt! Du kannst es schaffen! Du musst dranbleiben, dann besiegst du ihn! Okay, der große Wettkampf zwischen Valt Aoi und Rantaro Kiyama beginnt jetzt! Wer zuerst zwei Punkte erreicht, gewinnt! Erster Battle! Also gut, Valt sieht ziemlich selbstbewusst aus. Aber kein Problem, ich krieg das hin! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das perfekte Spiel Wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel Du gibst nicht nach! Oh! Du gibst dich auf! Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben Beyblade Burst! Weil wir da draußen unser Bestes geben Beyblade Burst! Los geht's! Beyblade Burst! Drei, zwei, eins! Let it rip! Ja! Roktavor hat die volle Ladung! Worauf wartest du? Greif an! Zeig ihm, wer der Chef ist, Vulturell! Wie kann er bloß so schnell sein? Endlich jemand, der eine echte Herausforderung für mich ist! Na, das wird ein guter Fight! Ich bin nicht sicher, ob seine Geschwindigkeit ihn rettet! Wieso nicht? Hol ihn dir! Wie ist das? Roktavor wirft Vulturell aus dem Ring! Ein Punkt geht an Rantaro Kiyama! Das bedeutet, der Punktestand ist jetzt eins zu null! Es ist noch nicht vorbei! Ich fange gerade erst an! Aber wenn er wieder punktet, bist du erledigt! Hm? Keine Chance! Ich werde das Ruder rumreißen! Seht einfach zu! Da wäre ich mir nicht so sicher! Zweiter Battle! Auf die Plätze! Fertig! Es war nur ein Fehler! Das ist alles! Nichts, was ich nicht wieder hinkriegen könnte! Wir zeigen's Ihnen! Drei! Zwei! Eins! Let's it rip! Nein, pass auf! Aus dem Weg! Ich muss da durch! Bist du okay? Du bist nicht verletzt, oder? Ja, das ist gut! Ich sehe aber gar nichts Gutes an dieser Situation! Oh! Rektor Shinoda? Sieh dir das Chaos an! Was genau findest du so lustig? Also, räum sofort alles wieder auf! So wie es war! Oh, Mann! Das war noch nicht mein Aufwärmtraining! Hier geblieben, Herr Kiyama! Als sein Mitstreiter sind Sie genauso für dieses Chaos verantwortlich! Sie werden Herrn Naoi beim Aufräumen helfen! Oh, Mann! Wieso mach ich das immer wieder? Ich hab nur versucht, dir zu zeigen, wie man richtig kämpft! Und mal im Ernst, das ist der Dank dafür? Ja, warts ab! Nächstes Mal mach ich dein Babe fertig! Das ist ein wenig undankbar, denkst du nicht? Wieso kann ich diesen Typen nicht besiegen? Ha! Ich sag dir mal wieso! Das liegt daran, dass ich Rantaro Kiyama der Größe bin! Man nennt mich den Oberhoncho! Ich bin beliebt! Oberhoncho? Hey, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Spitzname! Ich weiß! Ich würde nie gegen einen Blader mit so wenig Feingefühl verlieren! Warte, was meinst du damit? Ich stehe total auf Beyblade! Mehr als jeder, den du jemals kennenlernen wirst! Ah, das kann schon sein, dass du Beyblade wirklich liebst! Wenn du das sagst! Aber hey, du hast überhaupt keine Grundlagen drauf! Du redest immer darüber, wie sehr du das Spiel magst! Aber es ist alles nur Blabla! Ah! Diese Grundlagen! Ich muss sie lernen! Und zwar sofort! Warte! Was sind die Grundlagen? Ich meine, geht es bei Beykämpfen nicht nur darum, so zu ziehen und es laufen zu lassen? Du hast so viel zu lernen! Hey, aufgepasst! Es geht los! Seht euch das an! Wow, Shu kommt gleich im Fernsehen! Hä? Wie Beyblader bereits wissen, beginnen in Kürze im ganzen Land die Bezirksmeisterschaften! Und der heutige Gast, einer der Top-Anwärter für die Meisterschaft, Shu Kurenai, ist hier im Studio bei uns! Shu sieht im Fernsehen so super aus! Er ist total cool! Viele nennen ihn den talentiertesten Blader, der in über einem Jahrzehnt hervorgetreten ist! Ha! Ja, ja, na klar, wir verstehen schon! Shu ist der Größte! Ich bin's leid, das andauernd zu hören! Shu Kurenai's Bey ist Storm Spryzen! Drei, zwei, eins! Let it rip! Ring out finish! Storm Spryzens Power ist nicht aufzuhalten! Shu beweist, dass er das Beyblade Wunderkind ist! Wow, habt ihr das gesehen? Mit einem einzigen Schuss! Im Gegensatz zu einigen von uns, hat er die Grundlagen drauf! Oh ja? Natürlich, schon kapiert! In Ordnung! Warte! Wo gehst du hin? Es ist richtig, was sie gesagt hat! Tja, der Typ hat Hummeln im Hintern! Es sieht noch schlimmer aus als vorher! Wie bin ich bloß in diesem Chaos gelandet? Haha, wuhu! Ich werd das auf jeden Fall schaffen! Oh ja! Grundlocken! Grundlagen! 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 Übung macht den Meister! Drei, zwei, eins! Let it rip! Drei, zwei, eins und let it rip! Die Grundlagen! Heimlich! Heimlich! Er denkt, dass es ihm bei den Grundlagen hilft, Muskeln zu haben? Sieht so aus! Let it rip! Das wird ein böser blauer Fleck! Was tust du da, Walt? Hä? Oh! Schuh! Hey! Hab dich im Fernsehen gesehen! Du warst unglaublich! Also echt! Dein Gegner war ja mega stark! Du hast kurz einen Prozess mit ihm gemacht, als wär nichts dabei! Das hatte Klasse! Du hast gewonnen, ohne ins Schwitzen zu kommen! Ich wünschte, ich könnte das auch! Also morgen, schon aufgeregt wegen der Meisterschaft? Aber klar doch! Super! Ich fang auch an, nervös zu werden! Wär mir gar nicht aufgefallen! Hey Shu! Ich will's auch zur Landesmeisterschaft schaffen! Ich werd dich sogar besiegen und den ersten Platz machen! Ja, mach das! Ich hab zuerst angefangen! Ich hab vor dir gekämpft! Ich rede nicht davon, wer zuerst damit angefangen hat! Mhm! Dann sehen wir uns im Finale? Hm, definitiv! Wir sehen uns dort! Also gut, ich werde es schaffen! Fass ab! Ich seh's jetzt schon vor mir! Ich werde definitiv gewinnen! Mit den Grundlagen! Das ist meine große Zeit! Äh, Volt? Du hast vergessen zu atmen! Oh, richtig! Okay, alles fertig! Wer ist hungrig? Ich! Ich auch! Volt macht so komische Sachen! Er rennt rum und schreit Grundlagen und macht Handstand und sowas! Was stimmt mit ihm nicht? Die Meisterschaft beginnt! Kein Wunder! Euer großer Bruder ist ziemlich aufgeregt! Vielleicht ein bisschen zu aufgeregt! Das kannst du laut sagen! Hey, redet nicht so über euren Bruder! Wenn man bei einer Sache besser werden will, muss man alles geben! Harte Arbeit, richtig? Ja! Mach weiter so, Volt! Und... Was? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wie man es bekommt! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wie man es macht! Aber die Mannschaft nicht mehr ist! Ich weiß nicht, wie man es macht! Wie es nicht mehr ist! Ja, was du nicht mehr machst! Wir sind ja nicht mehr so, wie du es macht. Willkommen! Was für eine großartige Beteiligung! Die, die sich bisher noch nicht registriert haben, eure Zeit ist fast abgelaufen. Also meldet euch an und setzt eure Spielerminen auf, alles klar? Oh Mann, alle sehen so stark aus. Aber ich bin bereit dafür! Sieh mal, Toko, bohrt sich ein bisschen nervös aus, findest du nicht? Mhm. Hey, hier drüben! Grundlagen! Denk dran! Ja, solange ich alles genauso mache, wie ich es geübt habe, werde ich dann... Au! Ich hab mir aus die Zunge gewissen! Okay, allesamt, die Zeit ist gekommen für die Eröffnungszeremonie. Zuerst hören wir ein paar Worte des WBBA-Chapterpräsidenten und Vorsitzenden des Turnierausschusses, Herrn Shin Komazaki! Herzlich willkommen, Blader. Ihr seid die Zukunft des Beyblade-Sports. Euer langer Weg auf die Weltbühne beginnt hier. Aber der Sieg kann nur denen gehören, deren Entschlossenheit unerschütterlich ist. Ich wünsche euch allen viel Glück! Mit diesen Worten starten wir den allerersten Wettkampf der allerersten Runde. Und der erste Blader, der auf die Kampfbühne gerufen wird, ist Volt Aoi! Alles Gute, du schaffst es! Viel Glück, Volt! Hey! Pass doch auf! Pass auf, wo du hinläufst! Oh! Hey, Honcho! Was geht ab? Was machst du denn hier? Ist das nicht offensichtlich? Gegen Volt kämpft einer der Anwärter auf den Meistertitel, Rantaro Kiyama! Beide Spieler sind bereit, loszulegen. Das heißt Raging Roktavor vs. Victory Veltriac. Welcher von ihnen wird es in die nächste Runde schaffen? Pech gehabt, Volt! Wer hätte gedacht, dass ich dein erster Gegner bin? Du hast keine Chance, mein Freund! Nicht gegen mein Roktavor! Fokus! Der Wettkampf wird in Kürze beginnen! Das dürfte ein unvergesslicher Eröffnungskampf für die Bezirksmeisterschaft werden. Vor allem deswegen, weil der offizielle Punktrichter kein anderer ist als meine Wenigkeit, Shin Komazaki! Der erste Spieler, der zwei Punkte erreicht, gewinnt die Runde. Wer die Runde übersteht im Survivor-Finish oder wer den anderen aus dem Ring schießt, bekommt einen Punkt. Ein Burst-Finish mit einem Blade-Crash ist zwei Punkte wert. Spieler, prüft den B eures Gegners. Ich zähle auf dich, Partner. Den zeigen wir, worum es beim Baybladen geht. Guter Junge, Volt. Hab Vertrauen. Erster Battle! Okay, denk einfach nur Grundlagen. Halt deinen Starterarm ruhig, geh tief runter zum Boden, positioniere die Füße und dann sammle all deine Kraft und let it rip. Er hat die Grundlagen drauf, aber das heißt nicht viel. Auf die Plätze, fertig. Drei, zwei, eins. Let it rip! Ausgezeichnet, hervorragende Landung. Nichts wie ran, Valtryek! Roktavor beansprucht das Zentrum, zeigt erstaunliche Ausdauer, aber Angriff ist Valtryek's Spezialität. Er stürmt in die Mitte! Also hast du es diesmal geschafft, ihn ordentlich zu landen. War das erste Mal, oder nicht? Da ist er! Der erste Kontakt! Ja! Dein Angriff hatte keine Wirkung! Selbst nach einem so harten Schlag von Valtryek behält Roktavor seine Geschwindigkeit. Seine Schwergewichtsscheibe und seine super scharfe Spitze erhalten die blitzschnelle Drehung. Das ist der Grund, wieso man diesen Bay einen Ausdauertyp nennt. In Ordnung, Roktavor. Und los geht's! Es ist ein Ring-Out-Finish! Valtryek ist aus dem Ring! Ein Punkt geht an Raging Roktavor! Roktavor hat einen mächtigen Gegenangriff gesetzt, um Valtryek aus der Arena zu werfen. Dieses gut getimte Ring-Out-Finish bringt Rantaro mit einem Punkt in Führung. Die Frage ist, kann er seine Führung im nächsten Kampf beibehalten? Roktavor hat eine Gravitationsfunktion, die ihn immer weiter kreisen lässt. Und deshalb kannst du mich niemals besiegen. Aber sei nicht zu hart zu dir. Es kann mich auch niemand anderes besiegen. Oh Mann, du machst keinen Spaß. Das Teil ist echt heftig. Hä? Von so einem Battle hab ich geträumt, seit ich denken kann. Ein so schwieriger Kampf gegen so einen starken Gegner flasht mich richtig. Ich bin so motiviert. Das rockt! Und dieser Kampf fängt gerade erst an. Er sieht ziemlich begeistert aus für jemanden, der verliert. Typisch. So ist Valt. Vergesst nicht, in dieser ersten Runde gewinnt der Spieler, der zuerst zwei Punkte macht. Es ist keine Überraschung, dass Rantaro bisher die Oberhand hat. Geht er geradewegs auf den Sieg zu? Oder wird Valt ihn auf seinem Weg stoppen? Es ist, als wäre dieser Bay für ihn gemacht. Er ist unaufhaltbar. Was können wir tun, um zu gewinnen, Valtryak? Zweiter Battle! Macht das jetzt einfach! So cool! Was war das denn? Er hat seine Starterspitze gesenkt. Auf die Plätze! Fertig! Zwei! Zwei! Eins! Let it rip! Victory Valtryak bewegt sich auf Roktawur zu, um Rache zu nehmen. Na bitte, jetzt kommen wir ins Gespräch! Wow! Was für eine Kollision! Valtryak kommt über die Außenbahn! Was in aller Welt geht hier vor? Ja! Valtryak setzt zu einem weiteren Angriff an! Unmöglich! Victory Valtryak greift immer und immer wieder an! So etwas habe ich noch nicht gesehen! Sieht gut aus, Valtryak! Das und das und das und das! Und jetzt ist es Zeit für einen Rush-Launch! Hey Moment, was hat er da gerade gesagt? Seht euch das an! Wow! Was für ein Move ist das denn? Valtryaks Mundum-Attacke lässt keine Lücke für einen Gegenschlag von Roktawur! Natürlich! Die gesamte Schlagkraft! Valtryak ist der perfekte Bay für eine Hyper-Attacke! Er ist mit einem anderen Winkel reingegangen, was der Spitze eine bessere Haftung auf dem Boden der Arena gab. Das hat den Laufweg von Valtryaks Drehung verengt und seine Kraft gesteigert. Gar nicht mal schlecht! Wart mal eine Sekunde! Ich dachte, dieses Bürschchen wäre nur ein Amateur! Niemand wird über Nacht so gut! Er hat alles instinktiv herausgefunden. Er hat improvisiert. Valt ist vielleicht als Blader ein Naturtalent. Und jetzt ist es Zeit für einen Rush-Launch! Halt durch, Roktawur! Wir können es immer noch schaffen! Valtryak! Ich weiß, du willst diesen Sieg! Ich kann fühlen, wie sehr du ihn willst! Gib's ihm! Das darf nicht wahr sein! Ein Burst-Finish! K.O. durch Explosion! Zwei Punkte gehen an Victory Valtryak! Valt R.O. gewinnt! Mit einem Punktestand von 2 zu 1! Ja, so super! Ein Burst-Finish! Valt R.O. dreht den Spieß um und gewinnt! Er hat gewonnen, er hat gewonnen, er hat gewonnen! Hast du seinen Rush-Launch gesehen? Sein Burst-Finish war das Coolste! Schön! Und so wird das gemacht, Leute! Exzellenter erster Battle! Ich wusste, dass du es drauf hast, Bort. Wir haben es geschafft, Valtryak! Unser allererster Sieg! Lass uns so weitermachen, Partner! Du hast gewonnen, Anfänger! Es ist das erste Mal, dass ich mich trotz einer Niederlage irgendwie gut fühle! Im Ernst jetzt? Ja, aber pass auf! Eines Tages kriege ich eine Revanche und da werde ich dich besiegen! Und bis dahin, lass dich von niemandem unterkriegen, okay? Alles klar! Wir zwei haben einen Deal! Valtryak! Du und ich werden das allerbeste Beyblade-Team der ganzen Welt! Bnee auf! UNTERTITELUNG Mein nächster Gegner ist Ken Midori mit seinem King Corbeius. Corbeius ist ein Abwehrtyp, also wird er schwer zu schlagen sein. Und ich hab meinen Rush-Launch noch immer nicht perfektioniert. Es bringt nichts, sich darüber Sorgen zu machen. Ich muss einfach mein Bestes geben. Nächstes Mal bei Beyblade First. Corbeius der Höllenhund. Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade. Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Mann, das ist einfach so cool! Let it rip! Es ist Zeit für einen Rush-Launch! Hey, Moment, was hat er da gerade gesagt? Das darf doch nicht wahr sein! Ja, das ist super! Wir haben's geschafft, Valtryek! Unser allererster Sieg! Lass uns so weitermachen, Partner! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das perfekte Spiel Wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel Du gibst nicht nach, oh Du gibst nicht auf Lädin mit ... Unsere Zeit und unserem Leben Beyblade Burst Weil wir da draußen unser Bestes geben Beyblade Burst Was geht ab, Blade? Ich bin Volt AOI Gewinner des 1. Battles der Bezirksmeisterschaft. Ich verdanke Valtteri X3 der Technik, dem Rush-Launch. Rush-Launch! 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 Wot, was hast du da? Du wirst aus der Schule kommen. Rush-Launch! Kommst du mit dem Starter-Star, klar? Es ist Zeit, Schaden anzurichten. Hör sofort damit auf! Oh, Mom! Warum geht's? Hör bloß auf mit diesem Oh, Mom! Toco und Nika sind schon vor einer Ewigkeit zur Schule gegangen. Was? Sie sind schon weg? Ich muss gehen! Tschüss, Mom! Komm nicht zu spät! Also echt. So ist der Junge jeden Morgen. Komm schon, komm schon! Fast da! Alle aus dem Weg! Und der ist da rechtzeitig! Das war ziemlich knapp. Ein bisschen früh am Tag, um sich zu blamieren. Der Verkehr war furchtbar. Ich dachte fast, dass ich es nicht schaffen würde. Zu unserem Glück hast du's geschafft. Man tut, was man kann. Und gegen dich habe ich vor allen, die ich kenne, verloren. Was für eine Schande! Das stimmt! Ich habe tatsächlich mit einem Burst-Finish gewonnen! Ich habe deinen Rocktower in Stücke geschossen! Es war eine ziemlich coole Art zu gewinnen, oder nicht? Ich meine, komm schon! Du musst zugeben, dass es perfekt war! Vorsicht! Es war eine einmalige Sache und das gibt dir nicht das Recht anzugeben! Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich gebe nicht an! Ich sag nur, wie es ist! Rush-Lunch! Für so ein kleines Kind brauchst du eine Menge Lärm! Hey, Wart! Wir haben gestern deinen Kampf gesehen. Mit einem Burst-Finish gewonnen. Sehr beeindruckend! Das war gar nichts, wirklich! Aber danke! Du musst uns dein Geheimnis verraten! Wie hast du es genannt? Ein Rush-Lunch? Das war gar nichts! Wartet, bis ihr seht, was ich sonst noch drauf habe! Wäre es nicht an der Zeit, dass ihr in den Unterricht geht? Wir kommen, Sir! Vielleicht ein andermal, Leute! Okay! Ich denke an einen glücklichen Moment! Also, sobald wir die Ecken des Dreiecks verbinden, sehen wir, dass die Summe Sinn ergibt! Ihr müsst einfach nur sicher gehen, dass alle Seiten diese länger haben! Dann habt ihr eure Antwort! Wie ihr aus dem Diagramm entnehmen könnt, bleibt der Winkel an der Spitze gleich! Rush-Lunch! Das ist der Sieg! Nächste Runde ein neuer Champion! Walt hat heute richtig gute Laune! Gewinnen macht das mit einem! Ihr habt ja keine Ahnung! Ich hab den Oberhandschuh besiegt! Das wird niemand jemals vergessen! Das Gerät außer Kontrolle! Hast du noch nie von einem bescheidenen Sieg gehört? Andere haben auch Gefühle! Wuhu! Wuhu! Ich bin wie eine Zwiebel! Ich hab viele Schichten! Leute, seid leise! Hä? Hey! Ruhe, bitte! Sorry! Let it rip! Ja! Beachtet mich nicht! Ich schwing mich nur rüber zu den Siegern! Iget! Was ist das denn? Wieso bist du so verschwitzt? Weil ich mit meinem Bay trainiere. Das ist nicht einfach. Wow, das ist echt hartes Training! Hä? Das ist ein harter Typ! Wirklich wahr! Ich hoffe, du hast trockene Kleidung mitgebracht! Wie lange hast du trainiert? Weiß ich nicht. Vielleicht zwei Stunden? Gibt's nicht! Zwei Stunden? Ich kann nicht mehr als ein paar Minuten trainieren! Wow, Mann! Ich muss mich konzentrieren! Ich sag ihm nicht, dass er nicht so lange durchhalten wird. Aha. Ich werde es tun! Es wird ziemlich einfach! Ich habe schließlich alles, was man braucht, um an die Spitze zu kommen! Das bezweifle ich. Hä? Was hast du da gesagt? Jemand, der nach nur einem Sieg so übertrieben selbstbewusst ist wie du, wird es nicht schaffen. Bayblade ist sehr viel härter, als du denkst. Es macht keinen Spaß mit ihm. Ist euch das auch aufgefallen? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, wieso du mich so unterschätzen musst! Du solltest auf meiner Seite sein! Wow, der Bursche hat ein lautes Organ. Hey, ich werde ein Blader-Champion! Du wirst schon sehen! Und jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Seid bereit, ihn zu sehen und zu bewundern, meinen Superpower-Rush-Launch! Bereit? Drei, zwei, eins! Let it rip! Wow! Baitriak schießt zurück in Richtung Zentrum. Seht mal, er wechselt die Richtung. Wow! Er kommt wieder zurück! Ich habe noch nie einen Bay gesehen, der sich so bewegt. Es hat funktioniert! Faszinierend! Beeindruckend! Ich weiß, oder? Jetzt kann ich jeden Bay zerstören, gegen den ich kämpfe. Ich könnte sogar Schuhsprisen fertig machen, wenn ich wollte. Ich habe jetzt langsam genug davon! Hey, Walt! Ich fordere dich noch mal zum Wettkampf heraus! Sicher, das machen wir! Und ich werde jedes Mal gewinnen! Wie bei diesem unglücklichen Zufall? Das war keiner und das weißt du auch! Komm schon, Roncho! Konzentriert! Ich denke an einen glücklichen Moment! Die Zornfiltert-Stauts-Taku! Ich schreibe dir meine Großartigkeit schließe ich auch nicht unter die Nase! Verstehst du den Wink? Vorsichtig, wir werden es dir nicht leicht machen! Erster Battle! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Bereit dafür? Rush Launch! Los jetzt! Veltrieg, du weißt, was zu tun ist! Viel Glück damit! Was? Was geht hier vor? Irgendwas ist hier nicht richtig! Er schlägt gegen die Bande! Nein, nein, nein! Veltrieg, was ist los? Roktavor, gegen Angriff! Mach ihn fertig! Auweia! Ich kann nicht zusehen! Burst Finish für Roktavor! Honcho erhält zwei Punkte für den Sieg! Ein Burst Finish fühlt sich immer so gut an! Dein Rush Launch ist ein Witz! Spürst du jetzt, dass das gestern nur ein Glückstreffer war? Ich fühle mich so viel besser! Du dich auch? Ich glaub's nicht! Dein schicker neuer Move ist viel zu unzuverlässig und bringt nichts! Jemand, der nach nur einem Sieg so übertrieben selbstbewusst ist wie du, wird es nicht schaffen! Ich kann nicht glauben, dass wir verloren haben! Ich hab Bolt noch nie so gesehen! Wie könnten wir ihn denn wieder aufmuntern? Hey Toko, Nika, kann ich euch was fragen? Ja, was denn? Seid ehrlich, war ich so schlecht? Äh, mhm. Okay. Was hab ich mir nur gedacht? Trainieren, trainieren! Ich muss trainieren! Äh, worauf guckst du da? Siehst du das? Er sieht genau wie Bolt aus! Drei, zwei, eins! Let it rip! Drei, zwei und eins! Let it rip! Nimm das! Und jetzt Lege stützen! Und lang! Ich schaffe das! Ich bin der Champion! Ich bin Eidmeister! Hey, Bolt! Wieso liegst du da auf dem Boden rum? Wir haben gerade ein Plakat von einer neuen Show und im Einkaufszentrum gesehen! Und das Beste ist, die haben eine Puppe, die so aussieht wie du! Und sie ist natürlich der Held! Da ist ein Held, der aussieht wie ich? Ja! Willst du's dir ansehen? Hä? Komm mit, wir gehen da hin! Wartet mal kurz! Ich sag dir, wartet! Stopp! Es ist hier drüben! Wir haben schon angefangen! Ha, 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 ha! Bereite dich darauf vor, durch meine Spezialtechnik besiegt zu werden! Ich mach mir keine Sorgen! Ich verliere nie gegen einen Ritter, der so von sich überzeugt ist! Waaat? Klingt das bekannt? Der Drache gibt dem Ritter die gleiche Warnung, die Schuh dir gegeben hat! Hört doch auf! Gebt ihm doch mal eine Chance! Nein! Dieser Typ hat nur gelabert, ist nach einem winzigen Schlag umgefallen! Hey, Duda, was machst du? Steh auf und wehr dich! Dies wird dich fertig machen! Nicht so lange wir hier sind! Wir haben dich gewarnt! Krass! Oh, Mut, Verstärkung! Ein Held sollte viel bescheidener sein! Jetzt steh wieder auf und streng dich mal mehr an! Du hast recht! Was machst du da? Reiß dich zusammen! Die sind so lustig! Meint, als wäre dieser Typ nicht für den Job gemacht! Zeig mir ihm, wie man einen Drachen besiegt! Schnapp ihn dir! Du kannst es schaffen! Du musst aufstehen! Zeit zu zeigen, wer der Boss ist! Jetzt sollte der Held den Tag retten! Gib ihm was! Er ist wieder er selbst! Das ging aber schnell! Ja, gute Arbeit! Das hättest du sehen sollen, Mom! Das Puppenspiel war so cool! Das ist schön, Liebling! Diese Puppen waren das Süßeste, was ich je gesehen habe! Ich wünschte, Paps hätte sich das mit uns zusammen angesehen! Sag mal, wo ist er eigentlich gerade? Er hat erzählt, dass er über den nördlichen Polarkreis fliegt. Er sieht wahrscheinlich gerade Eisberge und Eisbären von oben. Das ist so cool! Piloten haben so ein Glück, was die alles zu sehen kriegen! Jedenfalls, das Puppenspiel hatte einen Helden, der aussah wie Void. Und er hat den Kampf verloren! Er war nicht wie ich! Doch, war er! Und er hat genauso schnell verloren! Hört auf damit! Er war nicht wie ich! Ganz im Ernst, er war überhaupt nicht wie ich! Ist Void als nächstes mit dem Battle dran? Ja! Seht mal, Schuh ist da! Also du bist hier, um Void anzufeuern, hm? So in der Art. Auch wenn es nur Glück war! Vergiss nicht, dass er mich, den einzig wahren Rantaro Kiyama, besiegt hat! Also lass die Schutzschilder oben, Kumpel! Er fühlt sich auf, jetzt hätte er den Kampf gewonnen! Willkommen, verehrte Beyblade-Fans! Es ist die zweite Runde der Bezirksmeisterschaft! Seid ihr bereit für unsere Stars? Hier sind sie, die Blader! In unserem ersten Battle kämpft unser Geheimfavorit, der uns alle mit seinem Sieg gegen Rantaro Kiyama verblüfft hat! Vot aoi, komm auf die Bühne! Geheimfavorit? Was soll denn das heißen? Er weiß nicht, was Geheimfavorit bedeutet! Moment, dann sind wir schon zwei! Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass er gewinnt! Es bedeutet, dass sie mit dir mitfiebern! Wirklich? Los, holt! Los, holt! Los, holt! Los, holt! Sie lieben mich! Alles klar! Seid ihr bereit für den Battle des Jahrhunderts? Seht euch den an! Ich hab ja versucht, ihn zu warnen! Wenn er so weitermacht, wird er eine Eintagsfliege! Ist ja süß! Du machst dir wirklich Sorgen um deinen Freund! Natürlich mach ich mir keine Sorgen! Glaubst du wirklich, es interessiert mich, was mit Vot passiert? Du bist sein Kumpel, das ist niedlich! Hey du, nenn mich nicht niedlich! Und als Gegenspieler von Voltaoi treht an! Ken Midori! Also meine Aufgabe ist es, heute diesen Walt mit dem Rush Lounge zu schlagen? Wenn du mich fragst, er sieht lustig aus! Wirklich? Und das kommt von dir? Mir ist schon klar, dass wir beide das gleiche Gesicht haben, oder? Okay, das reicht! Quatsch die Hand an! Cool! Das sind doch die Puppen aus der Show! Richtig! Ich bin Kero! Und ich bin Besu! Du kannst mich nicht besiegen, aber das weißt du wahrscheinlich schon! Er ist nicht nur ein hübscher Handschuh! Seht euch das an! Die Puppen reden ja von ganz alleine! Er weiß aber, dass Puppen nicht reden können, oder? Ich glaube, man nennt es Bauchredner! Legen wir los! Sagt Hi zu King Kobayus! Also Hi King Kobayus! Seine Ebene sieht runder aus als die von meinem Roktavor! Er ist wahrscheinlich ein Abwehrtyp! Extra stark! Und er ist gut darin, sich zu schützen! Ja! Es ist egal, welche Art Bay er ist! Er ist im Rush Lounge nicht gewachsen! Ich mache ihn mit einem Move fertig! Ist nicht sein Ernst! Wir müssen bei dem Jungen an der Vorstellungskraft arbeiten! Ein Survivor Finish, wenn ein Teilnehmer übrig bleibt, bringt einen Punkt! Ein Ring Out Finish ist auch einen Punkt wert! Ein Burst Finish, wenn ein Bay gecrashed wird, bringt zwei Punkte! Wer zuerst zwei Punkte erreicht, gewinnt! Erster Battle! Auf die Plätze! Fertig! Los geht's! Hä? Drei, zwei, eins! Let it rip! Seht euch das an! Verdriak kommt mit einem zu spitzenden Winkel rein und streift die Arena-Außenwand! Leute, das ist kein Rush Lounge-Start, sondern eher ein Fehl-Start! Ich hab versucht, ihn zu warnen! Das hat er davon, dass er nicht auf mich hört! Es ist alles vorbei! Er hätte nicht so eine riskante Technik wählen dürfen! Man muss sehr vorsichtig sein, wenn sie richtig funktionieren soll! Die Neigung von Vaults Starter war ganz einfach viel zu steil dafür! Ja, das wusste ich! Oh, armer Vault! Halte durch, Verdriak! Wir fangen gerade erst an! Das ist es! Vielleicht hat er genug Geschwindigkeit, um sich zu erholen! Unglaublich! Verdriak hat geschafft, sich aufzurichten! Und greift jetzt Kervaeus an! Komm schon! Verdriak greift weiter an, aber Kervaeus wehrt ihn jedes Mal ab! Ich es dir prophezeit habe! Denn Bay kann uns nichts anhaben! Den Kervaeus Super-Sicherheits-Egenen zeigt allen die wahre Bedeutung von Abwehr! Showtime! Der Geheimfavorit wurde auf der Spur geworfen! Kinko Bay ist überlebt! Ein Survivor-Finish! Ist nicht wahr! Ich... Ich kann es nicht glauben! Nun, der Kleine hat zwar eine große Klappe, aber nichts dahinter! Genau wie ein kleiner Chihuahua! Versenkt! Was habe ich getan? Wie konnte ich so einen wichtigen Battle verhauen? Oh nein! Ich habe dich enttäuscht! Es tut mir leid! Ich... Ich habe nur einmal trainiert und mir eingebildet, dass ich so toll bin! Nicht wie Shu! Er übt jeden Tag! Okidoki! Du musst wohl als nächstes gegen den Puppenspieler antreten! Er wird leider von deinem Doom-Sizer zermanscht werden! Kann sein, aber der Sieg kommt zu dem Blader, der ihn am meisten will! Sehe ich auch so, aber ernsthaft! Dieser Neue ist ein totaler Amateur! Wenn du mich fragst, war sein Rush-Launch nichts weiter als ein Witz! Ich denke, er steckt immer noch Kampfgeist in ihm! Hä? Was soll das denn heißen? Ein Held gibt niemals auf! Ich fang gerade erst an! Dieser Battle ist noch nicht zu Ende! Leider so! Wow! Wie heiß kann das noch werden? Voltaol liegt mit einem Punkt zurück, also darf er nicht noch einmal verlieren! Was wird er in der zweiten Runde bringen? Noch einmal, Valtryek! Wir setzen alles auf den Rush-Launch! Oh Mann, habt ihr das gehört? Er hat gerade noch einen Rush-Launch angekündigt! Oh was? Er bringt ihn noch mal? Habt ihr denn aus dem ersten Mal nichts gelernt? Wie wird er damit klarkommen, wenn er verliert? Weiß ich nicht! Scheint, als hätte Vol diese Reaktion nicht erwartet! Stopp! Diesmal mache ich es hundertprozentig richtig! Lebt euch zurück und seht zu! Okidoki, ja! Zeigt ihn, Volt! Ich wäre es nicht wert, Valtryeks Partner zu sein, wenn ich jetzt einfach aufgeben würde! Also, weißt du was? Ich werde dich nicht enttäuschen! Gut, das ist das Wort. Fordere dich selbst heraus. Starte deinen Bey mit all deiner Kraft! Du musst mir vertrauen, Valtryek! Du solltest aus deinen Fehlern lernen! Ja, das wird ja eine Lehre sein! Wir wiederholen das nochmal, ja? King Caballus ist ein Abwehrtyp, er beherrscht die Abwehr, also hat er einen Vorteil über deinen Angriffstyp! So sieht's aus! Zweiter Battle! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Ich glaub's nicht! Er hat den Winkel schon wieder vermasselt! Oh nein! Willst du mich veralbern? Und einfach so hat sich Valtryek erholt! Seht euch an, wie er die Seite der Arena mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit entlang rast! Er bereitet sich auf den Angriff vor! Ich kenne diese Drehung! Das ist der Rush Launch! Das ist gut! Oh krass, du bist so super! Rush Launch! Rush Launch! Seht euch den Hot Show an! Ich hab gewusst, dass er auf unserer Seite ist! Es geht los! Es wird Zeit, Caballus aus der Arena zu werfen! Oh! 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 Ich hab wirklich einen Lauf, Leute. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf mir einen Sieg nicht zu Kopf steigen lassen. Aber hey, wenn ich so weitermache, besiege ich Covalius und jeden anderen, gegen den ich kämpfe. Ich muss nur mehr trainieren. Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Abflug. Rush Launch. Drei, zwei, eins. Let it rip. Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Base in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. In der zweiten Runde der WWBA-Bezirksmeisterschaft kämpfe ich gegen Ken. Einen wirklich starken Blader. Es ist aus und vorbei. Der Geheimfavorit wurde aus der Spur geworfen. King Caballus, Survivor finish! Was habe ich getan? Wie konnte ich einen so wichtigen Kampf verhauen? Dein Held gibt niemals auf. Ich fang gerade erst an. Dieser Battle ist noch nicht zu Ende. Let it rip! Beltriac! Und einfach so hat sich Beltriac erholt. Es wird Zeit, Caballus aus der Arena zu werfen! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben. Bay Blade Burst! Weil wir da draußen unser Bestes geben. Bay Blade Burst! Abflug! Rush Launch! Bay Blade Burst! Ich kenne diese Drehung. Das ist der Rush Launch! Beltriacs Attacken scheinen nicht aufzuhören! Jetzt wirf ihn schon aus der Arena! Habt ihr gesehen, Bolt hat den Rush Launch hingekriegt? Er hat es geschafft! Er wird es gewinnen! Eigentlich blockt Caballus jeden seiner Moves ab. Was geht hier vor? Scheint als würde King Caballus alle Attacken abwehren! Das liegt an seiner kettenförmigen Ebene. Sie zerstreut Beltriacs Attacken und minimiert jeden Schaden am Bay. Mach mal langsam! Erklär's so, dass wir dir alle folgen können! Caballus Spitze hat eine gute Haftung auf der Oberfläche der Arena. Er ist noch nicht von seiner Achse abgewichen. Oh nein! Komm schon, Volt! Sie ist ein Kleiner! Du hast keine Ahnung, was gleich auf dich zukommt! Du kannst schnaufen und keuchen, so viel du willst! Caballus wird nie umfallen! Arma naiver, Volt! Er hat keine Chance gegen einen Abwehrtypen wie Caballus! Von all den Bays da draußen ist einer am leichtesten zu besiegen! Am leichtesten! Unglaublich! Gibt es denn keine Möglichkeit, diesen Bay umzuhauen? Das muss der Grund sein, wieso sie King Caballus den Wachhund der Unterwelt nennen! Hey! Es ist nicht vorbei! Wir sind zäher, als du denkst! Was für ein Kämpfer! Vertriacs Attacken laufen immer weiter! Wenn überhaupt, schlagen sie stärker ein! Rush! 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 Launch! Sehe ich das falsch oder fängt Caballus an zu wackeln? Könnten die Schäden sich langsam rechnen? Caballus! Seine Drehgeschwindigkeit wird langsamer! Los jetzt! Patriarch! Verteidigung ist der beste Angriff! Caballus hat das Zentrum zurückerobert, aber Vertriac gibt nicht auf! Er greift ihn mit einem Hagel von Hammerschlägen an! Das entwickelt sich zu einem Ausdauer-Battle! Moment mal! Es scheint, als würden beide Bays langsamer werden! Dieser Battle gehört dem Bay, der sich länger drehen kann! Jede Sekunde zählt und der Druck ist hoch! Veltriac! Bitte halt durch! Wenn es darum geht, wer sich am längsten dreht, ist Kerbeius der Champion! Es bleibt bis zur letzten Minute spannend! Kerbeius vs. Veltriac! Wer wird sich ins Finish drehen? Umfassbar! Seht euch das an! Das war zu knapp, um zu entscheiden, wer das Survivor-Finish gewonnen hat! Warte, was? Hey, was ist da gerade passiert? Sie sind gleichzeitig umgefallen, habe ich recht? Ichiro, was denkst du, wer gewonnen hat? Keine Ahnung, weiß nicht! Du spielst bei uns doch immer den Schiedsrichter! Du könntest es entscheiden, oder nicht? Genau! Also, wer gewinnt? Hä? Es ist ein gleichzeitiges Survivor-Finish! Das bedeutet keine Punkte! Was jetzt? Was passiert, wenn es ein Unentschieden gibt, Chu? Wenn der zweite Battle unentschieden ausgeht, gibt es einen dritten! Cool! Also sind wir immer noch im Rennen! Das ist doch vollkommen klar! Jeder weiß, dass ein Battle weiterläuft, bis der Schiedsrichter einen Gewinner benennt! Ja, richtig! Bolt liegt aber leider immer noch einen Punkt zurück! Komm schon, Bolt! Du kriegst das hin! Du schaffst das! Veltriac! Du warst großartig! Obwohl ich den Rush-Launch vermasselt hab, hast du so hart gekämpft! Ich hab' echt Glück, dich als Partner zu haben! Dieses Mal schaff' ich mit Sicherheit einen perfekten Rush-Launch! Hä? Spoiler-Alarm! Ein weiteres Mal kündigt Bolt den Rush-Launch an! Anscheinend denkt er, dass aller guten Dinge drei sind! Ich zeig's euch! Ich werd' das nicht wieder vermasseln! Ich werd' ihn perfekt stalken! Wer hat dieses Kind reingelassen? So ein Amateur! Wenn man weiß, dass der Gegner die gleiche Technik nochmal benutzt, kann man alle möglichen Gegenmaßnahmen einsetzen! Ja, aber was, wenn seine Ankündigung nur ein Bluff ist? Jemand wie der ist nicht schlau genug, um sich so eine Strategie auszudenken! Behalte dein Poker-Face auf! Du hättest das nicht laut sagen sollen! Du kannst deinem Gegner keine Insider-Tipps geben! Vor allem nicht, wenn du dabei bist zu verlieren! Komm schon, Bolt! Du kannst das viel besser! Es hat keinen Zweck! Hä? Er ist zu konzentriert, um zu hören, was ihr sagt! Das Einzige, woran er denkt, ist sein Bay und der Battle, der vor ihm liegt! Ich versprech's! Dieses Mal ganz sicher! Ich zieh' das durch! Das ist schlecht! Hä? Was meinst du mit schlecht? Bolt macht es schon wieder! Oh Mann! Wie immer verrennt sich der Typ viel zu sehr! Es ist genauso, wie es bei dem Kampf gegen mich war! Naja! Wer könnte es ihm verübeln? Das darf mich nicht aufhalten! Eieiei! Da steigert sich jemand voll hinein! Dieser ganze Hype um ein Battle wird ihn noch einholen! Noch mal ein Fehlstart! Also, es scheint, dass der mit den Puppen die besseren Karten hat! Au! Wieso verbocke ich es andauernd? Hä? 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 Hä?! Hä? Sei locker, du schaffst das. Wir drücken dir die Daumen! Der Volt, den ich kenne, würde diesen Baby klappt, ohne Probleme! Hey, Kleiner! Tu so, als wüsstest du, wie es geht. Oh ja, ich danke euch, Leute. Macht euch mal keine Sorgen. Wow, Volt hat sich tatsächlich zusammengerissen. Er hat uns aus der Menge gehört. Na endlich! Er hat wohl seine Nerven in den Griff gekriegt. Dank meiner moralischen Unterstützung. Blader, auf Position. Veltriek, wir müssen jetzt nur genau das tun, was wir geübt haben, okay? Weiß nicht, ob du das Memo bekommen hast, aber du bist hierfür nicht geschaffen. Nicht dafür geschaffen. Unser Survivor-Finish ist schon gebongt. Dritter Battle. Keine Fehlstarts mehr. Du kannst auf mich zählen, Party. Partner. Der dritte Battle startet in Kürze und Ken Midori ist mit einem Punkt in Führung. Auf die Plätze. Fertig. Drei, zwei, eins. Let it rip! Veltrieks Ebene rast nur ganz knapp an den Seitenbänden der Arena vorbei. Es sieht aus, als würde er kinden. Veltrieks Ebene rast nur ganz knapp an den Seitenbänden der Arena vorbei. Er wird kinden! Wird er nicht. Sie werden's schaffen. Schwer zu glauben, aber Veltriek hat sich erholt! Dieser Startwinkel sah zu steil aus, aber in Wirklichkeit sorgte er für stärkere Bodenhaftung. Was soll das wieder heißen? Dass der Luftstrom, der durch die Drehung erzeugt wird, den Bay mit enormem Druck nach unten presst. Die Spitze hat einen festen Halt auf dem Arena-Boden. Seine Geschwindigkeit nimmt wieder zu. Oh, yeah! Mach weiter! Erster Kontakt! Veltriek schlägt heftig zu! Curveius hat das definitiv gespürt! Schachmatt! Du schaffst das, Veltriek! Sagenhaft! Es ist ein perfekter Rush-Launch! Veltrieks kraftvolle Attacken hageln auf seinen Gegner nieder! So, Eintreffer! Curveius steckt jetzt in Schwierigkeiten! Was für eine große Leistung wir sehen! Helden werden gekürt und Träume werden wahr! Durchhalten! Curveius! Besitz das Zentrum und der Sieg gehört uns! Oh, nein! Das machst du nicht! Nicht jetzt! Dieses Match gehört uns! Oh, Manu! Veltriek! Unglaublich! Die Drehgeschwindigkeit von Curveius verlangsamt sich! Er wirft Veltrieks Attacken nicht mehr ab! Das ist es! Du musst dir die Bewegung deines Bases vorstellen! Drehen! Drehen! Verstehst du? Gute Taktik, Vault! Zeig ihm, wer der Boss ist! Die Geschwindigkeit des Rush-Launch hat ihn in Führung gebracht. Sehr gut gemacht, Vault! Hat Curveius Spitze was nötig ist, um den Stand zu halten? Oh! Die Gte ist gründelt! Verstehst du nicht! Verstehst du einfach! Verstehst du nochύend! AllesICAus! Was er Przyigtet! Was erники unter anderem? Warum playst eine Batanse? Kurveius ist geborsten! Burst-Finish! Volt Aoi erhält zwei Punkte und gewinnt mit 2 zu 1! Victory-Vertrick hat gegen alle Wahrscheinlichkeit einen unglaublichen Endspurt hingelegt! Wie ist das denn passiert? Das ist mein großer Bruder! Ja, er hat gewonnen! Ich glaub's nicht, du hast ihn besiegt! Bin froh, dass dein Ego nicht im Weg stand! Er weiß, wie man sich konzentriert, wenn's drauf ankommt. Ich bin beeindruckt. Ich wusste es. Er hat wirklich eine spezielle Verbindung zu diesem Bay. Danke, Veltrieg! Wir haben es geschafft! Volt Aoi zieht weiter in die dritte Runde! Herzlichen Glückwunsch! Gut gespielt! Ich hab' verloren! Mein Kurveius hat verloren! Dieser Volt ist ein zäher Gegner! Hm, scheint als bekämst du einen unerwarteten Gegner. Mir doch egal, wer mein Gegner ist. Das macht keinen Unterschied. Okay, aber du behältst ihn besser im Auge. Er weiß wirklich, wie er mit seinem Bay umgehen muss. Und, weißt du, es gibt nur zwei Arten von Bays. Die, die gewinnen und die, die verlieren. Ich frag mich, was für ein Bay deiner ist, Daiko. Der, der gewinnt. Was sonst? Cooler Wettkampf! Schlag ein! Was? Hände schütteln? Wie kommst du darauf, dass wir deine Hand schütteln würden? Oh nein! Wir werden deine Hand nie schütteln! Seid nicht so schüchtern! Oh? Oh, cool! Ich verstehe! So funktioniert diese Puppe! Hänger weg! Was bildest du dir ein? Gib ihn so zurück! Komm schon! Was ist so schlimm daran? Hör auf damit! Wenn ich fertig bin! Ich werde... Das Teil ist klasse! Hänger weg! Gib ihn zurück! Komm schon! Fang mich! Also sag mal, was genau machen die beiden da? Sieht aus, als würden sie spielen. Ich glaub, das bedeutet, dass sie schon Freunde sind. Volt findet überall neue Freunde, ganz egal, wo er hingeht. Wir haben uns wirklich kurz Sorgen gemacht, Kleiner! Ich wollte so sehr, dass der Start cool aussieht, dass ich zu viel Kraft hineingesteckt habe. Gut gemacht, aber wir müssen einen coolen neuen Move für dich finden, damit's interessanter wird. Ich kann helfen. Als Künstler habe ich ein gewisses Flair. Was versuchst du zu sagen, Honcho? Im Ernst? Nicht alle können es sich leisten, jeden Tag ein Cape in der Schule zu treffen? Das ist kein Cape, okay? Das ist kein Cape! Nein, es ist kein Cape! Das ist kein Cape! Hey, Shu! Viel Glück bei deinem nächsten Wettkampf! Du bist nach dem nächsten dran, oder Shu? Du solltest besser nicht verlieren! Ja. Auf keinen Fall wird er verlieren. Ich meine, komm schon, er ist wie ein Superheld. Sag der Typisch! Ich probiere eben mal was Neues! Okay, Blader! Im Block A beginnt in Kürze der zweite Wettkampf der zweiten Runde! Die Blader in diesem Wettkampf sind Daigo Kurugami und Melos Nikota! Okay, Dark Doom Sizer. Machen wir's kurz und schmerzlos. Also Daigo Stark Doom Sizer ist ein Angriffstyp. Und mein Bey ist ein Abwehrtyp. Offensichtlich habe ich einen klaren Vorteil. Was haben wir hier? Ein Waldrest-Duell zwischen einem Angriffs- und einem Abwehrtyp! Das erinnert uns natürlich an das erste Match! Wie können die Weltwerk mit Doom Sizer vergleichen? Ich werde einfach zeigen müssen, wie viel stärker mein Bey ist. Oh, das ist ja super! Noch so ne Blader-Diva auf der Bühne! Ja, aber er sieht auch sehr stark aus! Hä? Was?! Innerhalb von zehn Sekunden seiner ersten Runde hatte er einen Burst-Finish?! Ich brauche in dieser Runde nur fünf. Habt ihr das gehört? Daigo sagt heute einen Sieg in fünf Sekunden voraus! Kann er das schaffen?! Niemals! Das ist unglaublich! Hä? Fünf Sekunden spinnst du? Willst du wirklich meine Fähigkeiten beleidigen? Ich sag doch nur, wie es ist. Es steht viel auf dem Spiel und die Gemüter sind erhitzt! Der Battle heizt sich auf, bevor er überhaupt angefangen hat! Erster Battle! Auf die Plätze! Fertig! Drei! Drei! Ein! Let it do it! Burst-Finish! Und mit nur einem Schlag! Dark Doom-Sizer! Burst-Finish! Mit zwei Punkten wird Daigo Kurugami zum Sieger erklärt! Unglaublich! Genau wie er vorhergesagt hat, hat er seinen Gegner in genau fünf Sekunden pulverisiert! Wir haben einen neuen Meisterschaftsrekord! Ich kann's kaum glauben! Dieser Typ ist der Hammer! Seht mal, wie der angibt! So ein Verhalten ist total unnötig! Oh Mann! Ich hab mich noch nie so sehr auf meinen nächsten Battle gefreut! Ha! Das war ein krasser Move! Naja, bald wirst du dasselbe Schicksal erleiden! Na das werden wir ja sehen! Mein Bay Wild Wyvern ist ein starker Gegner! Ha! Was ist da los? Ha! Und ein weiteres Burst-Finish innerhalb von fünf Sekunden! Er steht gleich auf mit Daigo Kurugami! Und der Sieger ist Shu Kurenai Storm Sprizen! Sprizen gilt klar als der Top-Favorit der Meisterschaft! Sowas nennt man überwältigende Power! Oh Shu! Du bist der Coolste! Total umordklasse! Er weiß definitiv, was er da oben macht! Und Walt hat seinen Wettkampf auch gewonnen! Unsere Schule hat viele Super-Blader! Also ich denke, Walt ist so weit gekommen, wie er kommen konnte! Es gibt nur einen Blader, den ich besiegen muss und das ist Shu Kurenai! Oh, ich kann es kaum erwarten bis zum Finale! Shu! Du bist so mega stark! Ich schätze, dein ganzes Training war wirklich keine Zeitverschwendung! Das war wirklich unglaublich! Im Ernst! Schätze schon! Also ich kann nicht sagen, dass es mich sehr überrascht hat! Denn ich meine ehrlich! Du musst gut sein, um mein Gegner zu sein! Denn wenn wir kämpfen, ist es total so, als würden wir uns ster... Uns ster... Gegenseitig stärker machen? Genau, das ist es! Wir machen uns gegenseitig stärker, richtig? Und dann sehen wir uns im Finale! Ich bin so geflasht! Gegner zu sein ist das allerbeste! Ich glaub, du vergisst jemanden! Klare Sache! Du kannst doch auch mein Gegner sein, Honcho! Allererste Sahne! Ich glaub, ich kann euch grad nicht folgen! Macht dir mal keine Gedanken! Ich hab das alles unter Kontrolle! Diese Beyblade Battles! Ich krieg einfach nicht genug von ihnen! Ich bin mir nicht! Ich bin mir nicht! Ich kann euch nicht! Ich bin mir nicht! Mein ist mir nicht! Ich habe die beste Idee aller Zeiten. Ich werde einen Bayclub in der Schule eröffnen. So können wir üben, wann immer wir wollen. Zuerst muss ich Leute finden, die mitmachen. Ich werde fünf Leute überzeugen, mitzumachen. Nein, zehn. Nein, hundert. Millionen Leute. Nächstes Mal bei Bayblade Burst. Bayblade Club. Wir legen los. Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Bayblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Ich bin bei den Bezirksmeisterschaften angetreten und habe gegen Rantaros Raging Rock Tabor in meinem ersten Battle gekämpft. Und ich habe gewonnen. Das darf doch nicht wahr sein. In meinem zweiten Battle habe ich Ken Midori's Kobayus die Stirn geboten. Das war echt hart. Zum Glück habe ich es geschafft, gegen ihn zu gewinnen. Mein zweiter Sieg! Jetzt bereite ich mich auf den Kampf gegen Daigo Kuro Gami vor. Er ist ein extrem starker Blader. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ich kann's kaum glauben. Dieser Typ ist der Hammer. Oh, 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 oh. Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Oh, 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 oh. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben. Bay Play Burst! Weil wir da draußen unser Bestes geben. Bay Play Burst! Bay Play Club, wir legen los! Bay Play Burst! Toco, Nika, bitte holt euren Bruder aus dem Bett. Okay. Bay Play, er ist nicht da. Ist er vielleicht früh raus und gegangen? Bay Play, gewinnt wieder! Hä? Hatten wir uns denken können. Los geht's! Bereit und... Es klemmt! Es funktioniert nicht! Hör auf zu blockieren, okay? Alle werden uns auslachen. Hier ist er da runtergekommen. Wollt, wach auf! Also echt jeden Morgen! Du wirst zu spät kommen! Rush launch! Bitte sag mir, dass heute schon Samstag ist. Nein! Ich sehe, dass du es heute geschafft hast, anzukommen, bevor dein Unterricht beginnt. Meistens komme ich genau in dem Moment, wenn es klingelt. Schafft er es in die Klasse? Ja! Er ist durch! Hm. Ich meine, tut mir leid, Sir. Ich gebe mir mehr Mühe. Es ist schön, dass du bei der Bay Blade Meisterschaft so gut abschneidest. Aber die Schule ist trotzdem wichtig. Ich weiß, Sir. Und das bringt mich auf eine Idee. Oh, wirklich? Ich hoffe, sie hat etwas mit deinem Wecker zu tun. Für die Schule aufzustehen wäre leichter, wenn wir hier einen Bay Blade Club hätten. Und wie wäre das hilfreich? Wie bei Fußball, Volleyball und Kunst AGs. Es baut Begeisterung für die Schule auf. Ein Bay Blade Club würde uns sehr dabei helfen, neue Fokustechniken und Strategien zu lernen. Das könnte durchaus sein. Was sagen Sie? Bitte! Ja, los geht's! Leute, wollt ihr beim Bay Blade Club mitmachen? Ich bin schon beim Baseball. Basketball. Total beschäftigt mit der Theatergruppe. Hey, tretet den Bay Blade Club bei, solange es noch freie Plätze gibt. Jetzt oder nie! Tut mir leid. Ich kann nicht. Was ist mit dir? Hab zu viel zu tun. Du? Ich passe. Also? Nein! Wenigstens kann ich mich darauf verlassen, dass du dem Club beitrittst. Wovon redest du da? Du weißt doch, der Bay Blade Club, den ich aufmache. Du hast die Erlaubnis? Er weiß, dass ich mehr trainieren muss. Ich verbringe viel Zeit in seinem Büro. Wir sind dicke. Jetzt drei, zwei und eins. Let it rip! Drei, zwei und eins. Let it rip! Jetzt hab ich's! Das Beste am Club werden die coolen Battles sein. Die werden uns super auf die bevorstehende Meisterschaft vorbereiten. Ach, ist das so? Dir entgeht ja überhaupt nichts. Wenn genug Leute beitreten, könnte uns die Schule unseren eigenen Trainingsraum und alles geben. Wie bei den Profis. Aha. Aber um einen offiziellen Club zu gründen, brauchen wir mindestens fünf Leute. Und wie viele haben wir jetzt? Nur einen. Äh... Nein, vergiss das zwei mit dir. Ich glaub, wir brauchen vielleicht mehr. Jedes großartige Team fängt mit wenigen Spitzenspielern an. Also ich inspiriere ja Leute. Okay, ich bin dabei. Ich bin froh, dass das klar ist. Und jetzt zu den Trikots. Als Kapitän entscheide ich... Kein grelles Pink, das tut niemandem einen Gefallen. Mit großem Stil kommt große Verantwortung. Hey, mach mal halblang. Hast du ein Problem? Ich hab die Erlaubnis für den Club bekommen, also bin ich Kapitän. Genau das hab ich befürchtet. Außerdem erwarten die Leute einen Champion. Na gut. Wir klären das mit einem Battle. Ist mir recht. Es gibt nichts, das ich besser kann als gewinnen. Okay, Leute. Wir machen ein Battle, um zu entscheiden, wer der Leiter des Beyblade Clubs wird. Vorausgesetzt, wir finden fünf Mitglieder. Ich werde dir zeigen, wie man deinen Moves etwas Flair hinzufügt. Wir fangen an. Erster Battle. Ich hab Rantaro beim ersten Kampf der Bezirksmeisterschaft geschlagen. Aber er hat mich besiegt, als wir das letzte Mal gekämpft haben. Ich hab mich von einem Gegenangriff erwischen lassen, nachdem ich meinen Rush-Launch vermasselt hatte. Wir werden es nicht wieder so weit kommen lassen. Richtig, Valtryek? Ich muss zugeben, er ist jetzt viel besser als das erste Mal, als wir gekämpft haben. Aber hey, das bin ich auch. Wir zeigen's ihm. Oder nicht, Rocktower? Ich kenne ihn. Er wird es mit seinem Rush-Launch versuchen. Mann, ich weiß nicht, wie er einen Power-Abwehr-Typ wie King Kabei es knappen konnte. Er hatte in seinem ersten Schlag eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit. Aber ich weiß, was er bringen wird. Und ich weiß, wie ich seinen Angriff aushebeln kann. Bereit? Auf die Plätze. Drei, zwei, eins. Let it rip! Ah! Valt beginnt mit seinem typischen Rush-Launch. Überraschung! Den hab ich ja gar nicht erwartet! Rantaro bringt Rocktower über die Außenwande. Er ist jetzt fast am Rand. Schießt der normalerweise nicht runter ins Zentrum? Ja, tut er. Indem er außen kreist, kann Rocktower Valtryax Attacken ausweichen. Hä? Ich glaub nicht, dass Valtryax Angriffspower etwas bringt, wenn er mich nicht treffen kann. Es gibt dieses berühmte Sprichwort über den Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt, oder? Das bedeutet, wenn du so weitermachst, wirst du mich niemals kriegen. Valtryax kommt nicht nah genug ran, um Schaden anzurichten. Rantaro muss schlauer sein, als er aussieht. Du musst fair spielen, du kannst dich nicht nur verstecken! Du bist nur sauer, weil du nicht selbst draufgekommen bist! Valtryax, lass ihn nicht davon kommen! Du musst ihn kriegen! Viel Glück damit! Los! Hey, was? Jetzt haben wir ihn! Das ist ein Treffer! Rocktower wurde ins Zentrum gezwungen! Das habe ich nicht kommen sehen! Meine Zeit ist gekommen! Jetzt Rush Launch! Lass dich nicht unter Druck setzen! Das ist eine Falle! Rocktower wurde ins Zentrum gezwungen! Rocktower wurde ins Zentrum gezwungen! Rocktower wurde ins Zentrum gezwungen! Und schnapp ihn dir! Du kannst dich nicht bewegen! Und so wird das gemacht! Valtryax wurde auf einen One-Way-Flug geschickt. Und Rocktower ist sicher in der Arena. Wie bitte? Meine Damen und Herren, ich kann es nicht glauben! Es ist ein Burst-Finish! Also das kam unerwartet! Also dann, was passiert jetzt? Äh, also was da gerade passiert ist, das war irgendwie alles zur gleichen Zeit! Ist das jetzt ein Unentschieden? Wartet, Moment mal! Es war kein Unentschieden! Ich habe alles gesehen und Rocktower ist zuerst explodiert! Aber... Habt ihr überhaupt zugesehen? In der Sekunde, als Rocktower geborsten ist, war der Kampf vorbei! Egal wie man es sieht, Valtryax hat gewonnen! Meinst du das wirklich? Er ist auf unserer Seite? Es war allerdings superknapp! Es ist ein Burst-Finish für Valt! Mit zwei Punkten gewinnt Valtryax! Ja! Du bist ziemlich gut geworden! Ich finde, du solltest dich bei mir bedanken für meine ganze Hilfe und so! Aber sicher! Also ich bin froh zu sehen, dass du gelernt hast, zu gewinnen ohne peinlich zu werden! Oh Mann, danke! Das verdanke ich alles nur dir, Valtryax! Also heißt das, dass du jetzt der Club-Kapitän bist? Das ist so cool! Eigentlich glaube ich nicht, dass ich zum Kapitän geschaffen bin! Was? Hä? Hey Oberhoncho! Was hältst du davon, dass wir erst entscheiden, wer den Club leitet, wenn wir alle Mitglieder haben? Hey, klingt gut! Was immer dein Bell zum Drehen bringt, Kumpel! Danke für das Spiel! Ich gehe und besorge uns ein paar neue Mitglieder! Ich habe eine tolle Idee, wer dem Club als nächstes beitreten sollte! Wer soll das sein? Hä? 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 Du musst lernen, wie man einen Abgang macht, ohne eine Szene zu machen! Backflash first! Backflash first! Danke, dass du mich gerettet hast! Ich verspreche, ich werde dich nie vergessen! Und ich würde es wieder tun, egal wie stark der Gegner oder wie groß der Drache ist! Du bist mein Held! Oh, pass auf, der Dröppel! Hört auf zu knutschen und schaut hinter euch! Oh! 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 Ich wusste nicht, dass Ken Freunde hat. Ich halte ihn für einen Freund. Ich sag's nur ungern, aber wir sind mit dem Puppentheater sehr viel auf Reisen. Deshalb ist es schwierig für Ken Freunde zu finden. Ich bin froh, dass er dich hat. Das wusste ich nicht. Es ist schön zu wissen, dass du dich um ihn kümmerst. Na klar, mach ich gerne. Mrs. Ken's Mom. Schön, dich kennenzulernen, Ken's Freund. Bist du traurig? Hast du etwas gegen Traurigsein? Beruhige dich, Stinkstiefel. Ich bin hier, um dir zuzuhören, wenn du reden willst. Hey, Leute, was geht ab? Hä? Hä? Was ist das? Ein Überfall? Ich bin hier, um dich in den Beyblade-Club einzuladen. Worauf willst du hinaus? Meinst du das ernst? Bisher sind Honcho und ich die einzigen Mitglieder. Aber wenn du beitreten würdest, könnten wir bald ein echtes Team haben. Träum weiter, Junge. Es wäre so klasse. Na komm schon, was sagst du? Mach doch mit. Ich glaube, du vergisst was. Wir sind bittere Feinde. Oh, richtig. Hatte ich vergessen. Wir sind keine Feinde. Wir sind Gegner. Gegner? Ja, das heißt, dass wir auch Freunde sein können. Du willst mein Freund sein? Na klar. Sind wir das nicht schon? Was denkst du? Na ja, irgendwie schon. Fantastisch. Aber nur unter einer Bedingung. Hä? Und das wäre? Wir treten nur bei, wenn wir gegen Shoe kämpfen können. Was? Ja, ich meine, er ist dein Freund, oder nicht? Ja. Also, dann sollte es leicht für dich sein. Aber wieso willst du gegen Shoe kämpfen, statt gegen mich? Na ja, weil gegen dich haben wir schon verloren. Aber gegen ihn haben wir eine Chance. Bitte? Keine weiteren Fragen. Also, haben wir ein Deal? Äh, äh... Sicher, haben wir. Shu, ich bitte dich. Kämpf gegen Ken, damit er dem Club beitritt. Ich trainiere gerade. Ich verstehe, aber das könnte auch als Training gelten. Ken Scobelius ist ein wirklich zäher Babe. Und seine einzige Bedingung ist, dass er durch einen Kampf mit dir etwas lernt. Ich vermute sogar, dass er heimlich einen fiesen Plan hat, um deinen Babe für immer Platz zu machen. Ist das so? Ja, das hab ich gehört. Beweis ihm doch das Gegenteil, außer du glaubst, du verlierst. Komm schon, was sagst du? Okay, in Ordnung. Leg einen Zeitpunkt fest. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hey, Ken! Shu sagt, dass er gegen dich kämpfen wird. Oh, endlich treffen wir uns. Ganz schön schwierig, dich persönlich kennenzulernen. Ich kenne dich. Ich hab dich gegen Vault kämpfen sehen. Oh, wow! Du hast mich tatsächlich kämpfen sehen? Ja, der Puppentyp. Wie könnte ich dich vergessen? Pass auf, wir haben hierfür sehr lange trainiert. Wie cool du bei den Meisterschaften bleibst, ist beeindruckend. Das weiß ich zu schätzen. In Ordnung. Lasst uns anfangen. Und der erste Battle! King Herbaeus ist ein Abwehrtyp. Seine Abwehrachse gehört zur schwersten Klasse. Storm's Prizen ist ein Balance-Typ. Er arbeitet mit der perfekten Balance zwischen offensiven und defensiven Mitteln. Wenn er mit seinem typischen Stil antritt, wird das ein langer, defensiver Battle. Wird er mit einem Angriff starten? Oder abwarten und verteidigen? Was von beidem? Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let's let it rip! Also, er geht auf Nummer sicher. Du hast die Deckung aufgestellt, wie ich es erwartet habe. Falls du das hinauszögern willst, Kerbeis kann warten. Ich hatte nie vor, mich zurückzuhalten. Jetzt! Spryzen! Spryzen greift zuerst an. Treff ihn dort, wo es wehtut gegen Kerbeis! Komm schon, Spryzen! Zeig, was du kannst! Kerbeis hat die Stellung! Schick ihm keinen Zentimeter! Zwei der unglaublichsten Beyblades! Kämpfe ihn hier direkt vor mir! Okay, jetzt! Vernichte ihn jetzt! Sie sind auseinander! Wir lassen ihn einfach ein bisschen kreisen! Das macht Spaß! Ach, denkst du? Hä? Sieht so aus, als würde Kerbeis langsamer werden! Keine Chance! Spryzen weiß genau, wie man einen langen Kampf durchhält. Das ist der Vorteil eines Balance-Typs! Ein Survivor-Finish! Storm Spryzen holt den Sieg! Das ist ein Punkt für Shu! Du warst schon so nah dran! Nächstes Mal hältst du vielleicht ein bisschen länger durch und gewinnst! Wir brauchen dein Mitleid nicht, Kollege! Hä? Wir haben noch einen zweiten Battle, um aufzuholen! Ja! Dann lasst uns gleich mit dem nächsten weitermachen! Wir sind aufgewärmt! Bereit für echte Puppen-Power? Du verschwendest sehr viel Energie, wenn du dich so ärgern lässt! Was? Hm! Zweiter Battle! Wird er wieder mit einem Angriff anfangen oder zur Verteidigung wechseln? Wofür entscheidet er sich? Ich hab nicht lange genug durchgehalten! Ich hab's ganz falsch angelegt! Scheint, als würde er an sich zweifeln! Das ist seine größte Schwäche! Das wirkt sich definitiv auf seine Konzentration aus! Ich muss das ausnutzen, bevor er es bemerkt! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Ich glaub, Kobayus wird zuerst angreifen! Diesmal haben wir ihn! Da liegst du richtig! Erhebe dich, King Kobayus! Alles klar! Storm Spreizen! Vorsichtig! Schuh hat die Drehrichtung umgekehrt! Jetzt lernst du die Geschicklichkeit und die Macht von Spreizen kennen! Sieh her! Counter-Break! Er ist gecrashed! Schuh gewinnt mit einem klassischen Burst-Finish! Ein Counter-Break, hä? Ich sag's nur ungern! Aber dieser Typ da ist echt cool! Gutes Spiel, Leute! Gutes Spiel! Hey! Mach's dir bloß nicht zu gemütlich! Denn wir werden definitiv gegen dich gewinnen! Beim nächsten Mal! Vorausgesetzt, du kämpfst doch mal gegen uns, okay? Welche Puppenstimme bist eigentlich wirklich du? Hä? Alter, sie sind beide du! Hab ich recht? Fang nicht damit an! Kero spricht nicht gerne über Gefühle! Hm? Hey! Warte! Du trittst doch dem Club bei, richtig? Hä? Er hat gesagt, er würde beitreten, also wieso ist er weggerannt? Aber ich wette, dass du beitrittst, denn ich meine, niemand würde Nein zu einem Beyblade-Club sagen, oder? Ich bin kein Typ, der einem Club beitritt. Oh! Man sollte immer alleine trainieren. Ah! Das ist nicht wahr! Du kannst schließlich auch nicht gegen dich... Ein Counter-Break, hm? Ich frag mich, wie gut er im letzten Jahr geworden ist. Mein Battle gegen Schuh wird legendär! Ich komme! Eine Minute bitte! Ja, hallo? Wer ist da? Hi! Hallöchen! Was ist los, Mom? Da ist etwas Gruseliges vor der Tür! Hä? Oh, das nehme ich zurück. Ein Freund von dir, Ward? Ja, das ist mein Freund Ken! Vergnügen, sie kennenzulernen! Schön, euch kennenzulernen. Darf ich euch was zu trinken anbieten? Ach, die Ironie! Macht ihr ein Puppenspiel? Oder seid ihr hier, weil ihr sauer seid, dass ihr gegen Schuh verloren habt? Nichts davon! Wir wollen dem Beyblade Club beitreten! Also, es war nett! Hey, wartet mal kurz! Ich sagte, wartet! Lass mich los! Komm schon, wieso die Eile? Ehrlich, bleib doch noch ein bisschen! Ihr Freund von Ward ist hier immer willkommen! Nein, nein, wir können nicht bleiben! Du bist doch gerade erst gekommen! Ich geh nach Hause! Jetzt bereit! Du wirst dich hinsetzen und mit uns essen! Äh, ja, Ma'am! Wir werden ihn sehr verbunden! Gute Antwort! Meine Mom backt super lecker! Ah! Nur noch zwei Mitglieder, dann ist der Club offiziell! Mein Gegner in der dritten Runde ist Daigo Kuro Gami! Ah, er macht mich so wütend! Wenn ich ihn besiegen will, muss ich ernsthaft trainieren! Ich werde meinen Rush-Launch perfektionieren müssen! Das bedeutet Training, Training und noch mehr Training! Nächstes Mal bei Beyblade Burst! In die Dunkelheit! Dark Doom Sizer! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade! Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen! Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten! Willkommen zurück, Blader! Seid ihr bereit für den zweiten Tag voller Beyblade Action? Unser nächster Wettkämpfer ist Wild Vibrant Blader, Wakiya Murasaki! Er sieht sehr gechüt aus! Draußen auf der Straße redet man davon, dass er diese Meisterschaft schon in der Tasche hat! Zeit für den ersten Battle des Tages! Schnallt euch an, das wird eine verrückte Fahrt! Auf die Plätze! Fertig! Drei, zwei, eins! Let it rip! Wild Vibrant zieht absurd schnell hinein! Die Tatsache, dass ein Gegner auch reint abwehrtyp ist, macht ihn anscheinend nicht langsamer! So lahm. Ich hab auf eine interessantere Herausforderung gehofft. Ich würd sagen, du hast bestenfalls noch drei Sekunden. Bereit? Dann pass mal auf. Drei, zwei und eins. Es ist ein Mörf-Finish! Wakiya Murasaki gewinnt mit einem Punktgestand von 2 zu 0! Ich hatte so eine Ahnung, dass er so weit kommen würde. Let it rip! Unsere Bays zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben. Bay, play first! Komm schon! Weil wir da draußen unser Bestes geben. Bay, play first! In die Dunkelheit! Dark Doom-Sizer! Bay, play first! Bay, play first! Hey, Leute! Ich hab mein Battle in der zweiten Runde der Bezirksmeisterschaft gewonnen. Ziemlich klasse, oder? Deshalb muss ich mich wieder aufladen für den nächsten Battle. Ball, würdest du endlich aufstehen? Okay, bereit, Nika? Hier! Eins, zwei, drei! Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Leute! Warte eine Sekunde, Walt. Hier, fang! Frisch aus dem Ofen. Ist es auf deinem Weg zur Schule, okay? Danke, Mom! Bis dann! Ich muss nur noch zwei Leute finden. Und der Bay-Club ist offiziell. Das ist ein Kinderspiel. Das wird der beste Tag aller Zeiten. Und du bist zu spät. Wieder mal. So knapp. Aber es fühlt sich so weit an. Warum stelle ich überhaupt noch einen Wecker? Was auch immer dein Bay kreisen lässt. Das war hart. Hey, du da. Ist dein Name nicht Voltaoi? Warte, ist das nicht? Sag's mir! Komm schon, Alter! Weißt du nicht mal, wer der nächste Gegner ist? Das ist Daigo Kurokami! Genau! Na klar weiß ich das! Hä? Hier ist was ziemlich faul! Ja, es stinkt! Igitt! Also hey, ich hab deinen Kampf gesehen. Und ich muss sagen, ich war ziemlich beeindruckt. Wirklich? Dieser Rush-Launch von dir ist krass. Du bist wirklich ziemlich gut, weißt du das? Echt? Das denkst du wirklich, Alter? Hast du das gehört, Honscho? Er ist ein Fan! Ein Fan von mir! Dieser Typ hier! Ich bin genauso schockiert wie du, Kumpel. Glaub mir! Jedenfalls, ich hab gedacht, wenn du nicht so beschäftigt bist, könnten wir vielleicht nach der Schule ein bisschen zusammen abhängen. Hä? Die Sache ist, ich hab irgendwie gehofft, wir könnten eine Übungsrunde machen vor unserem echten Battle morgen. Super, ich bin dabei! Perfekt! Ja! So viele Battles, wie du möchtest! Okay! Ich bereite die Bay Arena in der Sporthalle vor, also treff mich dort gleich nach dem Unterricht. Schön! Der Tag hat blöd angefangen, aber er wird immer besser und besser! Lass uns anfangen! Der Bay von Daigo heißt Dark Doomsizer, er ist auch ein Angriffstyp, so wie Vaults. Zum Glück hat Vault ein paar Skills drauf, Daigo ist erledigt. Lasst uns anfangen! Der erste Battle! Hm! Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it win! Was? Das glaub ich aber nicht. Äh, das ist ein Survivor-Finish für Welt-Triac. Der erste Punkt geht an Vault, schätze ich. Verdammt! Letztes Mal hat Daigo aber anders gespielt. Vielleicht war's mal einmalige Sache. Daigo, was ist denn los? Bist du vielleicht nervös oder sowas? Hm, mach mal halblang. Hä? Natürlich hab ich das mit Absicht gemacht. Das verstehe ich nicht. Was meinst du? Was hast du davon, absichtlich zu verlieren? So konnte ich mir dein Wash-Launch genauer ansehen. Den und... alle deine kleinen Schwächen. Oh! Oh! Daigo! Warum hast du das getan? Worüber bist du so sauer? Ist das dein Ernst? Ups, hat ne Sauerei gemacht. Räumst du auf. Bad-Triac! Bleib sofort stehen! Geh aus dem Weg. Entschuldige dich! Sag, dass es dir leid tut! Nein, Vault! Komm schon, sei nicht so ein Baby. Daigo, das vergeb' ich dir niemals! Alles okay? Hey, warte! Wo gehst du hin? Warte auf uns! Man hat mir gesagt, es geht ohne Kreislauf-Training! Das hab ich mir gedacht. Wenn er sich so aufregt, wird sein Wash-Launch total nutzlos sein. Let it rip! Let it rip! Let it rip! Nicht gut. Du hast die ganze Zeit keinen einzigen Wash-Launch geschafft. Ja, als ob ich das nicht gemerkt hätte. Denkst du, Daigo hat vielleicht was damit gemacht? Ihn irgendwie sabotiert? Mein Bae ist hier nicht das Problem. Ich muss einfach mehr trainieren. Es ist allein meine Schuld. Ich werd das tausendmal machen, so oft es sein muss. Nummer eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! 256! 257! Morgen, Sonnenscheinchen. Springt auf! Ich bring euch nach Hause. Was ist mit Volt? Der kommt schon klar. Kommt schon! Und obselat! Let it rip! Wir drei haben genug für heute, Kumpel. Mann! Echt jetzt! Es hat keinen Zweck. Was mache ich bloß falsch? Ups, hat ne Sauerei gemacht, räumst du auf. Das kann nicht sein! Keine Sorge, Valtriek! Ich werd nicht zulassen, dass dir sowas nochmal passiert. Alles klar! Zeit für den Wash-Launch! Hey, Volt? Hörst du mich? Volt! Reiß dich zusammen! Was ist passiert? Ich bin eingeschlafen. Du isst besser was. Das ist so eine gute Idee. Das ist super lecker! Mehr davon, bitte! Wie viele hast du schon weggeputzt? Oh, na ja, bitteschön. Wow, wow, wow! Es ist wie ein Buffet, aber umsonst! Wie nennst du das denn? Es heißt Spaghetti Carbonara. Und bitte, sprich nicht mit vollem Mund. Das Beste aller Zeiten! Kaum zu glauben, dass ich dich das noch nie gefragt habe, aber wie hast du gelernt, so zu kochen? Ach, das ist was, bei dem ich schon immer sehr gut war. Mit verschiedenen Gewürzen zu experimentieren und sowas. Ja, bist du! Also, diese Carbo, was auch immer, ist gut, aber für die neapolitanische Soße geb ich die Bestnote. Hm, bis später! Tschüss! Auf Wiedersehen! Tschüss! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss! Komm mal wieder! Tschau! Tschüss! Also, macht's dir was aus, mir zu erzählen, wieso du so hart trainierst? Es ist der Rush-Launch. Ich weiß nicht, wieso, aber auf einmal krieg ich ihn nicht mehr hin. Hä? Nach der Schule bin ich heute gegen diesen Daigo-Kurugami angetreten. Deinen Wettkampf-Gegner. Seine Haare sind viel struppiger als meine und seine Moves sind immer so extrem cool. Es ist unfair, was er mit Veltrieg gemacht hat. Das sieht nicht gut aus. Hey, weißt du was? Dieser Puppentyp hat mich heute besucht. Es war die beste Show, die ich je gesehen habe. Und jetzt sind wir sogar Freunde geworden. Schön. Wir hatten so viel Spaß. Und weißt du noch was, Daigo? Daigo? Die Besuchszeit ist fast vorbei. Alles klar. Bis später, Bro. Du hast morgen wieder ein Battle, richtig? Das ist super. Mach ihn fertig. In Ordnung, Ryota. Du brauchst aber auch ein wenig Ruhe vor dem großen Spiel morgen. Ja, schlaf ein wenig. Hast du deine Zähne geputzt? Aha. Keine Sorge, kleiner Bruder. Den Sieg habe ich in der Tasche. Hallo, Jungs und Mädchen. Wir sind bereit für die dritte Runde der Bayblade Besitzmeisterschaften. Wir stellen jetzt die Blader für unser erstes Match vor. Gegen alle Erwartungen ist unser erster Kandidat aus dem Nichts gekommen. Und darf sich vorstellen, Rot Aoi. Und sein Gegner, einer der Favoriten auf den Sieg, ein geheimnisvoller Blader, Daigo Kurogami. Nicht vergessen. Kaboom. Komm und sag das doch mal! Krieg dich ein, du musst Klasse zeigen! Du weißt, dass er dich nicht hört, oder? So ist Volt eben. Er verliert die Fassung. Beruhig dich jetzt, Volt. Du hast gut trainiert. Du hast alles unter Kontrolle. Denk dran, immer ruhig bleiben. Aber hallo, ich kann diesen Typen nicht ausstehen. Der erste Battle. Mach dich auf eine Überraschung gefasst. Das funktioniert viel besser, als ich dachte. Bereit? Auf die Plätze. Drei, zwei, eins. Let it win! Das hatten wir schon mal! Seht euch das an! Vertriex Landung ist ziemlich wackelig. Vertriex! Daigo Kurogami Start ist perfekt! Dieser Battle wird gleich vorbei sein! Hau ihn raus, Doom-Sizer! Oh nein! Und Vertriex wurde aus der Arena geworfen! Doom-Sizer bekommt einen Punkt für sein Ring-Out-Finish! Kein Problem, Volt! Hm, ein Punkt noch und das war's. Ist das Glück? Nun doch aus diesem Bay-Blake-Märchen gewichen? Kann er ein weiteres Wunder vollbringen? Nicht die Zeit nachdenklich zu sein! Er wird hier ausgespielt, aber sowas von. Hey Kleiner, ist alles okay bei dir? Du siehst ein wenig verunsichert aus. Ja, ich kann nicht so weitermachen. Aber was sind meine Optionen? Was muss ich tun, um diesen Typen zu besiegen? Komm schon, öffne deine Augen. Daigo ist nicht dein größter Gegner. Das bist du selbst. Was soll ich tun? Im Gegensatz zu einigen von uns hat er die Grundlagen drauf. Grundlagen? Okay. Der zweite Battle. Hey, seht euch deine Hände an! Er hält den Starter flach. So legt man keinen Rush-Launch hin. Nur einen Punkt vor dem Aus! Kann Boat-Aoi noch ein Combat starten? Ich muss mich an die Grundlagen erinnern. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Bein! Ein! Let it rip! Diesmal hat es geklappt! Er ist schneller als jemals zuvor! Vertrieg kommt hereingeschossen und zielt direkt auf Doom-Sizer! Das ist es, Vertrieg! Tempo ist nichts. Los, Doom-Sizer! Welcher war der Erste? Ich weiß nicht. Hä? Das ist ein gleichzeitiges Burst-Finish. Keine Punkte vergeben! Ist das zu glauben? Ein Unentschieden! Wir machen weiter mit dem nächsten Battle! Du hattest einfach Glück. Hm! Bereit? Auf die Plätze! Drei! 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 Let it rip! Ich wusste es! Unmöglich, dass er den ersten Battle so leicht verliert! Es ist wieder passiert! Ein weiteres Burst-Finish! Wie lautet die Entscheidung diesmal, Schiedsrichter? Keine Punkte! Noch ein Unentschieden! Wie bitte? Das ist unglaublich! Dieser Battle ist weit mehr als episch! Vierter Battle! Let it rip! Unentschieden! Und wieder! Und wieder! Der sechste Battle wird mit derselben Entscheidung beendet! Ein Unentschieden! Und jeder Einzelne war ein gleichzeitiges Burst-Finish! Ein weiteres Unentschieden! Keine Punkte! Gut gemacht! Er schafft es! Das ist mein Freund! Ich kenne ihn! Das muss endlich aufhören! Alles klar! Hä? Okay, komm schon! Den nächsten gewinnen wir! Ich kapier's nicht! Der achte Battle! Greif nach dem Sieg, Valtryek! Rein mit dir! Hä? Pass bitte auf! Vorsicht! In Ordnung! Gut erholt, Valtryek! Unentschieden! Nein, nicht schon wieder! Wird das jemals aufhören? Aber hey! Ich habe einen Lauf! Er lächelt immer noch! Das ist gut! Seht ihr das? Er nutzt seine Schwäche zu seinem eigenen Vorteil! Hä? Und da ist es! Das liebte Burst-Finish in Folge! Ich frage mich langsam, ob ich jemals eine Kaffeepause haben werde! Ihr wisst doch, wie Volt alles, was um ihn herum ist, vergisst! Wenn er wütend oder konzentriert ist! Er verliert alles andere aus den Augen! Jetzt gerade ist nur ein Gedanke in seinem Kopf! Wie viel Spaß er mit Valtryek hat! Er hat sogar seinen Frust vergessen! Nicht der höchste Buntstift in der Box! Hallo? Das sagt der Richtige! So einfach ist das nicht! Seht euch mal seine Beine an! Am Anfang hatte er sein linkes Bein vorne! Es ist andersrum! So wie er seinen Starter hält und die Richtung, in die er die Kette zieht, das ist ein total neuer Stil! Ich glaube nicht, dass ich selbst das so hinkriegen würde! Neuer Stil? Ich wusste, er hat tief drin Flair! Ja, und ohne es überhaupt zu wissen! Keine Sorge, Ryota. Das ist nur eine kleine Verzögerung. Ich werde das hier gewinnen. Egal, was es kostet. Hey, Daigo! Du hast ein paar krasses Geld drauf! Behalt's für dich. Mir ist egal, was du denkst. Ach, komm schon! Du musst zugeben, das passiert nicht so oft! Ich will fast nicht, dass der Battle aufhört! Daigo, noch einmal! Komm schon, bitte! Nur noch einmal! Ich will am liebsten für immer so weiter kämpfen! Ich will am liebsten für immer so weiter kämpfen! Können wir doch, oder? Wir können nicht immer tun, was du willst! Aber das ist wirklich das letzte Mal! Komm schon, bitte! Bitte, bitte noch mal! Na gut! Juhu! Schön! Bereit, wenn du es bist! Daigo, ich fühle mich, als könnte ich mit Leichtigkeit noch ein paar hundert Runden gegen dich weiterkämpfen! Der 13. Battle! Er will wieder einen Urschlo und springen! Sag mal, Shu! Ich weiß nicht, ob es an mir liegt und ich mir was einbilde! Was ist denn? Daigo sieht anders aus, findest du nicht? Bereit, auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Ja! Du hast recht. Wir haben Spaß! Ja! Betrieg! Los! Doom-Sizer zerquetschen! Der Sieg geht an Valtryag mit einem Burst-Finish! Volt Aoi gewinnt den Wettkampf mit einem Punktgestand von 2 zu 1! Ich kann mich kaum zurückhalten! Eifersucht ist eine sehr hässliche Emotion! Dieser lange, lange, lange Battle ist endlich vorbei! Er hat sich durch elf unentschieden gekämpft! Volt Aoi kommt weiter im Viertelfinale und ich komme zu meiner langersehnten Kaffeepause! Daigo! Daigo! Was willst du? Das hat Spaß gemacht! In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so einen Battle! Ich hab mich gefragt, ob es wohl irgendwann eine Revanche gibt! Ich liebe es, mit dir zu kämpfen! Du bist der beste große Bruder aller Zeiten! Kann ich nur zurückgehen! Hallo Daigo! Ich hab die Neuigkeiten gehört! Das war ein ziemlich unglaublicher Battle gestern! Wer hat Ihnen das erzählt? Oh! Deine Freunde, die gerade in Riotas Zimmer sind! Ah! Da ist er ja! Wo warst du? Sieh mal, ich bin jetzt größer als du! Ah! Was soll das denn hier bedeuten? Sie sind auf super geheimer Mission hier! Geheim! Sie sagen, dass du ein guter Blader bist und dass sie mit dir trainieren wollen, damit sie stärker werden! Weil du einfach super gut bist! Ist das ein Witz? Kein Witz! Ich will wieder gegen dich kämpfen! Was sagst du? Trittst du den Bay Club bei? Ist das ein Ja? Hä? Auf keinen Fall! Was? Als ob ihr mit mir mithalten könntet! Träum weiter! Hey, komm schon! Du solltest uns eine Chance geben! Wir sind ziemlich gut! Hör zu! Hä? Tut mir leid, was ich getan hab! Mit Weltwerk! Waaaaaah! So leicht kommst du mir nicht davon! Hahaha! Tart den Bay Club bei! Komm schon, lach mit! Tart den Club bei! Bye, 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 beitreten! Hör auf damit! Kapituliere von meinem Willen! Meld dich beim Bay Club an! Mach es, Steigo! Du weißt, dass du es willst! Und jetzt bist du! Ja, ich bin ein und ich bin ein und ich bin ein und ich bin! Ja, ich bin ein und ich bin ein bisschen! Hey, ich reg mich immer so auf, wenn ich kämpfe. Ich darf nicht zulassen, dass mich das die Runde kostet. Vor allem, wenn ich sehe, wie hart Valtteriak kämpft. Ich brauch die Unterstützung von allen, wenn ich besser werden will. Rockt das, oder was? Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Bereit machen. Crashkurs. Drei, zwei, eins. Let it rip. Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Okay, Schüler. Startklar für dein Beytraining? 100 Pro bin ich das. Es wird ziemlich intensiv werden. Hey, intensiv ist sowas wie mein zweiter Vorname. Ausgezeichnet. Die erste Übung ist Wischen, damit deine Arme stark genug sind für den Start. Kein Boden bleibt ungeschraubt. Nichts entgeht meiner Wischmopperfektion. Benutze deine Schultern richtig, Grashüpfer. Du brauchst die Kraft der Schultern, wenn du deinen Bey startest. Bin dabei. Setz auch deine Armmuskeln ein, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Und vergiss nicht, eine starke Rumpfmuskulatur ist der Schlüssel zu ab. Rumpftraining verstanden. Fertig. Also, was soll ich als nächstes tun? Unterricht beendet, mein Schüler. Jetzt wasch dich und mach deine Hausaufgaben. Bald gibt's Abendessen. Okay, das wird sich sowas von bezahlt machen. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel, wenn's dich erwischt, bleibt dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf. Letting with unsere Zeit und unser Leben. Bay Blade Burst, weil wir da draußen unser Bestes geben. Bay Blade Burst. Bereit machen, Crashkurs! Bay Blade Burst! Wo ist er? Fettkampftag! Gute Arbeit, Kumpel, du hast es rechtzeitig geschafft. Das ist unüblich für dich, aber ich weiß es zu schätzen. Wenn jetzt noch früh genug zur Schule käme. Das passiert nie, das Einzige, was ihm wichtig ist, ist Valtryek. Aber sicher, da hast du natürlich recht. Ich bin so aufgedreht, ich kann die nächsten Battle kaum erwarten. Aber Schuh kämpft heute, nicht du. Wusstest du nicht, du bist umsonst früh aufgestanden. Okay, Jungs und Mädchen, willkommen zum zweiten Tag der dritten Runde hier bei der Bezirksmeisterschaft. Der erste Blader, der heute auf der Bühne stehen wird, ist kein anderer als der Top-Favorit dieser Meisterschaft. Schuhu Kurenai. Und er kämpft gegen das One-Hit-Wonder Atsuko Takagi. Schuhu! Viel Glück! Und was auch immer du machst, bleib fokussiert. Lass dich von niemandem ablenken. Also achte nicht darauf, was dein Gegner anhat. Und nimm dich daran, was der Ansager anhat. Das reicht! Sieht aus, als wäre der Bay seines Gegners ein Angriffstyp. Und Schuhstorms Bryzen ist ein Balance-Typ. Also, ich schätze, er hat keinen Vorteil. Stimmt! Ähm, er hat aber auch keinen Nachteil. Stimmt, unter den vier Bay-Typen unterscheiden sich die Balance-Typen am meisten voneinander. Das wusste ich nicht. Na, seht doch hin, der Neue hat recht, komplett unterschiedlich. Spryzen ist ein Bay, der keine großen Schwachstellen hat. Im Prinzip wurden die Mängel der anderen drei Typen in ihm optimiert. Wow, das ist so klasse! Aber das ist eben noch nicht alles. Seht euch an, wie ihr bei einem Vergleich in Sachen Stärke, Abwehr und Ausdauer abschneidet. Oh nein, er ist schwächer in allem! Mit einem Babys-Prizen ist es schon vorurteilt, dass Schuh ein paar krasse Skills drauf hat, um doch noch zu gewinnen! Ha! Weshalb man sagt, dass Bays ihre Blader wählen und nicht andersrum! Ich schätze, dieser Bay könnte nicht besser zu Schuh passen! Du sagst es! Sie sind perfekte Partner in etwa so wie ich und mein Weltreact! Dieser Bay ist komplex. Ein echter Test für die Skills seines Bladers. Hoffen wir mal, dass Schuh hat was nötig ist, um diesen Kampf zu gewinnen. Okay, das war die Prüfung des gegnerischen Bays. Zeit anzufangen! Ist noch jemand so aufgeregt wie ich? Der erste Battle! Ich habe keine Ahnung, ob dieser Typ gut ist, aber ich riskiere nicht zu glauben, dass er es nicht ist. Alles ist möglich in einem Bay-Blake-Match. Bereit? Auf die Plätze! Drei, zwei, eins! Let it rip! Storm Spryzen dreht sich mit Höchstgeschwindigkeit in der Mitte der Arena. Aus meiner Sicht wird er gegen einen Angriffstyp auf einen Survivor-Finish setzen. Wow! So viel zu dieser Theorie! Sein Gegner geht in die Offensive! Er ist getroffen! Und das ist jetzt schon so intensiv! Und jetzt jagt erst Spryzen! Geschafft! Pass auf! Jetzt! Das geht nicht! Wie konnte er so die Richtung wechseln? Ja! Spryzen beginnt seinen gnadenlosen Angriff! Wie kann er sich überhaupt so bewegen? Es kommt mir vor, als hätte er seinen eigenen Willen. Er verschwindet und haucht wieder auf, wie es ihm passt. Ein Burst-Finish! Zwei Punkte für Storm Spryzen! Was für ein hervorragender Sieg für Shu Kurenai! Ich wusste es ganz genau! Du bist wirklich unglaublich, Shu! Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, aber das war Bay rauschend! Ja, nicht so schäbig für einen Gegenangriffen! Hatte ich auch Gänsehaut! Gänsehaut? Vielleicht, weil du sowas wie eine Gans bist? Bin ich nicht, oder? Ich muss das schaffen! Das hat mich total heiß darauf gemacht, im Finale gegen Shu anzutreten! Das sind zwei Punkte mit zwei Survivor-Finishes hintereinander! Herzlichen Glückwunsch, Junge! Du bist in der vierten Runde! Hoji Konda also, mit seinem Horror-Suit. Er sieht vielleicht auf den ersten Blick wie ein langweiliger Blader aus, aber der Schein trügt. Viel Glück! Okay, unser nächster Gegner ist Wakiya Murasaki! Er hat bisher alle seine Gegner abgeschossen und jeden Kampf 2 zu 0 gewonnen! Hat der eine Nebelmaschine mitgebracht? Wer ist das? Ja, wer macht sowas? Mach's nicht so kompliziert! Ich hab ihn schon in der Schule gesehen! Ich wusste nicht, dass er ein Blader ist! Oh ja, er ist sogar einer der Favoriten hier! Schön, dann frag ich ihn später, ob er dem Bay-Club beitritt! Spar's dir! Vertrau mir, der Typ hat schon seine eigene Truppe! Hm, noch besser, dann kann dein ganzes Team beitreten! Denn hey, je mehr, desto besser, richtig? Hm, viel Glück dabei! Vibrunk! Mit diesem Survivor-Finish hat er einen Punkt geholt! Oh ja, er ist gut! Jetzt auf zum zweiten Battle! Ja, los geht's! Die Attacken seines Gegners scheinen Vibrun nichts anzuhaben! Wow! So schickt man jemanden schnell nach Hause! Die Drehung des Gegners wird langsamer, Leute! Survivor-Finish! Ein perfekter Sieg! Das nenne ich eine makellose Verteidigung! Rakia Murasaki kommt in die nächste Runde! Gut gespielt, Junge! Glückwunsch! Leute! Das war unglaublich! Ja! Habt ihr das gerade gesehen? Er freut sich nicht mal über seinen Sieg! Mhm! Ah, komm schon! Hat er Angst, dass ein Lächeln seinem Gesicht schadet? Guter Spruch! Was wohl mit dem los ist? Das wird aufregend! Was? Geht's dir gut, Honscho? Ja, aber schon mal was von räumlicher Aufmerksamkeit gehört? Dann beachte doch, dass meine Aufmerksamkeit echt krass ist! Und was genau soll ich gerade fühlen? Die Leute sehen zu! Wirklich? Sitzt du in meiner Frisur? Das ist Walter Oil? Er sieht stark aus, bist du besorgt? Ich meine, der Junge hat's drauf! Mir ist egal, wer er ist, er ist kein Problem! Für mich ist er nichts weiter als eine Nervensäge! Wir sind zu Hause! Hey, Mom! Trainieren wir heute, oder was? Oh, hey, Walt! Hast du einen schönen Tag? Ja, ja, fangen wir an! Heute machen wir das wichtigste Training, das es gibt! Hm... Let it rip! Starten! 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 Start! 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 So was bei der Gartenarbeit ist komisch! Ja, oder? Gartenarbeit ist das Beste, um seine Baystarter-Skills zu verbessern, Kinder! Häh? Gute Arbeit! Mach weiter so! Start! Start! Mom, du hättest zu heute sehen sollen! Er war fantastisch! Sie sind erst, bap, bap, bing! Und dann, boom! Krach! Und dann, bap, 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 bing! Boom! Ernsthaft? Niemand könnte ihn besiegen! Oh, genau! Ich versuche, einen Bayblade-Club in der Schule zu eröffnen, Mom! Bisher sind wir nur zu viert, aber sobald wir fünf Mitglieder haben, wird die Schule es offiziell machen! Vergisst du nicht etwas? Mein Training! Start! 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 Fertig! Meine Muskeln sind ein wenig steif, aber ich weiß einfach, dass mir das was bringen wird! Also, kann ja nicht so schwer sein, ein tolles Zeichen zu malen! Tada! Ist das nicht das Coolste aller Zeiten? An deiner Kalligrafie musst du noch arbeiten! Ich kann's kaum lesen! Im Ernst? Ich dachte eigentlich, es wäre ziemlich gut für meinen ersten Versuch! Setz niedrige Ziele, dann enttäuschst du dich nie selten! Hm? Man hat mir gesagt, meine Malkünste sind stark! Das, meine Freunde, ist der Bayblade-Club! Das ist genauso schlecht! Wir haben hier ein paar Van Goghs! Hörst du, Honcho? Besser, wir kündigen unsere Jobs nicht! Meins ist Kunst! Was ist dein Einfluss? Postmoderne Malunfähigkeit? Jetzt fangen die wieder so an! Manchmal kommt's mir vor, als würden wir sie babysitten! Nicht cool! Wir sind älter als ihr! Das ist das Gruselige! Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wie zum Beispiel trainieren? Denkt ihr wirklich, dass ihr gut genug seid, um rumzuhaken? Macht ihr um mich keine Sorgen, Keru! Es ist egal, welcher Bay mir gegenübersteht! Ich hab Veltriek an meiner Seite! Du bist echt gut darin, bescheiden zu sein! Wie bitte? Doch nichts! Fangen wir an! Die Sache mit dem Rush-Launch ist, dass er eine Schwäche hat. Kaum! Er ist total perfekt! Versuchst du dich darüber lustig zu machen, oder was? Ich rede davon, dass du dich durcheinander bringen lässt. Er hat recht! Weißt du noch beim Battle mit Daigo, da konntest du kaum den Starter ziehen! Da hast du die Nerv verloren! Das war winzig! Komm her und sag es! Der Rush-Launch ist super, aber er bringt dir nichts, wenn du nicht die Kontrolle behalten kannst, um ihn durchzuziehen! Andernfalls verlierst du! Oh Mann! Veltriek! Das schreit nach Training! Was meinst du? Hm. Um den ultimativen Konzentrationsmodus zu erreichen, musst du deine Angst ins Auge sehen. Ich hab'n Plan. Bereit? Da kannst du Gift draufnehmen! Hier ist er! Denk an einen glücklichen Moment! Schmetterlinge, Hundenbabys und so'n Zeug! Exzellent! Schön! Das bedeutet, dass ich immer ruhig bleiben kann, egal was passiert! Genau das! Ich will nicht angehen, aber alles, was ich tun muss, ist, meine Augen zu schließen und Bäm! Ich bin dort! Ihr habt noch nie so viele Tragos gesehen! Ja! Bring mich dorthin! Ha! Also dann geht's los! Ich bin hinter dir! Krass! Als wären sie Zwilling oder so! Mit Sicherheit! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Ha! Hey Kumpel, konzentrier dich auf deinen Kampf, okay? Ha! Ich versuch's ja! Let it rip! Du begreifst nicht, dass du dich nicht so gehen lassen darfst! Ein wenig konstruktive Kritik von euch wäre echt nett! Keine Sorge, wir drücken dir die Daumen, du bist unser großer Bruder! Ha! Von vorne! Okay, ich bin bereit! Darf ich sagen, dass du dieses Nervenbehalten dich super machst? Ich darf das nicht an mich ranlassen! Hör nicht auf ihn, beruhige dich! Und fürs große Finale! Stopp! Ihr könnt mich mal reißen es selbst zusammen! Ja! Guter Schusskumpel! So kann man's auch nennen! String dich an! Alle guten Dinge sind 20! Ich glaub nicht, dass man das so sagt! Ich hoffe, dass du's nicht wieder vermasselst! Sag es nicht! Deine Schuhe sind offen! Rat auf damit! Tut mir leid, Valtteri Eck, oh Mann! Oh, Vakia! Hey, Alter! Ich hab dich nicht gesehen! Du bist sicher hier, um dem Bay Club beizutreten, richtig? Großartig! Willkommen bei unserem kleinen... Nein! Wieso sollte ich einem erbärmlichen Club wie eurem beitreten? Was denkst du, wer ich bin? Was ist sein Problem? Was hat der Kerl überhaupt hier verloren? Hat er sich verlaufen? Genau wie ich dachte, Valt Aoi. Du hast keine echten Skills. Es ist nur pures Glück, dass du es überhaupt so weit geschafft hast. Die einzige Person, die mir gefährlich werden könnte, ist Chu Kurenai. Niemand sonst. Hey Mann! Äh, Glückwunsch zum Turnier! Was gratuliert ihr mir? Es ist erst die dritte Runde. Abgesehen davon werde ich natürlich gewinnen. Haha, sehr schön! Willst du trainieren, Hoji? Ja, klar, immer! Ich werd dich stolz machen, Dad. Ich werd dir zeigen, wie stark ich geworden bin. Ich werde gewinnen. Definitiv! Es gibt keinen Bay auf der Welt, der Vyvron besiegen kann. Sasaki, Shindo! Wollt ihr einen Balance-Typ Bay führen? Ja! Ich muss mich so gut wie möglich vorbereiten, bevor wir gegen Spryzen antreten. Fangen wir an! Und jetzt das! Ich kann keine Zeit verschwenden vor meinem Kampf gegen Shu. Kommt schon, hier kämpfen zwei gegen einen. Jetzt zeigt mir, was ihr drauf habt! Glück bringt euch mit Base nur ein kleines Stück weit. Und dann verlässt euch euer Glück. Kommt schon, Leute. Schon müde? Nein. Let's rip! Und dann seht ihr, wie er versagt. Wie sind wir verwandt? Das haben sie jetzt nicht gesagt. Hört auf damit! Er ist fast an der Karte. Das ist so unterhaltsam! Du wirst total versagen. Sie hat immer recht, das weißt du doch. Wie ist sie so schlau geworden? Ich bin nicht zu schätzen, wir sind. Und noch ein mieser Start. Wir haben so lange gearbeitet und haben kein Ergebnis vorzuweisen. Entschuldige die Ablenkungen, nicht böse sein. Wir wollten dir nur dabei helfen, konzentriert zu bleiben. Leute, Weltwreck fängt an, sich schneller zu drehen. Was meinst du, er dreht sich schneller? Woran erkennst du das? So hat es jedenfalls für mich ausgesehen. Hm. Dann versuchen wir es nochmal. Alles klar. Diesmal ohne all die Theatralik, okay? Haltet euch zurück und gebt dem Jungen eine Chance. Davon rede ich doch dauernd. Bereit? Auf die Plätze! Drei, zwei, eins! Let it! Red! Ich hab es schon wieder vermasselt! Nein! Er hat plötzlich eine komplett andere Flugbahn. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Du hast dich vorbereitet wie für einen Rush-Launch. Ich hab noch nie so einen Move gesehen. Was geht hier ab? Hä? Was für ein Start war das überhaupt? Hey, Shu! Hast du das gesehen? Ich hab den Start vermasselt, aber er hat sich wie verrückt gedreht. Ja. Aber diesmal war es nicht so, wie du es normalerweise vermasselst. Irgendwas war anders. Mach keine Witze, Sherlock! Aber was? Das war ein wenig unnötig. Ich bin schlau, aber nicht brillant. Das kannst du laut sagen. Kein Grund, meine Gefühle zu verletzen. Chill mal! War ein Scherz. Na ja, ein halber Scherz. Alter, legst du dich mit mir an? Das war die Drehgeschwindigkeit. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Seht mal. Wir waren alle viel zu sehr auf seine neuen Bewegungen fokussiert. Aber die Geschwindigkeit der Drehung war definitiv höher als normalerweise. Warte mal, die Drehgeschwindigkeit eines Bays hat doch damit zu tun, wie schnell man die Starterkette zieht, oder? Korrekt. Wenn man die Kette schnell zieht, wird sich der Bay sehr viel schneller drehen. Man braucht sehr viel Kraft, um das zu schaffen. Nun, ich hab viel trainiert. Und man sieht es. Aber denkst du wirklich, du hast das wegen des Trainings hingekriegt? Klingt irgendwie so. Oh, es war das Spezialtraining. Ihr könnt mir später für das patentierte Super-Ablenkungsprogramm danken. Ich sag's nur ungern, aber dein einziger Beitrag war leider nicht so effektiv. Wenn man genau darüber nachdenkt, hast du total versorgt. Das muss bedeuten, dass Mom's Training geholfen hat. Klingt so. Wow! Welch wirkart ist geschafft. Wir haben heute einen neuen Move erfunden. Das geht in die Geschichte ein. Sieht aus, als hättet ihr fünf Club-Mitglieder. Also, wie ich versprochen habe... Rektor Shinoda. Sehr gut, ich wusste, ihr schafft es. Nun dann, ich möchte den Bayguma Academy Bayblade Club offiziell... Eine Sekunde! Schuh ist eigentlich kein Mitglied, also haben wir nur vier... Hey! Halt den Mund! Er muss nicht wissen, dass Schuh eigentlich kein Mitglied im Club ist. Ach, warum muss das sein? Eine Bay-Arena lügt nie. Ihr Kinder habt viel investiert, um diesen Traum wirklich werden zu lassen. Ich verstehe das. Ihr habt eine echte Verbindung zu euren Bays. Gut. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Immerhin einer von uns, ne? Der Bay-Club ist offiziell, obwohl wir nur vier Mitglieder haben. Ich bin bereit, euren Bay-Club anzuerkennen. Oh, ja! Aber... Die Entscheidung ist nur vorübergehend. Er wird erst zu einem offiziellen Academy-Club, sobald ihr bestätigen könnt, dass ein fünftes Mitglied beigetreten ist. Was auch immer nötig ist, wir schaffen das. Wir finden ein fünftes Mitglied und der Bay-Club wird offiziell. Alles klar! Ja! Die Entscheidung ist nur vorübergehend. Wow, also mein nächster Gegner ist Hoji. Aber er sagt, dass er aufgeben will. Ich hab mich wirklich auf diesen Kampf gefreut. Auf keinen Fall lass ich ihn so leicht davon kommen. Ich muss meinen neuen Move meistern. Nächstes Mal bei Bay-Blade Burst. Der Flash-Launch. Irre schnell! Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Bay-Blade. Wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Und drei, zwei, eins. Let it rip! Huh? Run! Ich hab' es schon wieder vermasselt! Nein! Er hat plötzlich eine komplett andere Flugbahn! Huh? Ich versteh einfach nicht, was dir abgeht. Du hast dich vorbereitet wie für einen Rush-Launch. Ich hab noch nie so einen Move gesehen! Was geht hier ab? Wow! Badrick hat's geschafft! Wir haben heute einen neuen Move erfunden, das geht in die Geschichte ein! Wir haben heute einen neuen Move erfunden, das geht in die Geschichte ein! Let it rip! Unsere Bays zum Leben erwacht. Und sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach, oh! Du gibst nicht auf, oh! Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben Bayblade Burst Weil wir da draußen unser Bestes geben Bayblade Burst Der Flash-Lounge! Irre schnell! Bayblade Burst! Hey, wisst ihr was? Der Bayblade Club hat das Gütesiegel erhalten. Naja, so in der Art. Jetzt trainiere ich meine neue Spezialfähigkeit. Versuch es. Behalt die Nerven, Honcho. Innerer Frieden. Denk an Sonnenschein und Tacos. Drei, zwei, eins. Let it win! Kein mit dir, Waltri-Eck! Was ist passiert? Du siehst ein bisschen verloren aus, Junge. Das war ja eine totale Pleite. Es war nicht anders als dein gewöhnlicher Rush-Lounge. So schaurig, so traurig, Walt. Danke nochmal, dass du mir das Rappenlicht überlässt. Er reicht dem Rush-Lounge mit Leichtigkeit aus. Beeindruckt? Ich bin total auf einer Wellenlänge mit meinem Bay. Das war's dann. Wenn Waltri-Eck nicht früh angreifen kann, verliert er seine Power ziemlich schnell. Seht euch das an. Rockdavor hat kein Kratzer. Klasse! Waltri-Eck steht. Wow, habt ihr das gesehen? Survivor-Finish für Rockdavor. In Ordnung. Gut gemacht, Kumpel. Ich wusste, dass du's drauf hast. Was soll die Aufregung? Du hast nur einen Punkt. Das hol ich wieder auf. Erinnerst du dich daran, dass ich eine Revanche wollte? Tja, das ist sie jetzt. Oh yeah! Das war nur Pech. Dieses Mal bringe ich meinen neuen Move. Okay, Zeit für die nächste Runde. Bereit! Lass knacken! Enttäusch mich nicht, Waltri-Eck. Bereit? Auf die Plätze. Tja, ha ha! Also, wer steht als Erster in der Schlange für mein Autogramm? Ich begreif's nicht. Wieso krieg ich es nicht mehr hin? Wer weiß warum? Aber hey, ich beschwär mich nicht. Ha ha ha! Fakia! Komm schon, warte mal, okay? Wieso die Eile? Sieh dir das an! Die beiden liegen schon weit zurück. Das kommt davon, wenn man nicht jeden Tag trainiert. Die nehmen Beyblade nicht ernst. Für die ist das nur ein Spiel. Komm schon, wir schalten einen Gang höher, Hoji. Alles klar. Hilf mir, runterzukommen! Ich muss meinen Schuh binden. Lauf weiter, ich hol dich ein. Komm schon, Nika. Ich konnte die arme kleine Katze nicht einfach hier oben lassen. Soll ich jemanden zu Hilfe holen? Bleib genau, wo ihr seid. Hä? Ich helf dir da runter. Aber halt dich gut fest, okay? Okay. Wir machen das schön langsam. Lass nicht los, bis wir unten sind. Werde ich nicht. Du bist der Beste. Ist schon okay, Mizi. Versuch das nächste Mal vorsichtiger zu sein. Okay, Großer? Verstanden. Bis später. Jetzt erinnere ich mich. Was? Kennst du ihn? Nein, aber ich glaube, er ist Volts nächster Gegner. Oh. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass sein Name Hoji Konda ist. Oh, warte, wir konnten uns nicht einmal bedanken, nachdem er dir runtergeholfen hat. Total vergessen. Komm schon, schnell. Halt durch. Hey, Leute, jetzt hab ich's. Mir ist was eingefallen. Was eingefallen? Bevor ich es geschafft hatte, wurde ich von hinten von diesem Basketball getroffen. Hm. Ich frag mich, ob... Sprich weiter. Yeah! Ich versteh das überhaupt nicht. Ist egal, wir probieren es. Bist du bereit, Alter? Ja. Hey, hast du den Verstand verloren, Honcho? Komm schon, du wolltest doch, dass ich den auf dich werfe, nicht ich. Ja, aber nicht so fest. Redet man so mit jemandem, der seine Zeit opfert, um einem zu helfen? Eine Superhilfe! Das weiß ich schon! Hast du eine Ahnung, wie weh sowas tut? Das kommt mir bekannt vor. So ziemlich! Es ist sein Handgelenk. Hä? Denk mal drüber nach. Erinnerst du dich, als der Ball dich getroffen hat? Das hat dich dazu gebracht, dich weiter vorzubeugen. Du hast unbewusst versucht, das zu kompensieren. Und hast dein Handgelenk gerade ausgestreckt. Hab ich? Du weißt es. Und dein Starter war auf einer geraden Ebene mit der Arena. Also ist mein Handgelenk der Schlüssel. Du musst es gerade halten. Probieren wir es aus! Ich kann nicht glauben, dass Shudas entdeckt hat. Jetzt beweise ich seine Theorie. Ich hätte dir sagen können, dass es nichts mit dem Ball zu tun hatte. Bin ich unsichtbar? Schon okay. Vergiss einfach den Arm, Alten. Mach ich. Ich positioniere mich genau wie beim Rush-Launch. Dann stelle ich sicher, dass mein Handgelenk gerade ist. Das ist es. Komm schon! Runter damit! Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it run! Es hat funktioniert! Ja! Diese Geschwindigkeit ist irre. Oh ja! Wow, wie ein Champion! Ja! Wenn dein Gegner versucht, das Zentrum einzunehmen, kannst du deine Geschwindigkeit dazu benutzen, ihn an den Rand zu stoßen. Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Zeit für meinen Glückstanz! Keine Ahnung, was du da tust! Ich hab viele Talente! Wie sollen wir ihn nennen, Valtryek? Ja! Super Idee! Äh, Erde an Vault hier! Bitte sag mir, dass du nicht gerade mit deinem Bay geredet hast! Mach ich immer! Oh! Wieso? Redet nicht jeder von euch mit seinem Bay? Das ist doch normal, oder? Hm-hm! Ihr meint, ihr redet alle mit euren Bays? Hm-hm! Ich fühl mich so einzig! Also, wieso hab ich diese Spezialfähigkeit nicht? Ihr müsst mich auf dem Laufenden halten bei diesen Dingen, okay? Hm-hm! Wieso sollten wir das tun? Ich werde das einfach ignorieren! Jedenfalls, wie nennst du deinen neuen Move? Das ist es! Ich nenne ihn Flash Launch! Schön, gefällt mir! Außer, dass es sehr nach Rush Launch klingt! Platz, böser VV! Wuff! Klingt nach nem tollen Namen! Okay! Es ist Zeit, intensiv zu trainieren, damit ich nicht vergesse, wie ich ihn überhaupt zustande gebracht habe! Los geht's! Flash Launch! Oh-oh-oh! Ah! Das war knapp! Alter, was machst du da? Noch so'n grandioses Versagen! Start! 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 Was ist mit mir los? Du hast es nur bei einem von zehn Versuchen hingekriegt! Lausige Quote. Viel zu riskant, ihn bei einem richtigen Kampf einzusetzen. Seid euch nicht zu sicher. Ich hab ihn zwar nicht jedes Mal hingekriegt, aber mit mehr Training werde ich ihn beim Wettkampf schaffen. Das ist ein Versprechen, Partner. Geschafft. Hey, tut mir wirklich leid, dass ich spät bin. Hier, fang. Cool, danke. Das weiß ich zu schätzen. Also, Hoji, ich hab über deinen nächsten Kampf nachgedacht. Und? Mach dir keinen Stress damit, diesen Vent oder Wall zu schlagen, wie auch immer er heißt. Du willst, dass ich absichtlich verliere? Sieh mal, er hat es nur mit purem Glück soweit geschafft. Keine Sorge, ich werde im Halbfinale mit ihm den Boden wischen. Kommt, wir laufen noch eine Runde. Sicher. Ich versteh's nicht, Toko. Was hat er denn dieses Mal vor? Wieso will er, dass Hoji verliert? Das macht keinen Sinn. Ja. Drei, zwei, eins. Let it rip! Ja, genau so. Breite deine Flügel aus und dann los! Flieg! Horace Suit! Mach dir keinen Stress damit, diesen Vent oder Wall zu schlagen, wie auch immer er heißt. Aber wieso? Ich begreif's nicht. Horace Suit, was soll ich tun? Sag's mir. Vielleicht lassen wir ihn besser in Ruhe? Ja. In Ordnung. Letztes Mal, versprochen. Flash launch! Dein Versprechen ist mir sowas von egal. Alles klar. Das sieht jetzt perfekt aus. Super! Verbeugt euch alle von meinem unbesiegbaren Weltreact. Komm runter, Mann. Es ist zu früh, um zu feiern. Nachhaltigkeit ist das Einzige, woran wir arbeiten müssen. Es ist noch zu riskant, ihn in einem echten Kampf einzusetzen. Versteh, was du meinst. Also, du hast einen neuen Move, hm? Hä? Hojikonda. Das ist richtig. Ich will ein Battle. Mit dir, Vault. Hä? Wieso? Was bringt für ihn dabei raus? Außerdem solltest du nicht in der nächsten Runde gegen Vault antreten? Ja. Oh, ich verstehe. Du willst dem Beyblade Club beitreten, richtig? Nein. Sorry. Oh, Mann. Hey, ich bin hier, um dich zum Kampf herauszufordern. Was sagst du? Machen wir das? Ich verstehe total, warum du das willst. Du kannst nicht erwarten, dass der Kampf anfängt, richtig? Okay, lass die Party steigen. Mach mal langsam, Teufelskerl. Du täuscht dich gewaltig, wenn du denkst, dass wir so naiv sind. Wir alle wissen, was du vorhast. Mit spezieller Ausnahme von Vault natürlich. Hey, was willst du damit sagen? Du weißt, was er sagt. Er ist hergekommen, um zu sehen, wie du spielst und um deine Schwächen auszuspionieren vor dem großen Battle. Ist das nicht so, Hojin? Gib's zu! Oder du bist da, um ihn durcheinander zu bringen und mental aus der Bahn zu werfen. Ja, so wie jemand anderes das vorher schon getan hat. Ja, das tut mir leid. Dann vergesst es einfach. Bleib zu gehen! Kommt wieder zurück! Wenn du ein Battle willst, dann kriegst du einen! Ich werde dein Gegner sein, wenn mich! Ich werde dich fertig machen! Wen wirst du aussehen? Okay, dann tun wir es also. Was hat er, was ich nicht habe? Ich schätze, es ist, weil Rocktavor und Horrorsuit beide Ausdauertypen sind. Das ist ein guter Punkt und Doomsizer ist ein Angriffstyp. Exakt, genauso wie Valtryek. Wenn er so nah wie möglich an einen richtigen Battle heran möchte, dann will er natürlich gegen den Bey mit dem gleichen Typ kämpfen. Hey, solange es nicht daran liegt, dass jemand denkt, dass Daigo besser ist als ich, ist alles gut. Das ist unsere Theorie. Ach, die nehme ich dann. Schwamm drüber, Kumpel. Hat jemand nach einem Schiedsrichter gerufen? Und erster Battle. Also das ist ein Langspuler? Wie ich gehört habe, braucht man eine große Menge Kraft, um den zu meistern. Ich platziere mich von deiner riesigen Bürde, damit ich besser sehen kann. Wenn ich meinen Kampf gewonnen hätte, wäre Hodi mein nächster Gegner geworden. Hey, wenigstens habe ich jetzt die Chance, gegen ihn zu kämpfen. Doom Sizers Power kann mit der von Valtryek gut mithalten. Er wird ein guter Gegner sein. Vought, du passt besser gut auf. Du solltest aus diesem Battle was mitnehmen, für deinen eigenen Kampf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Hm, du denkst nicht mal daran, da was mitzunehmen. Typisch Vought. Egal, ich werde diesen Battle gewinnen. Für mich. Bereit? Auf die Plätze! Drei! 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 Eins! Let it happen! Was geht hier vor? Wow! Diese vier Greifer rasten ein, um die Zentrifugalkraft besser aufzubauen. Das ist krass. Doom-Sizer, reiß ihn in Stücke mit deiner Sense. Wie ist er dieser Attacke ausgewichen? Ich fang gerade erst an. Los, Doom-Sizer! Bleak, Horasute! Er tut alles, was er kann, um Doom-Sizer zu schwächen. Du musst durchhalten! Dieser Battle gehört mir! Bleib in der Offensive. Uns hält absolut niemand auf. Horasute wählt! Horasute gewinnt die erste Runde. Mit einem Burst-Finish! Doom-Sizer hat verloren! Gar nicht wahr! Du bist gut, muss ich sagen. Dein Doom-Sizer auch. Nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Horasute Field ist ein krasser Move! Ja, nur jemand, der den Langspuler gemeistert hat, könnte einen solchen Move durchziehen. Wow! Beeindruckend! Jetzt bin ich noch mehr motiviert, gegen Hoji zu kämpfen. Das wird super werden! Leute! Warum stehen wir hier so rum? Wir müssen trainieren! Gold! Es gibt ein ganz riesiges Problem! Ernst des Schwierigkeiten! Worum geht's? Es geht um Hoji! Was hast du für ein Problem? Ich trainiere noch. Können wir später reden? Ich hab entschieden, dass ich auf meinen nächsten Kampf verzichte. Im Ernst? Keine Chance. Wieso? Lieber mach ich das, als mich zu blamieren. Ich hör einfach komplett mit dem Bladen auf. Oh bitte, sei nicht so pathetisch. Du kannst nicht aussteigen! Das wird auf keinen Fall passieren! Du und ich haben ein Battle! Hörst du, was ich sage, Wakya? Also tu uns beiden einen Gefallen und befiehl ihm nicht mehr, den Kampf hinzuschmeißen! Wovon redest du da? Oh bitte, ich weiß, dass du ihm gesagt hast, dass er mich nicht besiegen soll. Deshalb ist er nämlich danach zu mir gekommen, weil er einen ehrlichen Kampf haben wollte. Stimmt das etwa nicht, Hoji? Sag was! Hm, also darum geht es hier. Komm schon, du hast mich völlig falsch verstanden. Ernsthaft? Du denkst, dass ich das verlange? Ihr beide habt das Schlimmste angenommen. Ich wär beleidigt, wenn das nicht so eine Lachnummer wäre. Der nächste Kampf, sagst du? Es ist offensichtlich, dass Hoji gewinnt. Aber das bedeutet, dass wir beide im Halbfinale sein werden. Willst du das wirklich? Wir kämpfen andauernd. Ich weiß, dass ich egoistisch war, aber ich wollte die Dinge interessant halten. Ich will gegen Volt kämpfen. Hä? Hoji, wir haben jetzt eine Weile trainiert. Es ist immer eine Herausforderung. Versteh mich nicht falsch, aber ich gewinne immer. Doch so lächerlich das klingt, du bist praktisch mein Bruder. Wow. Mach dir keine Gedanken deswegen. Sind wir hier fertig? Okay. Vakia, es tut mir so leid. Wie ich sagte, keine große Sache. Weißt du, Vakia? Wenn ich morgen gewinne... Mach dich auf den Battle deines Lebens gefasst. Du wirst alles, was du hast, aufbieten müssen. Keine Sorge. Ich werde dir alles zeigen, was ich drauf hab. Kann ich eine Übersetzung haben? Irgendwer? Hör zu. Ich werde dich im nächsten Kampf besiegen müssen, Volt. Hm? Nicht, wenn ich was dagegen tun kann, Hoji. Oh, das wird so gut werden. Ja. Äh, Training? Ich bin dabei. Ha, 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 ha. Was? Ich werde dich so fertig machen. Ha, träum weiter, Junge. Nein, ich muss das schaffen. Ich trainiere. Verzieh dich, du Zwerg. Ich auch. Geh zur Seite. Du bedrängst mich. Und auf. Oh, und Mom. Du würdest das nicht glauben. Vakia ist so schnell. Wenn ich mich nicht irre, hast du bisher noch kein Rennen verloren, oder, Volt? Nein, aber du hättest es sehen sollen. Er war fast so schnell wie ich. Ich versteh das nicht. Schnell rennen hat nichts mit Base zu tun, oder? Doch. Ich glaube, das hat es sehr wohl. Hä? Wieso? Denk darüber nach. Die Power, wenn du deinen Base startest, kommt von der, ich glaube, es heißt Rumpfmuskulatur. Guter Punkt. Hey, ja, ich schätze, du hast recht. Kein Wunder, dass Vakia läuft. Er muss sich schließlich richtig gut vorbereiten. Er hat einen harten Kampf vor sich. Verstehe, also das hat er die ganze Zeit gemacht. Ach. Wo wäre er bloß ohne mich? Das ist es. Ich fang gleich morgen. Nein, jetzt gleich an. Ich werde jeden Tag rennen und alles tun, was nötig ist, um sicher zu gehen, dass mein Flashlaunt jedes Mal perfekt ist. Oh nein, machst du nicht. Es ist zu spät. Okay, dann renne ich eben im Haus. Auf keinen Fall. Daraus wird nichts. Oh. Ich muss irgendwo trainieren, Mom. Spaß tan. Mann. 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 Hojis Horror-Suit ist so stark. Was rockt? Denn je stärker mein Gegner ist, desto aufregender wird der Kampf. Ich werde Valtryax neuen Spezial-Move definitiv perfektionieren. Nächstes Mal bei Beyblade Burst. Ein mächtiger Gegner. Hyper-Horror-Suit. Drei, zwei, eins. Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Rantaro, Daigo, Ken, sie geben alles für den Beyblade-Club. Nichtsdestotrotz ist ja immer noch temporär, weil wir noch ein Mitglied zu wenig haben. In letzter Zeit haben wir viel trainiert. Und je mehr wir das tun, umso besser werden wir. Leute, hört zu! Angriffstypen neigen dazu, hier zu kreisen. Also müsst ihr daran denken, hier zu verteidigen. Langweile ich dich etwa? Nein, Sir! Alles klar, das ist es! Rein da! Los, los, los! Wir schaffen das, Valtryax! Ja! Ja! Und die Bezirksmeisterschaft wird in Kürze in die vierte Runde gehen. Oh, 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 let it rip! Unsere Bays zum Leben erwacht Und sie sind nur für den Sieg gemacht Wir wollen das perfekte Spiel Wenn's dich erwischt, bleib dran am Ziel Du gibst nicht nach, oh, du gibst nicht auf Und ich bin unsere Zeit und unser Leben. They play first, weil wir da draußen unser Bestes geben. They play first. Ein mächtiger Gegner. Hyper Horror Suit. They play first. Wir sind hier live dabei, wenn gleich die vierte Runde der Bezirksmeisterschaft beginnt. Ja! Ich werde alles umhauen! Wie ich sehe, bist du schon aufgeregt. Ja, ich werde's rocken! Gut, ich auch. Ich würde es nicht anders wollen. Zehn Sekunden bis Showtime, Leute. Bitte, ihr beiden, stellt euch jetzt hinten an die Bühnentür. Okay. Meine Damen und Herren, heißen Sie die ersten Wettkämpfer des heutigen Tages herzlich willkommen! Hojiconda und Volt Aoi! Komm schon, Volt! Du kannst es schaffen! Vermassle das nicht! Leute, ich hab das im Griff! Überlasst das! Mir geht's gut! Macht euch bereit, denn der Battle zwischen Veltriac und Horror Suit beginnt jetzt! Hä? Hm. Ich hoffe, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Ein Ring-Out-Finish und ein Survivor-Finish sind je einen Punkt wert. Ein Burst-Finish bringt zwei Punkte. Wer zuerst zwei Punkte erreicht, ist der Sieger. Es ist soweit, Zeit loszulegen. Alles klar. Ziehen wir es jetzt durch! Oh ja, aber sowas von. Es gefällt mir, wie Volt Aoi seine Schulter aufwärmt. Ich schätze, dieser Junge meins ernst. Und wenn Hojicon das Langspuler so eng gewickelt ist wie sein Haar, dann aufgepasst! Wartet, während ich meine Fliege lockere! Das wird heftig, Freunde! Erster Battle! Er wird mit Sicherheit sein Horror Suit Field einsetzen. So hat er Daigos Doomsizer bersten lassen. Er ist wahnsinnig mächtig. Aber das ist nicht genug, um mich zu stoppen. Ich hab es im Gefühl. Ich werde gewinnen! Wieso lächelt dieser Typ bloß die ganze Zeit? Er ist ganz schön durch den Wind. Darum ist er wohl auch auf der Bühne gestolpert. So wahr. Wenn ihr mich fragt, gewinnt Hoji 100 Pro. Komisch. Was könnte der Grund für sein Lächeln sein? Er sieht so glücklich aus. Schade, dass ich dieses Grinsen aus seinem Gesicht vertreiben muss. Ich glaub, Hoji hat gerade seinen Griff verändert. Wieso sollte denn jemand sowas tun? Weil es ein Vorhandgriff ist, klaro? Den Vorhandgriff benutzt man, wenn man Kontrolle braucht. Er denkt zu viel nach. Es gibt keinen Grund, so vorsichtig zu sein. Wieso sollte man so viele Gedanken an ein Kind wie diesen Wort verschwenden? Bereit? Auf die Plätze! Drei, zwei, eins! Let it rip! Power Suit, Zeit zu fliegen! Alle vier Krallen haben sich geöffnet! Könnt ihr diesen unglaublichen Vogel fassen? Er fliegt hoch bis in die Sonne! Wartet, jetzt rast er direkt ins Zentrum der Arena! Sieht gut aus! Bleib auf kurz! Veltrieg bringt seinen Rush-Launch! Das ist so gigantisch! Wir werden zu Legenden! Wurz Rush-Launch! Das ist ein Geschenk, das immer wieder Freude macht! Ja! Mein Lieblingsgeschenk! Du machst das super! Ja! Krallen für den Kampf und Flügel für die Kraft! Aber was ist das? Das Horror Suit-Field scheint ein höheres Level erreicht zu haben! Hä? Veltrieg wird abgewehrt! Er fängt an zu schwanken! Und, und, und? Er ist stehen geblieben! Horror Suit hat seine wahre Power gezeigt! Horror Suit gewinnt mit einem Survivor-Finish! Hojikonda bekommt einen Punkt! Ja! Mein armer Freund, der absolute Horror! Oh nein! Es tut weh, das mit anzusehen! Ist nicht lustig! Ich andererseits finde es witzig! Er hat diese Griff-Technik für bessere Kontrolle benutzt und dafür Kraft geopfert! Ein Kontrollgriff! Das bedeutet, er hat seine ganze Kraft noch nicht gezeigt! Wort steckt in Schwierigkeiten! Also, das war's dann! Ein Rush-Launch ist nutzlos, wenn ihm der Dampf ausgeht! Hallo, Kyoji! Ich fühle mich geehrt, dass der große Schuh sich noch an meinen Namen erinnert! Ich erinnere mich an jeden meiner Gegner! Hab gehört, dass dieser Volt ein guter Freund von dir ist! Fällt grad schwer zu jubeln, oder? Überhaupt nicht! Komm schon, es ist offensichtlich, dass er verliert! Kümmere dich um deinen Kampf, bevor du dir Sorgen um den der anderen machst! Das gleiche gilt für dich? Hoji erteilt ihm ne Lektion! Er ist schon in Führung! Hoffentlich gewinnt er den nächsten und beendet das Flott! Wir wissen alle, dass er das Ding gewinnen wird! Mich interessiert eigentlich nur noch weh! Hey, Hoji! Mach einfach kurzen Prozess! Es lohnt sich nicht lange, mit ihm rumzuspielen! Ja? So lächerlich das klingt, du bist praktisch mein Bruder! Ja, du sagst es! Der nächste Battle ist für dich, Vakia! Hoji! Hm? Dein Horus und Field ist spitze! Mann, wie du rockst! Valtryax Rush Launch hat kaum einen Kratzer hinterlassen! Ich muss mich heftig steigern! Was ist los mit diesem Kerl? Wieso ist er so glücklich, wenn er verliert? Aber es gibt immer noch ne Chance, dass ich den nächsten Punkt hole! Ich zeig euch, was ich meine! Auf die Plätze! Zweite Runde! Weißt du, ich kann wirklich nicht sagen, ob das nur Show ist oder nicht. Wie kann jemand denn so enthusiastisch sein? Oh Mann, er braucht jetzt was Großes! Valt, hör zu! Du gibst lieber alles, was du hast, sonst kann ich mich nicht mehr mit dir sehen lassen! Ich bin dran, Honcho! Es ist Zeit, diesen Speziellen, du weißt schon was, einzusetzen! Er hat recht! Benutzt den Flash Launch! Ähm, gerade ist eine Tarnung geplatzt. Hast du irgendeine Ahnung, über was sie reden? Nein, aber Volt wird machen, was er am besten kann! Gewinnen! Ja, Toko! Ich glaub, du hast recht! Der Flash Launch, hm? Du spielst mit dem Feuer! Was reden die da über einen neuen Move? Du hast also einen neuen Move, hm? Hm? Ist es der, den ich bei ihm gesehen habe? Wojikanda! Komm schon, wir machen das jetzt, Valtryak! Bereit für etwas Luft? Ich glaub, du wirst fliegen wie ein Profi! Bei diesem Move ist Valtryak mit unglaublicher Geschwindigkeit um die Arena gekreist! Volt könnte mich aus dem Zentrum schieben und dann den Angriff von dort aus weiterführen! Aber wenn ich weiß, welchen Move er benutzen wird und ich das gegen ihn verwenden kann... Zweiter Battle! Ich höre Gerüchte über einen neuen Move von Voltaoy! Ist es wahr? Oder nur Wunschdenken von seinen Fans? Hojikanda hat dieses Siegerfunkeln in den Augen! Beendet er diesen Kampf mit zwei klaren Siegen? Vergesst nicht zu atmen, Leute! Ich werde ihn mit der stärksten Attacke, die ich je gestartet habe, angreifen! Hoji hat seinen Griff wieder gewechselt. Er hat einen neuen Plan. Das ist ein Rückhandgriff! Er braucht in dieser Runde sehr viel mehr Geschwindigkeit! Bereit? Auf die Platze! Oh ja! Wir wurden bereit geboren! Drei, zwei, eins! Let it rip! Hoji hat seine gesamte Kraft auf die Kette seines Langspulers übertragen! Und seht euch das an! Er hat seinen Bay in die Außenbahn der Arena abdriften lassen! Das habe ich nicht kommen sehen! Ich kann nicht glauben, was wir heute hier erleben! Leute, Voltaoy bringt uns noch mehr Action mit einem weiteren Rush-Launch! Was? Leute, was geht da ab? Seht euch das an! Horror Suit sollte direkt in Valtryek's Spur sein, aber irgendwas ist schiefgelaufen! Hoji kommt aber vorbereitet! Und Valtryek hat seinen Gegner aus den Augen verloren! Du machst wohl Witze! Das Spiel ist gelaufen! Da wäre ich mir nicht so sicher! Sieh dir mal Hoji's Gesicht an! Ich habe das total falsch interpretiert! Du entkommst mir nicht! Los geht's, Valtryek, los! Freut uns, die Steigung der Außenbahn, um Geschwindigkeit zu gewinnen! Und worauf steuert er zu? Ihr habt es erraten! Auf Horror Suit! Und wir dachten, dass Horror Suit den Sack schon zumachen könnte! Horror Suit fehlt! noaal! Noaal! Ben Klapp first! Ben Klapp first! Oh, yeah! Horasute wurde in die Luft geschleudert! Ist nicht wahr. Horasute taumelt für einen Moment und kommt jetzt wieder runter. Das ist es, die Prüfung. Halte durch! Er sucht nach einer besseren Ausgangsposition für den Kampf. Oh nein, das machst du nicht! Belchia schlägt Horasute zurück und versucht, die Mitte zu erreichen. Ja! Jack ihn weiter! Gut gemacht! Horasute hat Probleme damit, bei all diesen Attacken die Balance in der Mitte zu halten. Belchia hängt an ihm wie eine Klette und holt sich über die Schräge immer mehr Geschwindigkeit. Das hab ich ihm beigebracht, Leute! Oh, ja! Belchia wird schneller und schneller. Danke, dass du das offensichtlich erklärst! Horasute versucht, ins Zentrum zurückzufinden, aber Belchia greift von oben an! Abgedrängt! Horasute verliert seinen Schwung, aber er ist noch nicht bereit aufzunehmen! Du musst ihn aus der Arena hauen! Ran und zerschmettern, Papa! Seht euch an, was wir hier haben! Worst Finish für Weltreact! Volt Aoi gewinnt mit einem Endstand von 2 zu 1! Ja! Ja! Das ist mein großer Bruder! Ich war so knapp davor auszurasten! Das ist jetzt kein Witz! Für eine Sekunde habe ich gezweifelt, ob er es diesmal schafft. Ich nenne sowas gespielt für Theatralik! Unfassbar, was ich da grad gesehen hab! Du hast Aoi erlebt. Und zwar mit nem ziemlich coolen Song. Das kann nicht sein! Er hatte nur Glück! Denkst du? Hä? Was? Hoji hat vermutet, dass Volt etwas Neues probiert. Also hatte Horrorsuit auf die Außenbahn geschickt. Aber Volt wusste, dass er seinen neuen Move nicht enthüllen muss. Er wusste, dass sein Rush-Launch stark genug ist. Seht ihr, es gibt immer etwas, das man verbessern kann. Selbst an den besten Moves. Wie er schneller wurde, das war mega beeindruckend. Das verstehe ich total! Auch wenn man so ein Crack ist wie ich, muss man sich immer wieder testen! Das ist nicht genau das, was ich gemeint habe. Ich kann's nicht glauben. Sorry, Horrorsuit. Gute Arbeit! Ich wusste, dass du es schaffst! Es ist offiziell! Der Gewinner des A-Blocks ist... Vote Aoi! Hey, gutes Spiel! Wow, danke! Aber bitte sag mir nur eins. Wieso hast du deinen neuen Move nicht gegen mich eingesetzt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab eigentlich an überhaupt nichts gedacht. Die Wahrheit ist, ich hab einfach gefühlt, dass Veltriek wollte, dass ich den Rush-Launch einsetze. Äh, also hast du mich besiegt ohne zu denken? Hahahaha! 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 Seit langer Zeit hat mich nichts so sehr zum Lachen gebracht, also danke. Ich nehm nicht an, dass du nochmal gegen mich kämpfen willst. Natürlich! Gegen dich jederzeit! Hm. So ist Velt eben. Unglaublich, dieser Kindskopf gibt zu, dass er keine Strategie hatte. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Ernsthaft. Du bist doch auch bald dran, oder nicht? Ja, ich weiß. Hm. Shukurenai! Hä? Du schaust dir lieber meinen nächsten Kampf an, ganz genau. Okay, wer ist bereit für einen B-B-B-Battle im B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Unser erster Teilnehmer, der es in die vierte Runde geschafft hat, ist Haruto Aota. Oh ja! Seht euch euren nächsten Bezirks-Champion gut an, Leute! Und der nächste Teilnehmer ein ganz heißer Favorit! Wakya Murasaki! Es ist schwer nicht auf ihn neidisch zu sein, nachdem er es so weit gebracht hat, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Das Ergebnis steht sowieso fest. Aber es wäre nett, wenn du mich eine Weile an dir trainieren lässt. Was glaubst du, wer du bist? Ich werde Vyra mit meinem Bae völlig fertig machen. Lass dich nicht so auf. Nimm es als Lernerfahrung beim Meister-Kleiner. Mein Name ist nicht Kleiner! Eigentlich glaube ich, sein Name ist Haruto. Du willst es nicht anders! Seht euch den an. Der sieht aus wie Volt, wenn sein Gesicht rot wird. Ja, er stampft auch so. Das ist echt total verblüffend! Sein Bae ist ein Angriffstyp! Genau wie der von Volt! Wyveron ist ein Abwehrtyp. Das allein gibt mir einen Vorteil. Oh, und keine Sorge, wenn dir das alles ein wenig zu Kopf steigt. Es ist schwierig, scharfsinnig zu bleiben, wenn man nie richtig herausgefordert wird. Was? Wie auch immer, diese Leute sind gekommen, um eine gute Show zu sehen. Schätze, ich hol mal meinen Bae raus und geb ihnen, was sie wollen. Okay, hier riecht's nach Amateur, also mach schnell. Erster Battle! Wie wird Wild Wyveron uns heute begeistern, frage ich mich. Blinzeln nicht erlaubt, das ist alles, was ich sage. Bereit? Auf die Plätze! Drei! Zwei! Eins! Let it rip! Wild Wyveron schlägt sein Lager in der Mitte der Arena auf, mit einem unglaublich präzifen Schuss. Ich erlaube mir, den Shield-Launch vorzustellen. Was für ein Move ist das? Er ist zum Stillstand gekommen, direkt im Zentrum! Ich glaub nicht, dass Wild Wyveron stillsteht. Er dreht sich nur so schnell, dass es von hier aus so aussieht. Das ist ein Move, den man nicht ohne extrem präzisen Start schafft. Alles klar dann. Versuch mich anzugreifen, egal von wo. Haruto Aota zögert, um die Situation zu prüfen. Kann er einen Weg nach innen finden? Ich sehe keine Öffnung, aber ich habe keine Wahrheit. Einfach los! Er beginnt, bis seine Attacke. Worauf läuft das hinaus? Nein, sie hat keinerlei Wirkung auf Wyveron. Seine achtsackige Schildscheibe wehrt die Angriffe mit links ab, während seine Spitze immer wieder in Position zurückfedert. Kein Glück für Haruto! Unglaublich! Du bekommst eine kleine Kostprobe von Wyverons Stärke und ja, gern geschehen. Jetzt kannst du vor deinen Freunden angeben, dass du tatsächlich gegen mich angetreten bist. Shu, hörst du mich? Dein Spryzen wird das gleiche Schicksal erleiden. Hör auf damit! Oh wow! Habt ihr das gesehen, Leute? Wyveron dreht sich immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er gestartet ist. Wakiya Murasaki gewinnt mit einem weiteren Burst-Finish im ersten Battle. Glorreich zieht er ins Halbfinale ein, ohne einen einzigen Punkt abzugeben! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denn um ehrlich zu sein, ich war ein wenig gelangweilt. Wakiya ist viel stärker geworden, als er es letztes Jahr war. Mann, der ist echt klasse! Hey, hab ein wenig Selbstrespekt und hör auf zu sabbern! Du weißt schon, dass du ihn als nächstes klar machen musst! Denkst du wirklich? Alles ist immer eine Neuigkeit für den da! Also kämpfe ich als nächstes gegen ihn! Das ist klasse! Denkst du wirklich, dass du gegen den Shield-Launch gewinnen kannst? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden! Das ist doch ein großer Bruder, Leute! Gegen jemanden, der so gut ist, kämpfen zu können, ist ein Traum, der wahr wird! Veltriek! Unser neuer Gegner ist wahnsinnig stark! Das wird doch immer aufregender, oder mich? Hm, das kannst du aber laut sagen! Wakiya rockt, richtig? Es ist unmöglich, ihn zu schlagen! Mit Sicherheit! Ja, der außergewöhnlichste Blader, den ich je gesehen hab! So, so, Volt und Wakiya. Diese beiden zusammen werden besondere Musik machen. Ich meine es total ernst, Mom! Dieser Wakiya ist eine Mega-Legende! Er kann jede Attacke mit seinem Shield-Launch abwehren, als wäre es nichts! Ja, mein Lieber, das ist sehr aufregend! Und jetzt bewegt deine Hände weiter, das ist gut für dein Training! Oh, das stimmt, hab ich vergessen! Du hast mir jetzt die ganze Zeit sehr viel von diesem Wakiya berichtet. Aber du hast mir noch gar nicht erzählt, wie dein Kampf gelaufen ist! Wie soll ich seinen Shield-Launch knacken? Es muss einen Weg geben! Volt? Hallo, ich frag dich, wie heute dein Kampf gelaufen ist! Keine Sorge, Mom, er hat wieder gewonnen! Er hat die vierte Runde geschafft! War eine ziemlich knappe Sache! Boah, das ist wirklich klasse! Ich weiß, ich krieg dich mit meinem Rush-Launch! Glückwunsch, Süßer! Ich muss nur... Let it rip! Rush-Launch! Das ist genug! Pass auf und knete den Teig! Sorry, Mom! Ich knete, ich knete! Ich knete, ich knete, ich knete! Wakiyas Haus ist so super! Es gibt einen Trainingsraum, in dem er jeden Tag Beyblade trainieren kann! Was? Hat Wakiya gerade gesagt, dass er einen neuen Spezial-Move perfektioniert hat? Das ist aufregend! Kämpfen wir gegeneinander! Ich trete gegen deinen Spezial-Move an und lass mich nicht unterkriegen! Nächstes Mal bei Beyblade First! Five Run im Weg! Drei, zwei, eins! Let it rip! Willkommen in der Welt von Beyblade, wo nicht nur die Bays in der Arena, sondern auch die heißblütigen Herzen ihrer Blader aufeinandertreffen. Dies ist die Geschichte jener furchtlosen Kämpfer, die ihren Träumen auf einem unvergesslichen Weg bis ganz nach oben folgten. Willkommen zu Runde 4! Der erste Battle ist zwischen Kyoji Aranami und Shu Kurenai! Und ihr dürft raten, wie dieser Kampf ausgehen wird! Shu Kurenai ist mit einem Punkt in Führung! Oh ja, mach ihn okay mit einem Schlag! Du meinst K.O. mit einem Schlag. Hör zu, Kumpel, genieß es, solange es dauert! Dein Glück hat dich gerade verlassen! Zeig's ihm, Shu! Du schaffst es! Hä? Du hattest einmal Glück und plötzlich hast du einen Fanclub? Shu, wir lieben dich! Du bist hier nicht der Einzige mit Fans! Ich habe Dutzende! Online! Das ist die dämlichste Angeberei aller Zeiten! Sein Plan, Shu wütend zu machen und abzulenken, scheint nicht aufzugehen. Er könnte genauso gut einfach das Handtuch werfen und sich die Peinlichkeit ersparen. Und ich wette, dass ich bessere Freunde hab als du! Wie heißt dein Freund nochmal? Du weißt schon, der Typ, der viel zu viel Haargel benutzt... Haltet mich zurück! Das wird hässlich werden! Und er ist in der roten Zone. Also, hat's dir die Sprache verschlagen? Wie wär's mit weniger Gelaber und mehr Konzentration? Hä? Bereit? Auf die Plätze! Drei! Drei! Eins! Let it rip! Und das ist er! Der Start des zweiten Battles! Mal sehen, wer's in die Top 4 schafft! Kyoji Aranami. Der Klang seines Bass schwankt leicht. Hat er Angst, gegen Shu anzutreten? Shu Kuronais Bryson. Vornehm, vorsichtig und kraftvoll. Er wird es versuchen. Drei. Zwei. Eins. Es ist ein Burst-Finish! Shu Kuronais holt den Sieg mit einem beeindruckenden Punktgestand von 3 zu 0! Loser! Er ist so cool! Oh ja! Dieser Typ da unten ist mein Gegner! Let it rip! Unsere Base zum Leben erwacht. Und Sie sind nur für den Sieg gemacht. Wir wollen das perfekte Spiel. Wenn's nicht erwischt, bleib dran am Ziel. Du gibst nicht nach. Oh, du gibst nicht auf. Let it rip! Unsere Zeit und unser Leben Bay Blade Burst Weil wir da draußen unser Bestes geben Bay Blade Burst Es ist an der Zeit, unsere Top 4 der Bezirksmeisterschaft vorzustellen Block A wird vertreten von Vault Aoi Block B, Wakya Murasaki Block C, Orochi Gimba Und Block D vertritt Shu Kurenai Jungs und Mädchen, Applaus für diese großartigen Blader Du hast es geschafft, Vault Gut gemacht All meine harte Arbeit hat sich endlich gelohnt Du hast recht Ich hab Shu mein Wort gegeben Wir beide treffen uns im Finale Hey, wo ist Shu hin? Hat gesagt, er muss trainieren Ich bin ziemlich sicher, dass er nach Hause ist Im Ernst? Das bringt mich auf eine gute Idee Zurückbleiben! Ich wechsle in den Trainingsmodus Warte mal, Vault Nika ist noch nicht von der Toilette zurück Denkst du, sie hat sich verlaufen? Sie geht nicht auf Ist jemand da draußen? Ich bin eingeschlossen Hey, Vault Turku Hilf mir Hallo Was ist los, Kleine? Wieso die Aufregung? Geh schon Du wolltest raus, oder nicht? Nika! Nika! Wo warst du? Du bist hier! Ich hab mich verlaufen Und war eingeschlossen Und die Tür ging nicht auf Aber ich bin rausgekommen Das verdanke ich dem da Du hast meiner Schwester geholfen? Danke, weiß ich zu schätzen Mann, was hat denn der für ein Problem? Ich hab freundlichere Piranhas gesehen Das ist Orochi Ginba Er ist der Sohn eines weltbekannten Dirigenten Die Leute nennen ihn den Jung mit den perfekten Ohren Bedeutet Er hat das absolute Gehör, aber es ist noch mehr Er kann ein Burst-Finish spüren, bevor es passiert In der Hand Wolt Aoi Sein Bay klingt, als wäre er stark Aber er ist schwach Schwach Und trotzdem irgendwie stark Es ist seltsam Ich muss ihn nochmal hören, um sicher zu sein Er ist nicht mal richtig gut, aber dann ab und zu Bam Orochi Sag mal, was denkst du über Wortsleistung? Beeindruckend Er war gut Aber etwas war seltsam Was denn? Spuck's schon aus Es fühlte sich an, als würde er auf einem ganz neuen Level spielen Es ist wirklich schwer zu beschreiben Als wäre er mit seinem Bay synchronisiert Ich weiß, wir kriegen das hin Los geht's Vielleicht sollte ich ihn nicht so schnell abschreiben, wie ich anfangs dachte Der Kleine wächst mir langsam ans Herz Perfekt Gerade rechtzeitig, um einen neuen Move zu trainieren Hey Mom, bin zu Hause Was ist denn hier los? Steh nicht einfach rum, beeil dich und hilf mir Ja, sicher, aber Mom, was ist mit dem ganzen Brot? Ich habe einen riesengroßen Auftrag bekommen und Sie brauchen es sofort Tja, der Punkt ist Honcho und ich wollten eigentlich gerade trainieren gehen Sehr schade Davon abgesehen, schätze ich, dass du mein geheimes Supertraining auch ein andermal machen kannst Training? Geheim? Was ist es? Wie super ist es? Willst du es wissen? Willst du Kraft? Entschiedenheit? Plus Explosivität? Und Flexibilität? Meine kleine Super-Spezial-Trainingsmethode fördert das alles Bist du dabei? Aber immer Du musst nur dabei helfen, die übrigen 130 Brotlaibe zu backen und auszuliefern Wir haben dafür genau drei Stunden Du machst besser! Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt kann Aber ich muss es probieren 300 Leibe, fertig Mom, das war das härteste Training überhaupt Wort? Wir müssen zum Murasaki-Haus Hier, nimm die Karte Du bist der Co-Pilot Murasaki-Haus? Wieso kommt mir der Name bloß so bekannt vor? Hey, pass bitte auf! Wir sind hier schon hundertmal vorbeigefahren Nimm die nächste rechts! Wir waren gerade da unten Hey, du bist Orochi Ginba, oder? Danke, dass du vorhin meiner Schwester geholfen hast Mein Name ist übrigens Walter Oi Kannst du uns vielleicht dabei helfen, ein Haus zu finden? Weißt du, wo diese Adresse ist? Ja, sicher, ich kenne sie Das ist super Jackpot! Also, was sagst du? Könntest du uns zeigen, wie man da hinkommt? Was für eine riesige Hilfe! Spring rein, los geht's! Warte! Das wird eng werden! Ich sitze vorne! Bin froh, dass ihr es geschafft habt, Volt Äh, Moment mal Du wohnst hier, Hoji? Es ist cool! Nein Orochi Ich bin mir ziemlich sicher, dass Vakia hier wohnt, richtig, Hoji? Na dann los, gehen wir rein Wartet mal! Ihr beiden kennt euch? Hallo? Vakia wartet auf uns Das dürfte interessant werden Ich gehe voraus, Volt Kommt schon Neun, warte eine Sekunde Wir müssen das ganze Brot tragen Also, hier wohnt dein Freund, richtig? Geh schon vor Ich habe hier alles ganz gut unter Kontrolle Danke für deine Hilfe Kein Problem, Mom Bis später Er hat ein unterirdisches Versteck So cool! Was hat er vor? Ich dachte, der einzige Gegner, den er ernst nimmt, ist Chu Etwas sagt mir, dass ich heute was Interessantes zu hören bekomme Wir sind da Wow, eine Arena! Volt, du hast hergefunden Hey, was geht? Orochi, wer hat dich denn eingeladen? Bin nur mitgekommen Seh bloß zu, keine Sorge Also, Volt Bereit gegen mich anzutreten? Lass es uns gleich hier tun, gleich jetzt Betrachte es als kleines Training vor unserem echten Kampf Diese Chance kriegst du nicht jeden Tag? Wenn du wirklich so dringend kämpfen willst Wieso trittst du da nicht unserem Club in der Schule bei? Danke, aber nein, danke Ich habe alles, was ich brauche, hier Du verstehst es nicht, oder? Wir trainieren nicht, weil es Spaß macht Wir trainieren, weil es wichtig ist Hey, was ist los mit dir? Wir trainieren mindestens so hart wie alle anderen Vielleicht sogar härter Du bist so witzig Hat dir das jemals jemand gesagt? Du bist echt zum Schießen Das reicht! Ich nehme deine Herausforderung an! Okay, erster Battle Seine Emotionen machen ihn so berechenbar Schwer zu glauben, dass er Hoji besiegt hat Diese Handhaltung, das wird ein Rush-Launch Wieder einer mit nur einem einzigen Trick Vakias Vyvron ist ein Abwehrtyp Und Valtrya kein Angriffstyp Das ist definitiv ein Nachteil Also, wie wirst du es angehen? An Bord Bereit? Auf die Plätze! Drei Drei Eins Let it run! Juhu! Geht's euch beiden gut? Ich habe gerade euren Babysitter verabschiedet Wacht auf! Oh, hi Hey, du bist hier? Ja Was geht ab? Wir waren gar nicht besorgt! Vater, Arbeitstag nehme ich an! Hey, hast du eine Ahnung, wo wir Valt finden können? Er ist mit Mom weggefahren Sie sind zum Murasaki-Haus, um was zu liefern Was? Das Murasaki-Haus? Ohne seine Kumpels, seine Verstärkung, seine Bros? Okay Halte durch, ich komme! Der Held ist schon unterwegs, um dich zu retten! Auf in den Kampf, Leute! Oh, ein wenig übertrieben Komm schon, gib mir dein Bestes! Nichts wie ran, Valtrya! Wieso funktioniert das nicht? Nichts kommt jemals an meinem Shield-Launch vorbei Valtryaks Sound wird fast vollständig übertönt Alles, was ich höre, ist Vyvrons kraftvolle Drehung Wild Vyvrons Wirkungsbereich ist ziemlich heftig Das liegt an dieser Kugel an seiner Spitze Sie erlaubt ihm eigenständig zu rotieren Wodurch er die Kraft seines Gegners reduziert Es läuft nicht, wie es sollte Was passiert hier? Es ist alles vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat Und das dürfte nicht mehr lange dauern In der Musik nennt man das Ritadando Valtryak! Und dann folgen die letzten Töne Das gibt's nicht! Survivor Finish für Vyvron Vakia erhält einen Punkt Na gut, es gibt ein goldenes Sternchen fürs Antreten Du weißt nicht, was wir drauf haben! Valtryak ist viel besser als das! Sicher, wenn du das sagst Irgendwie seltsam Das ist nicht der Klang, den ich hören wollte Was läuft da schief? Aus dem Weg jetzt! Also gut, ich bin der, mit dem ihr euch anlegen wollt Wer von euch ist der Erste? Hilfe, Naat, du bist in Sicherheit, Wolt! Warte, was? Was geht hier ab? Nur ein altmodischer Battle Ist mir schon aufgefallen Honcho, Leute, ihr seid hier! Freunde aus deinem kleinen Schulclub Wie niedlich alle sind besorgt Sieh mal einer an Ein Publikum, das wird immer besser Also, was sagst du? Starten wir einen zweiten Battle? Nicht gut Wolt liegt schon einen Punkt zurück? Angriffstypen haben einen Nachthag gegenüber Abwehrtippen Dazu kommt, das ist Vakia Wenn er nur eine Strategie hätte Hey, ja! Gute Idee! Zeit für Rock'n'Roll! Bring deinen neuen Move! Hä? Welchen neuen Move? Gibt's was Neues? Schön, schön Jetzt hast du meine volle Aufmerksamkeit Ich hab' den Flash-Launch noch nicht perfektioniert Aber wer weiß Es könnte funktionieren Okay, ich mach' es Ich hab' nichts zu verlieren Los geht's! Zweiter Battle! Sieht nach der gleichen Haltung aus wie beim Rush-Launch Außer, dass seine Handgelenke gerade sind Und sein Starter parallel zur Arena ist Na dann Okay Zeit deinen Worten, Taten folgen zu lassen Bereit? Auf die Plätze! Drei Drei Eins Let it win! Hä? Das ist zu stressig Ich kann nicht hinsehen Sein Bell dreht sich unkontrolliert Ich hab's vermasselt Und das ist es Leute Vyron gewinnt mit einem Ring-Out-Finish Vakia gewinnt mit einem Punktestand von 2 zu 0 Das ist nicht gut Das ist nicht gut Vytrek Sitz nicht einfach nur rum Mach dich fertig für ne Revanche Hä? Ich tu dir einen großen Gefallen Sagen wir einfach Das hat nicht gezählt Außerdem kennst du meinen neuen Move noch nicht Ich hab' nicht den ganzen Tag Zeit Deinen neuen Move? Ja, willst du ihn nicht sehen? Mhm Hör zu Das ist dein letzter Versuch Gib dein Bestes Kommt mir irgendwie seltsam vor Hier drin sind zu viele Angeber, Blader Wer will denn sonst noch einen Versuch Nur um einen neuen Move zu zeigen? Nur Vakia Zum Glück gibt es den nur einmal Der Rush-Launch hat bei ihm nicht funktioniert Und der Flash-Launch ist total nach hinten losgegangen Was soll ich tun? Bereit? Auf die Plätze! Drei Zwei Oh Riskiert ihr den Flash-Launch nochmal? Nein! Let it run! Hat in letzter Sekunde was verändern? War das eine Pinte? Nicht wirklich beeindruckend Der, da ist bisher der Schlimmste! Schön, er hat in letzter Sekunde den guten Schuss hingekriegt Ich hab's geschafft Das ist es virtuell! Oh ja! Ich hab angetäuscht, Freundchen Hier kommt der Rush-Launch! Zeig's ihm, Partner! Alles klar! Also das ist das Beste, das du drauf hast? Du musst noch viel lernen, Kleiner Der Klang des Rush-Launch ist definitiv beeindruckend Aber der Shield-Launch ist so schnell, präzise und kraftvoll Dass nicht einmal der Rush-Launch eine Chance hat Es funktioniert nicht! Überrascht das irgendjemand? Hä? In Ordnung Zeit für die Demonstration! Kann nicht sein! Was passiert da? Vyvron benutzt Valtryaks Schwung zu seinem eigenen Vorteil Die Kugel an der Spitze macht nicht nur die Attacke des Gegners zunichte Sie kann auch einen Gegenangriff starten Und benutzt dabei dasselbe physikalische Prinzip wie ein Pendel Je härter Valtryak aufschlägt, desto stärker wird Vyvron Was haltet ihr von meinem neuen Spezial-Move? Ich nenne ihn Shield-Crash Valtryak hat keine Chance! Haltet euch, Valtryak! Du musst durchhalten! Vyvron, ich glaube es ist Zeit, dass wir dem Kleinen die Augen öffnen Jetzt das Finale Drei Drei Eins Igitt! Stinkt das nach Versagen, riecht ihr das? Aber hey, ich schätze, ich sollte dir eine Eins für deine Bemühungen geben Wenigstens konnte ich ein bisschen mit meinem Shield-Crash rumspielen Rumspielen? Hm Nicht cool! Du hast Valtryak zum Experimentieren benutzt? Lass mich zu ihm! Beruhige dich, Gelassenheit! Finde dein Yin! Nein! Man muss auch etwas Yang haben! Hey Kleiner, denk mal drüber nach, dir einen anderen Bait zu holen Deiner scheint eine echte Kröcke zu sein Was sagst du da? Nur ein kleiner Tipp Traurig aber war, nicht jeder ist dafür geschaffen, ein großer Blader zu sein Sagst du da, dass ich kein... Geht's dir gut? Kommt schon, wir gehen nach Hause Du hast es gut gemacht, lass uns ein Eis essen Nichts was, ein Sieg nicht wieder repariert Keine Sorge Komm schon, Bro Das war meine Schuld Ich hab es vermasselt Ich hab nicht daran geglaubt, dass wir es schaffen können Naja, das war Zeit, die ich nie wieder zurückbekomme Definitiv nicht der Klang, nachdem ich gesucht habe War der Sound, den ich vorher gehört hatte, nur eine Fantasie? Hey, cool dich hier zu treffen Oh, was? Wie unhöflich Fällst du irgendwas? Wieso die kalte Schulter? Schon gehört, wie ich deinen Kumpel beim Battle heute Nachmittag vernichtet hab? Worüber redest du? Ich habe Worte Oi besiegt Er war so schwach, nicht mal der Mühe wert Also, Shu, du gewinnst deinen nächsten Kampf lieber Denn dann kann ich dich besiegen Ich zähl die Tage Oh, hi, Volt Wir backen Brötchen, willst du helfen? Du bist später dran als sonst Hast du wieder mit deinen Bay-Freunden gespielt? Mom Was ist denn los? Stimmt was nicht? Einfach alles! Ich brauche deine Hilfe! Ich werde alles tun! Hilf mir! Du musst mir all deine geheimen Trainingstipps geben! Der Rush-Launch hat nicht funktioniert! Und mein Flash-Launch war lausig! Ich kann nicht einschlafen! Ich sehe Wackia und diesen blöden Battle immer wieder und wieder in meinem Kopf! Und das ist das Schlimmste! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie bientôt zu drängst bin! Untertitelung. BR 2018